Das war Wahnsinn. Zieh schon mal das Röckchen an, du bist jetzt meine Mieze. Ich hab dich eben in drei Spielen geschlagen. Ja, mag sein, dass du gewonnen hast, nur ich hab mehr Gesamtpunkte. Das geht doch überhaupt nicht. Du hast verloren, hör auf zu heulen. Du heilige Mutter der Stange. Soll ich auf dich warten oder kann ich nach Haus fahren? Was ist das hier? Das ist ein Pole-Dance-Kurs, die gibt's jetzt überall. Wow, Gott sei Dank hab ich meine Walten-Shorts an. Echt abgefahren, hä? Die hier vorne in der Mitte, das ist meine Frau. Sie ist gut, sehr beweglich. Ja, sie macht das seit ein paar Monaten. Das ist ein tolles Workout und ich muss dir sagen, eine super Ergänzung im Schlafzimmer. Aber hallo. Was? Deine Frau macht das für dich zu Hause allein bei euch im Schlafzimmer? Ja. Hey, Deacon. Seine Frau macht das für ihn zu Hause im Schlafzimmer. Wusstest du, dass es sowas gibt? Aha. Wieso? Willst du, dass Carrie das für dich tut? Eigentlich dachte ich, dass seine Frau das für mich tut. Aber Carrie würde ich natürlich auch nehmen. Dann willst du es ihr vorschlagen? Nein, geht nicht. Wenn sie sich schon nicht als Batgirl verkleidet, macht sie das erst recht nicht. Ich weiß nicht, Bruder. Man sagt, das wär cool. Vielleicht geht sie drauf ein. Meinst du, dann macht Kelly sowas auch? Kann sein. Also gefehlt hat's mir nicht. Bei uns ist so schon genug im Schlafzimmer los. Wirst du es nie leid mit diesen Rassenstereotypen? Nein. Und du? Und den Drachen hab ich vor einigen Jahren in Atlantic City machen lassen. Sehr schön. Sieht aus, als wäre er wütend auf die Fledermaus. Was ist mit dir, Carrie? Hast du irgendwelche Tats? Äh, Tattoos? Nein. Ich hab einen Job, darum. Hey, war jedenfalls echt nett, dass ihr uns einfach so eingeladen habt. Dafür bist du uns extra auf den Parkplatz nachgerannt. War einfach so ein Instinkt. Was macht ihr denn sonst noch so, dass ihr trainiert? Weiß ich, wir kennen uns ja vom gemeinsamen Training. Also, ich stemme Gewichte so vier, fünfmal die Woche. Ausgezeichnet. Was ist mit dir, Anna Maria? Was machst du da? Äh, Laufband. Oh, und? Und manchmal gehe ich auch auf den Stepper. Auf dem Stepper hab ich mittlerweile... Interessant ist das alles oder noch was? Naja, ich mach noch den Pole-Dancing-Kurs. Irre, Pole-Dancing, was die jungen Dinger heute lernen? Ich sag dir was, Ed, wir lassen die Ladies ein bisschen darüber reden und holen uns ein paar Bier aus der Küche. Okay. Also, zum Spinning gehe ich dienstags auch noch. Mit den neuen Geräten macht man... Pole-Dancing! Also, Nelson, okay, wir sehen uns im Studio. Okay, gut nach Hause. Hä? Unser neues Lieblingspaar. An was denkst du? Was? Denkst du ernsthaft, auf die Weise bringst du mich in einen Pole-Dance-Kurs? Oh, sie tanzt mit Stange. Ich wollen du für mich auch Stange tanzen. Ich will dir das nicht aufdrängen. Ich wollte nur, dass du's kennenlernst. Wenn ich selbst angesprochen hätte, wirst du sauer geworden. Jetzt bin ich sauer. Diese Blödis haben mich einen Abend gekostet. Sag doch mal ein bisschen offener. Viele Frauen machen Pole-Dance. Ein echter Trend und wir verpassen ihn. Nein, ich verpasse ihn nicht. Du verpasst ihn. Ich muss mich nicht wie eine Nutte um eine Stange wickeln. Versuch's wenigstens. Carrie, komm schon. Dark, ich mach keinen Pole-Dance für dich in unserem Schlafzimmer. Weißt du, das ist so typisch für dich. So wie die Lichter da oben ausgehen, bist du nur noch auf deinen Vorteil aus. Nein, das wär nicht nur für mich, für uns beide. Ich zeig dir mal was. Hier. Guck mal. Was ist das? Ein paar Informationen über den Pole-Dancing-Kurs. Schau dir das an. Diese Frauen beschreiben alle, wie sie anfangs skeptisch waren. Aber nachdem sie's versucht haben, fühlen sie sich viel sexueller, spüren mehr den Körper. Hier. Da, die Spanierin mit der Aktentasche. Yo soy, lebendiger Mente. Kein Interesse. Dann, dann, dann wär wenigstens ein Blick in das Video. Die verteilen Videos? Nicht gratis für 29,95 Euro. Okay, für den Zundag. Aus deiner Pole-Dance-Fantasie wird nichts. Also vergiss es. Wir stehen schon auf der Mailing-Liste. Und dann, dann, когда du das結 зд und dann, 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 dann. Und dann, 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 dann. Dann, 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 dann ... Das ist jetzt ein paar Bilder. Aber da ist das nicht so, dass du ganz gut auslöst. Was zur Hölle ist das für ein Nachrichtenmagazin? Hey Dad, schleichst du dich hier so rein? Oh, das ist ja ein Video. Was für eins? Äh, das ist nur ein Anleitungsvideo für einen Kurs, den ich vielleicht machen will. Ich muss zur Arbeit. Ich liebe dich. Bye-bye. Pole Cats. Die erotische Kunst des Pole-Dancing. Oh, gütiger Gott. Wieso dauert das so lange? Jetzt setz dich bloß hin. Die Pole-Stange kommt nicht früher, wenn du aus dem Fenster starrst. Es ist fast 5, die Express-Post garantiert Lieferung bis 5. Express-Post? Wieso nimmst du nicht uns? Uns? Wir sind Versager. Ich staune, wie du das geschafft hast. Carrie scheint mir nicht der verwöhnt Typ zu sein. Erst hat sie es auch völlig abgelehnt, aber... Jetzt, wo sie es eine Weile probiert hat, findet sie es toll. Sie sagt, es weckt ihre innere Hure echt stark. Na, das wird ja eine heiße Zeit für dich. Gott, hoffentlich kommt sie endlich, denn ich bin bereit für meinen ersten Tanz. Ja, ich bin bereit. Hey, seht euch an, was sie für mich gemacht hat. Gutscheine. Gutschein für einen Gratis-Pole-Dance von Misty Heffernay. Heißt nicht eine von euren Tanten, Misty Heffernay? Die hatte gerade eine Hüftoperation. Nette Lady. Ratet mal, wer hier ist, die liebe Pol-Fee. Schon hat jemand einen neuen Spitznamen. Kommt, Jungs, fasst mit an. Hey Arthur, ich mach mir ein Sandwich. Wollen Sie auch eins? Nein. Ganz sicher? Ein Mann, der die eigene Tochter dazu treibt, Erotik-Tänzerin zu werden, verdient nichts zu essen. Es gibt frisches Corned Beef. Nein! Und da kommt er schon. Der riesige Falle durch mein Herz. Ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Verdammt, willst du es nicht verstehen. Wenn ein Kind nicht genug Liebe und Zuneigung von seinem Vater kriegt, sucht es sich das bei fremden Männern. Deswegen tut Carrie das da, weil ich während ihrer Kindheit ständig unterwegs war auf der Jagd nach dem Dollar. Ja, und das sehr erfolgreich. Hören Sie, Arthur, Sie machen sich Sorgen wegen nichts. Carrie tanzt nur für Duck. Sicher, so fängt es an. Dann kommen Piepshows und Zypläden. Und bald steht sie in Hotpants an den Docks im Hafen und schleppt angetrunkene Seemänner auf die Polster verrotteter Busse. Was ist das? Pumpernickel? Gib mir die Hälfte. Dagi? Ja? Misty ist bereit. Nicht den Gutschein vergessen. Misty? Im Badezimmer. Stell die Musik an und mach's dir bequem, mein Süßer. Die Akte von John Grisham. Gute Idee, nicht die Kassette. Die Akte von John Grisham. Die Akte von John Grisham. Ich habe mich immer noch viel Zeit. Ich habe mich immer noch viel Zeit. I'll make love to you Hey und wie war die Premiere Oh the pool dance Gut, gut Und, äh, war's heiß? Ja, entsetzlich Sie, äh, sollte wirklich, wirklich es lieber bleiben lassen Im Ernst? Das ist aber schade Nicht gut? Nein Nein Oh Mann, sie hat's versucht, Gott möge sie segnen und sie macht, was man ihr gezeigt hat Die ganzen Bewegungen und so, ich, ich kann's mir schon vorstellen, wie sie's gemeint hat Hm, da lernt man die Profis wirklich zu schätzen Ach, du sagst es, Bruder Gut, es war nichts, weg mit dem Ding und vergesst es Das geht nicht, ich hab's provoziert und jetzt ist sie heiß drauf Sie will es jetzt jeden Abend tun und hat vor, einen Scheinwerfer bei uns zu installieren Ich sag dir, Dicken, es war clever, Kelly nicht dazu zu bringen Ähm, ja Was? Nachdem wir das gesehen hatten, hab ich es ihr vorgeschlagen Und seit der Zeit, äh, macht sie's auch Wirklich? Wie, wie macht sie's? Sie ist verdammt gut Guten Morgen Hallo Und, war's letzte Nacht gut? Ja, mhm, ja Und du hattest recht, yo soy lebendiger Mente Oh, und übrigens, bevor ich's vergesse Hier ist wieder ein Gutschein für dich Oh, nein, nicht nötig Ich hab doch noch Das schüchtern Baby hier Nein, 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 okay Okay, wir, ich glaube, wir sollten losfahren Ja, ja, es ist schon spät Gut, auf Wiedersehen, Jörg, zwei, Deacon Schatz, ich weiß jetzt Ich hab dir nie die Liebe und Zuwendung geschenkt, die du verdient hast Hast du Sonnabend-Nachmittag Zeit? Äh Verflucht, sag doch einfach ja Ja Alles wird wieder gut Daddy ist ja hier Come on Come on Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was machst du noch hier? Vor vier Stunden hattest du Schichtende. Ich weiß, ich dachte, ich sollte das Ding mal reinigen. Du kennst mein Motto. In schmutzigen Schrecken spielt der Teufel. Das war doch, iss dich durch den Schmerz. Und dann ist das mein Zweites. Hör mal, Bruder. Geh nach Hause, bitte. Ich kann nicht. Sie ist jetzt dabei, sich aufzuwärmen. Ich krieg schon ne Gänsehaut, wenn ich daran denke. So kann das nicht weitergehen. Ich krieg immer mehr Gutscheine. 50, verdammt, 50, hab ich schon. All die Jahre liebte ich Pooldancing. Und ich liebte Gutscheine. Seit zwei Wochen hab ich einen Burger-Gutschein. Und ich kann ihn nicht mal ansehen. Jetzt musst du. Nichts hat funktioniert, Spence. Zwei Wochen verwöhne ich sie schon mit väterlicher Zuneigung. Aber immer noch steht sie jeden Abend an der Stange und macht den Dicken wild. Wo wollen wir essen gehen? Oh, haben Sie vielleicht Lust auf Äthiopisch? Heute isst mir nicht nach Gazelle. Schön, danke. Hey, ja. Da kommt mir ne Idee. Ich werde eine Stripperin bestellen, damit sie Carrie mal erzählt, was Leben an der Stange heißt. Und zwar jedes schmutzige und jämmerliche Detail. Das wird dir Angst machen. Was denkst du? Das klingt ziemlich dumm. Macht nichts. Das sieht da ganz schön dreckig aus. Bitte. Bitte schlaf schon. Stark? Ja? Du kommst spät. Aber nicht spät genug. Willkommen im Champagnerraum. Komm rein. Komm rein. Wieso stellst du die Musik aus? Ich weiß nicht. Ich dachte, wir machen mal was anderes. Oh, ja, gern. Machen wir mal was anderes. Wie gefällt dir denn der strenge Lehrer? Schön gut. Nicht so. Wie wär's denn, wenn ich mal was für dich tue? Wie wär's mit einer schönen, gefühlvollen Massage? Ja, das würde mir gefallen. Willst du? Schön. Na dann los. Dann wollen wir mal. Oh, das ist gut. So entspannt. Ich könnte dabei glatt einschlafen. Dann tu es doch einfach, Misty. Misty will aber nicht schlafen. Sie hat einen neuen Tanz für ihren Mann einstudiert. Ist schon gut, jetzt schlaf. Schlaf, Misty. Zuerst der Tanz. Nein, du schläfst jetzt. Schlaf. Ja, auf damit. Okay. Ich dachte, Misty würde gerne schlafen. Das stimmt, aber dafür haben wir später noch Zeit. Ja. Aufhören. Was? Wieso machst du die Musik aus, Baby? Entweder aus oder ich spring aus dem Fenster. Das anzusehen ist grausam, Carrie. Was? Ich bin grausam an der Stelle? Nein, nicht grausam. Das ist nicht ganz fair, aber... Du, doch, es ist grausam. Dann war deine Begeisterung über meinen Tanz also gelogen? Ehrlich gesagt, ja. Ich glaub das einfach nicht. Na und, dieses blöde Pol-Dings hat eben nicht funktioniert. Wie ein Scherz. Hier steht die schärfste Frau, die ich jemals kannte. Ich mein, wir haben uns und das ist das Einzige, was zählt. Ach, du wolltest, dass ich das mache. Schon vergessen? Ich weiß. Und jetzt sagst du mir, es sei schrecklich? Ich meine, hast du eine Ahnung, wie entwürdigend das ist? Ja, wir beide mussten zwei Wochen lang durch die Hölle. Ich sag dir was, du hast keine Ahnung, wovon du überhaupt sprichst. Meine Trainerin hat gesagt, ich wäre sehr talentiert. Natürlich, du bezahlst sie ja dafür. Nein, nein, ich mach die Bewegung genauso, wie sie es uns gezeigt hat. Okay, du machst es wohl technisch richtig, aber du hast nicht... Was hab ich nicht? Du fühlst es nicht. Du lebst es nicht. Dieser Spinkick, den du immer versuchst. Ja? Du, warte, ich zeig's dir. Du musst eins werden mit der Stange, verstehst du? Fühl sie, fühl sie. Hand spielst du. Du musst sie spüren. Jedes Mal, werd eins mit ihr und genieß es. Genieße dich, verstehst du? Oh, und diese Überkopffigur, wenn du dich so hoch schwingst, dich hier festhältst und hier hängst. Genieße es. Du bist ein Engel. Du fliegst wie ein Engel, du bist ein Engel. Okay? Und dann das hier. Okay. Fühl es in dir. Fühl die Stange. Reib dich daran. Und werde eins mit ihr. Lass uns über die Tür schließen. Dein, dein, dein Vater. Du bist nicht zu Hause. Ich hätt jetzt gern was zu essen. Halt die Klappe und wechsel das hier. Schön, schon eine gemeinsame Zeit, nicht? Ich mach weiter, Pooldance After. Na schön, dann wirf dein Leben weg. Hallo? Oh, hi, Mr. Dugan. Ja, das hab ich in meinem Computer. Ich seh gleich mal rein. Sekunde. Äh, Schatz. Das ist mein Boss. Kannst du die Wäsche für mich zusammenlegen? Danke. Danke. Das ist mein Boss. Das ist mein Boss. Okay, klar. Kein Problem, Mr. Dugan. Okay, alles klar. Wir sehen uns dann Mund. Okay, Wiedersehen. Du bist schon fertig? Ist doch ein Kinderspiel. Memo an alle Angestellten der Dugan-Gruppe. Ab dem 1. November müssen alle Mietverträge genau den neuen... Ich hab tolle Neuigkeiten. Dad, du darfst keinen Ton sagen, wenn ich arbeite. Und schon geht ein weiteres meiner Menschenrechte den Bach runter. Du darfst nur nicht reden, wenn ich das hier tue, okay? Das ist diese neue Software, die alles schreibt, was man ihr sagt. Hier, sag mal was. Test 1, 2, 3. Da steht's. Da steht's. Da steht's. Ja, na klar. Da steht ja, na klar. Okay, ganz gut. Nochmal. Busengapscher. Okay, Programm beenden. Also gut, Dad, ich entnehme meinem Arbeitsmemo hier. Du hast, ähm, große Neuigkeiten. Ja, wir spielen im Seniorencenter ein Theaterstück. Und ich hab's geschafft, dir und Douglas durch meine Beziehung ganz tolle Plätze zu besorgen. Also, du hast keine meiner Vorstellungen besucht, als ich ein Kind war. Da hatte ich viel zu tun, um Geld für dich zu verdienen. Und jetzt hab ich viel zu tun, um es für dich zu verdienen. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ich hab Talent. Und schäm dich, dass du mich dazu bringst, das zu sagen. Programm an. Alle Mitarbeiter... Toni hat sechs gratis Knoblaute reingelegt. Fünf hab ich im Auto gegessen. Ich bin kurz rum verhungert. Holst du mal die Teller? Teller? Nee, das isst man aus der Folie, glaub mir. Und wenn man fertig ist, faltet man sie zum Trichter und trinkt die Soße. Ist das alles? Und wieso fragst du? Ähm, weil da für mich nichts drin ist. Was? Ja, keine Parmesan-Auberginen, kein Salat. Ich glaub's nicht. Dumm gelaufen. Ja, ich habe kein Essen und das ist echt dumm. Also? Das letzte Knoblauchbrot, willst du das? Nein, ich will, dass du mein Essen holst. Na gut. Oh, tut mir leid, Dag. Verzeih mir, dass ich auch was essen will. Ich sagte doch, ich würd's holen. Ja, ich weiß, aber das ist mal wieder typisch für dich. Was? Ja, dir sind einfach alle egal, außer dir selbst. Oh bitte, was war denn letzte Woche? Da hast du meinen Käsekuchen aus der Käsekuchenfabrik vergessen. Wieso fährst du nicht mit dem nächsten Bus in die Halt-die-Schnauze-Stadt? Das würd ich ja, aber du hast meine Fahrkarte wahrscheinlich schon längst verschlungen. Klar. Wirklich witzig. Ich fresse ja alles, weißt du was? Jetzt fresse ich mein Essen, ja? Mh, und es ist köstlich. Mh, köstlicher als köstlich. Einfach klasse. Und jetzt, Dickerchen? Hey, hey! Kiefernadeln erfrischen. Ja. Auch das stoppt mein Appetit nicht. Hey, ich möchte mit dir über gestern Abend reden. Bitte. Nichts hier reinsprühen. Naja. Weißt du, ich bin nicht mehr sauer. Sieh dir das an. Was ist denn das? Naja, mein Computer war an und dieses neue Programm hat unseren Streit restlos aufgezeichnet. Die ganzen zwei Stunden. Wirklich? Ja. Wann hab ich Busenkrapscher gesagt? Nein. Der Streit fängt hier an und ich kann dir sagen, das ist ziemlich krass, was da so steht. Wirklich? Wo? Äh, Sekunde. Also, also hier, wo ich sagte, hast du gar nicht gemerkt, dass die Tüte zu leicht war? Hast du geantwortet, du hast überhaupt keine Freunde. Ja, aber dann hast du gesagt, wenigstens bin ich kein Riesenversager. Also, du hast auch ganz schön auf den Putz gehauen. Na komm, das ist nicht witzig. Ich meine, hier, da drohen wir uns, uns gegenseitig mit unseren Autos zu überfahren. Ja. Und jetzt essen wir was Leckeres zusammen. Ist doch ein Bilderbuchende. Komm, hör. Wie ist das bitte? Na komm, mach doch nicht gleich so einen Putz, wenn wir uns mal streiten. Nein, eigentlich ist es in letzter Zeit immer so. Ähm, ich, ähm, sag dir was, lass den Computer an und wir nehmen uns auf. Dann wirst du sehen, dass das Streit eine Ausnahme war. Nein, Dark, wenn der Computer an ist, dann, dann werden wir uns vorbildlich verhalten. Carrie ist ein Arsch. Sag doch, was du willst, du bist und bleibst immer ein unvernünftiger, egoistischer Blöden. Du bist ein Arsch, ein Arsch, ein Arsch, ein Arsch, ein Arsch. Okay, nur eine schöne Schießerei fehlt noch. Ich muss dir sagen, dass ich mir echt ein bisschen Sorgen mache, wo das hinführt, wenn wir nichts tun. Ich meine, vielleicht brauchen wir professionelle Hilfe. So, äh, sowas wie eine Therapie? Ja, vielleicht retten wir damit unsere Ehe. Ich weiß, es ist nur... Ich wirf ungern Geld zum Fenster raus. Hey, du kennst doch diesen Glenn, der gerade gegenüber eingezogen ist. Der ist Eheberater. Okay, ich soll mir vom Typen Ratschläge holen, der in Jeans joggt. Nein, das ist nicht Glenn. Ich kapier's nicht, meine Beine sind schon ganz wund, wenn ich bloß eine Treppe in Jeans hochgehebe. Konzentrieren wir uns auf das, was wichtig ist, okay? Was tun wir, diesen Kerl um Hilfe bitten? Den müssen wir doch bezahlen. Nein, nein, wir laden ihn einfach zu sowas wie einem Willkommen in der Nachbarschaft Ding ein. Und dann hören wir ja, was er zu sagen hat. Okay. Ja? Ja. Ich dank dir, Schatz. Alles klar. Wie sieht's mit Essen aus? Äh, du bringst was mit. Hm, das ist ein Pulverfuss. Wir spielen eine Szene aus Gin Romy. Und wer immer sie bekommt, die Rolle der Fonseher muss sich auf die anstrengendsten acht Tage seines Lebens gefasst machen. Körperlich und emotional. Äh, Minna, die Beziehung zu deiner Sauerstoffflasche, wie eng ist die? Ja, ich brauche sie zum Atmen. Sieht ganz so aus, als hätten wir die erste Diva. Arthur, wir stehen doch schon jetzt alle schrecklich lange hier rum. Ist es möglich, dass wir uns hinsetzen, nur für einen Moment? Oh, weißt du, wo man bequem sitzt? Beim Arbeitsamt. Und jetzt raus mit dir! Ach so, weißt du, ich habe die Fonseher schon gespielt. Und zwar in dem Theater der Fresh Meadows-Gemeinde. Oh, Fresh Meadows. Aus dieser verkifften Gegend kann ich niemanden gebrauchen. Raus hier! Euch ist klar, in dem Stück gibt es geschmackvolle, aber gewagte Nacktszähnen. Das ist meine Fonseher. Als wir sahen, dass ihre Mülltonnen umgeworfen wurden, wussten wir sofort, wir müssen was tun. Ja, ich bin gleich rübergesaust und habe alles wieder eingesammelt. Und was springt da aus einer Tonne? Ein Waschbär! Und vor denen hat er furchtbare Angst. Ja, diese menschenähnlichen Hände, die machen mich fertig. Nun, ich bin neu hier und muss sagen, ich weiß es zu schätzen, dass sie mir geholfen haben. Oh, dazu sind Nachbarn doch da, um sich zu helfen. Und zwar umsonst. Außerdem hatten wir mal wieder einen unserer fiesen Ehestreize und waren sowieso noch nicht im Wettbewerb. Oh ja, wir sind bekannt dafür, dass wir uns richtig in die Mange nehmen. Oh, wie das Leben so spielt. Ich bin Ehe- und Familientherapeut. Nein, das gibt's nicht. Doch, das stimmt. Wirklich. Also, ich weiß nicht, was Sie sind, aber die stehen Ihnen wunderbar, diese Jogging-Jeans. Was? Das ist er nicht. Klar. Hören Sie, wenn Sie jemals einen kleinen informellen Rat brauchen, würde ich mich freuen, Ihnen zu helfen. Das wäre toll, wenn Sie sich das hier mal durchlesen könnten. Ja, und wenn Sie damit durch sind, da liegen noch mehr. Ich mach mal einen Kaffee. Ziemlich übel, Herr. Aber Sie haben schon Schlimmeres gesehen, oder? Viel Schlimmeres nicht, nein. Hören Sie, die Sache ist die, wir wollen einfach nicht mehr so sein. Können Sie uns helfen? Sie müssen wissen, Streitigkeiten sind nun mal ein Teil jeder Beziehung, aber Sie dürfen wirklich nicht zu sehr ausarten. Ich werde Ihnen ein paar Strategien zeigen, die grenzen den Konflikt ein und Sie versteifen sich nicht mehr so. Versteifen? Wer, wer, er hat versteifen gesagt? Halt die Klappe, Idiot! Das ist gut. Arbeiten wir damit, Dank. Was war das für ein Gefühl, dass Carrie Sie gerade einen Idioten genannt hat? Ein Wütendes. Und Trauriges. Wir nennen solche Worte wie das Rolltreppe, weil sie den Konflikt auf eine andere Ebene führt. Mit dieser Rolltreppe? Ja, genau, da gehört ich gut. Ja, und wenn man sie nicht überprüft, können solche Worte eine einfache Meinungsverschiedenheit zu einer schmerzlichen und gewalttätigen Angelegenheit machen. Wie Sie sie hatten wegen des Catch-Ups letzten Mittwoch und auch heute Morgen. Sie weiß, ich will diese dämlichen Stehverschlüsse nicht haben. Carrie? Bei Marmelade hast du damit kein Problem, aber bei Ketchup rastest du aus. Weil sich das Wasser in dem Verschluss sammelt und dass du das nicht weißt, zeigt, wie blöd du bist. Geld hatte ich zwar ein bisschen, aber dann kam die Krankenhausrechnung und ich wollte auch mal was für mich tun. Und dann darf man das kleine Haus in der Ash Street noch vergessen, was ich noch hatte und... Was ist denn los? Dieses miese Gelese. Es klingt so oberflächlich. Ich glaub dir kein Wort. Ja, ich versuch's ja, aber ich, 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 ich weiß nicht, was du von mir willst. Einfach ehrliche Töne. Zeig ihren Schmerz. Das ist das Wichtigste. Aber wie? Denk jetzt einfach mal zurück. Okay. Erzähl mir deine schmerzhafteste Kindheitserinnerung, bitte. Lieber nicht, nein. Wenn du nicht bereit bist, spiele ich beide Rollen in einer geschlechterüberreifenden Glanzleistung selbst. Ist ja gut. Also, ähm... Es war mein fünfter Geburtstag. Und meine Mutter sagte, dass sie eine Party für mich geben würde. Also brachte ich alle meine Schulfreunde mit nach Haus. Aber als wir ins Haus gingen, lag meine Mutter da, stinkbesoffen und bewusstlos auf der Couch. Es gab keine Party, keinen Kuchen. Oh, ich wollte nur sterben, sonst nichts. Und ich hab ihn nie, nie wieder gefeiert, meinen Geburtstag. Wir können die... Was war sonst noch? Hey. Hey. Was ist mit deiner Liste? Welcher Liste? Mit den Rolltreppenworten. Reingelegt, hier ist sie. Gut, dann wohl ich meine. Okay. Alles klar. Dann wollen wir unsere Ehe mal retten. Hey, und das alles ohne Glenn, Herr. Okay, darf ich anfangen? Aber immer doch. Also, ich weiß, das war ein momentaner Ausrutscher, du hast es nicht so gemeint, aber ich bring die Rolltreppe mal ins Rollen mit... Schlampe. Was? Das hab ich nie gesagt. Ach nein? Hier, bitte. Siehst du, ich hab alles für dich angestrichen. Hier, 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 hier und hier. Ich meinte, damit eigentlich stinkt hier, aber jetzt ist damit schluss. Schön. Genau. Und was hast du? Okay, hier ist mein erstes Wort. Fett. Fett. In allen Formen. Fetti, fetter Kerl, Fettgesicht. Wow. Was willst du damit sagen? Nichts, nur damit nimmst du mir den Wind aus den Segeln. Also gut, bleib du bei Fett, dann steck ich Schlampe wieder in den Holzboden. Ist ja gut, dann ist das doch jetzt endlich, ja? Okay, was hast du noch? Na schön, Dumpfbacke, dumme Kuh, Oma. Packesel, Elasto-Hose, Biberzahn. Dummes Stück, Dracula, Hitler Junior. Der Blob, Blobbbaka, Blobbderhut und Dampfwalzenschieber. Tauschen wir unsere Listen doch einfach aus. Oh, ja, okay. Ich hab ein gutes Gefühl dabei. Ich ebenso. Oh, wow, ich muss los. Was? Wohin denn? Ich hab den Jungs gesagt, wir sehen das Metz-Spiel bei Koopas. Aber ich koche für uns. Ich hab dir eine Nachricht auf Handy hinterlassen. Und du weißt, dass ich meine Mailbox nie abhöre. Und wessen Schuld ist das? Nochmal, Dark, ich hab zu kochen angefangen. Wow, heißt das, wir fangen an zu streiten? Ja, ich denke schon. Okay, was hat Glenn gesagt? Wenn Sie eine Meinungsverschiedenheit haben, schreiben Sie das auf eine Karteikarte und pinnen Sie sie an das Board. Ganz richtig. Und wenn's nach 24 Stunden noch ein Problem ist, dann sollen wir das Thema noch mal weniger emotional betrachten. Ja, hier, hier sind die Karten. Die Pins hab ich hier. Okay. Abendessen, das muss ich sausen lassen. Okay, das wär's. Gib mir den Pin. Okay. Das wär's. Alles klar. Gut für uns, ja? Ja. Schön. Bis nachher. Nein, Betty, es liegt nicht an dir. Wir brauchen ein neues Stück. Gin Romy ist einfach das Verkehrte. Was hältst du von, äh, der Elefantenmensch? Könntest du mit einem Sack über dem Kopf arbeiten? Ich verstehe nicht, worüber sie sich aufregt, denn was mich angeht, funktioniert ihr System toll. Natürlich funktioniert es toll für dich, weil du ja auch immer den ganzen Mist baust, du Idiot. Carrie. Tut mir leid, es ist erst eine Woche vergangen und sehen Sie sich das an. Hab Carrie's iPod kaputt gemacht, hab Arthur in der Badewanne sitzen lassen und hier steht nur Feuer. Was will er denn damit sagen? Hey, wenn Sie am nächsten Tag noch immer sauer über was ist, muss Sie das ansprechen, aber nicht ich. Ja, aber bis dahin hat er noch fünfmal Mist gebaut. Das kann ich gar nicht alles aufarbeiten. Du hast auch einen Haufen Mist gebaut. Was haben wir denn hier? Los geht's. Sehen Sie mal, sehen Sie mal hier. Na? Hab falsche Glasur gekauft. Schuldig. Ja, die Frau, die ich am Hals hab, kennt nicht mal den Unterschied zwischen Schokolade und Schokoladenglasur. Aber wenn sie so schrecklich war, warum erklärst du Glenn dann nicht, wieso du dir die Zunge an der Dose aufgeschnitten hast? Leute, Leute! Sie verstößt gegen die Regen. Oh, hör auf, ihm in den Arsch zu kriechen, du verfressener Blödian. Rolltreppenworte, das sind Rolltreppenworte. Sind sie das? Ja, wirklich? Oh, tut mir leid, Fettgesicht, du fetter Biberzahn-Hackesel. Ich hab zwei Worte für dich. Bo und Tox. Hallo. Hi. Geben Sie bitte diese Abschrift an Doug und Carrie zurück, weil ich sie nicht mehr in meinem Haus haben will. Wer da? Othello. Ja, Testemona. Wollt ihr zu Bett gehen, mein Gemahl? Hast du zur Nacht gebetet, Testemona? Ja, mein Gemahl. Sie ist zu spät. Toll, es hat schon angefangen. Ich hab doch gesagt, nimm den Queens Boulevard. Ich bin Fahrrad schon vergessen. Nein, daran erinnert mich dein monatlicher Lohncheck. Fass mal mit an. Es geht ihr gut. Okay. Als nächstes haben wir jetzt Arthur Spooner und Betty Horowitz, die eine Szene spielen. Sie heißt Die Geliebten. Hm, noch Fragen, Freunde? Tony hat sechs gratis Knoblauchbrote reingelegt. Fünf hab ich im Auto gegessen. Ist das alles? Wieso, fragst du. Weil da für mich nichts drin ist. Was? Ja, keine Parmesan-Auberginen, kein Salat. Ich glaub's nicht. Dumm gelaufen. Ja. Wer das nicht schon gesehen, sag mal. Nein, Blödi, das Stück gibt's nicht. Das sind wir. Er muss unsere Abschriften genommen haben. Weißt du, es wäre schön, wenn du dich mal um jemand anderen kümmern würdest, als nur um dich selbst. Nur einmal. Oh, bitte. Was war denn letzte Woche? Da hast du meinen Käsekuchen aus der Käsekuchenfabrik vergessen. Wieso fährst du nicht mit dem nächsten Bus in die Halb-die-Schnauze-Stadt? Okay, der geht gleich von hier ins Altersheim. Ja, genau. Und wir werden auch nicht mehr mit ihm in die Eisdiele fahren, wie versprochen. Wieso bestrafst du mich? Na, und wie sieht es jetzt aus, mein Dickerchen? Kiefernabeln, erfrischend, wie ein Festmahl zu Weihnachten. Ich glaub's nicht, dass du mein Essen besprüht hast. Ich glaub's nicht, dass du es gegessen hast. Es gefällt dir? Dann probier mal das. Das tut mir alles sehr leid. Ja, mir auch. Jetzt reicht's! Ich wünschte, ich hätte eine Schaufel hier, um dein Grab zu graben. Hey, warum nimmst du nicht einfach die, mit der du Eiscreme isst? Du dusseliger Scherz-Keks! Dazu sag ich... Wir haben nichts zu fürchten, außer der Furcht selbst. Es waren die besten Zeiten, aber gleichzeitig auch die schlimmsten. Busen-Krabsche! Hey! Hi, Schatz! Was hast du mitgebracht? Nur ein paar Reste von dem Kuchen, den die Jungs spendiert haben, zu, äh... meinem 10-Jährigen bei IPS. Wow! Wirklich? Ja, für einen mittelmäßigen Job ziemlich lange. Kann ich Applaus haben. Also, ich bin beeindruckt. Das und die Tatsache, dass du den Kuchen nicht schon unterwegs verdrückt hast. Darauf kannst du dir was einbilden. Warte, war das heute vor 10 Jahren? Ist das nicht bereits drei Monate früher gewesen? Äh, nein, das war heute. Denn Kuchen lügt nie. Außer dein Geburtstagskuchen. Das Baby hat schon mehr als einmal 29 Kerzen. Sag, dass ich recht habe. Nein, nein, ich bin mir sicher, dass du im Sommer bei IPS angefangen hast. Denn da haben wir auch angefangen mit Du weißt schon was. Damals war Duschen nicht dein Hobby, denn du standest auf Grunge. Heute vor drei Monaten. Wo ist der Unterschied? Der ist in deinem Portemonnaie, Doug. Deine Pensions- und Versorgungsansprüche ändern sich da nämlich. Was bedeutet, IPS spart drei Monate? Ich werde der Buchhaltung gescheit sagen. Ach, lass doch, ist nicht nötig, das riegel ich morgen. Das vergisst du wieder. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Komm schon, ich fand den Film wirklich gut. Weißt du, wie er hätte heißen müssen? Sturmhölle in meiner Hand. Ich liebe es, wenn du das tust. Der Abend war wirklich sehr schön. Fand ich auch. Und, ähm, wie geht's jetzt weiter? Du, äh, fährst jetzt schön nach Hause. Oh, komm schon, wir gehen seit zwei Monaten aus. Inzwischen ist nicht nur mein Bauch dick. Du weißt, ich muss sehr früh zur Arbeit. Melde dich doch krank, sag, ähm, du wirst ein schlimmer Daconukleose erkrankt. Gute Nacht. Komm schon. Gute Nacht, Dac. Okay. Hi, Jungs. Bevor ich gleich sitze, müsst ihr wissen, dass ich die gestrige Melrose-Folge noch nicht sehen konnte. Wenn ihr was sagt, werd ich wahnsinnig. Äh, Dac, ähm, sei mir nicht böse, aber dein Deckel wird immer größer und du... Ich kann nicht bezahlen, wenn ich keinen Job habe, Einstein, ne? Bei uns können Sie Leute gebrauchen. Danke, aber ich bin nicht scharf darauf, täglich durch Urin zu warten. Du hast es nötig. Und wie läuft es mit der neuen Maus? Oh, Carrie, toll. Die ist sowas von süß und hat Humor. Wenn ich meinen Bauchnabel reden lass, ist die echt hingerissen. Und wie läuft es an der horizontalen Front? Hör auf, ich rede über solche Sachen nicht, klar? Ach komm, irgendwie muss ich mich von Melrose ablenken. Gut, dann will ich so sagen. Ohne hässlich zu werden. Mit euch war ich intimer als mit ihr. Wow, Mann. Ihr trefft euch seit zwei Monaten, oder? Ich weiß, es klingt etwas verrückt, aber Carrie möchte warten und... Ich respektiere ihren Wunsch nach Anständigkeit. Was guckt ihr? Was? Was ist denn los? Weißt du, man erzählt sich, dass Warten gar nicht Carries Ding ist. Pass auf, was du da sagst, oder du redest nie wieder, verstanden? Es ist wahr. Ach ja? Na los, mit wem war sie zusammen? Sal der Roberti. Was? Sal? Ich dachte, es war sein Bruder Johnny. Sal und Johnny. Alle wollte er gar nicht wissen. Wisst ihr was? Ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. Sie sagt, sie will warten und das alleine zählt. Okay. Es ist okay. So, und hier ist dein Melrose-Update. Alison kriegt der Menders Job und schläft mit Billy. Ja! Au, was tust du denn da? Tut mir leid. Es sah so unbequem aus und da dachte ich... Ohne meinen BH wäre es wahrscheinlich bequemer, ha? Jedenfalls für mich. Oh, bitte. Tag, ich hab dir schon gesagt, dass ich noch etwas Zeit brauche, okay? Tut mir leid, so bin ich eben. Ja, das ist bekannt. Was willst du damit sagen? Nichts, es ist nur... Tja, ich hab gehört, dein BH geht normalerweise schneller runter, verstehst du? Bing! Heißt das, du hältst mich für ein... ein Flittchen oder so? Nein, aber Spence und Danny. Und die kennen mich. Sie kennen die der Robertis-Brüder, aber nicht ganz so gut wie du. Weißt du was, das geht dich überhaupt nichts an. Doch, das geht mich was an, wenn du nicht mit mir schlafen willst, aber mit der Hälfte der Robertis... siss... Möglicherweise hat das damit zu tun, dass sie clever genug waren, nach einer Stunde zu bemerken, dass der BH vorn aufgeht. Ein BH, der vorne aufgeht, aber kein Flittchen, klar. Okay, ich warne dich. Hör lieber mit dem Flittchen-Gerede auf, oder du landest im Kofferraum von Gino de Robertis Auto. Gino? Dann hast du auch mit dem Onkel geschlafen. Das ist eine nette Familie, okay? Carrie, was zum Teufel ist hier los? Na gut, vielleicht war ich mit einigen Typen mehr zusammen, als ich sollte, okay? Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil meine Mom gestorben ist und Dad verrückt ist. Weil ich meine eigene Wohnung hatte. Ich hab keine Ahnung. Aber der Punkt ist, ich will nicht mehr so leben, okay? Ich wünsch mir eine reife Beziehung mit einem einzigen. Und ich könnte mir dich als diesen Mann vorstellen. Lass mich beweisen, wie reif ich bin. Auf geht's. Nein, jetzt lass diesen Mist, ja? Ich sagte, ich wünsch mir eine reife Beziehung. Du bist noch längst nicht reif. Was meinst du mit reif? Na ja, du hast keine Pläne, verfolgst keine Ziele. Ich hab Pläne und genügend Ziele. Oh ja, du hast ja nicht mal einen Job. Hab ich sehr wohl. Was? Ich wollte dich damit überraschen. Morgen nach meinem ersten Tag. Nicht zu fassen, dass es dir nur darum geht. Warte. Ist das wahr? Es ist mein voller Ernst. Carrie, bevor wir uns kennenlernten, da wollte ich nur in der Pizzeria rumhängen. Aber jetzt will ich mehr. mehr für mich selbst. Mehr für dich. Mehr für uns. Was ist denn das für ein Job? Guten Morgen. Morgen. Was denkst du? Wenn ich letzte Nacht nicht so viel getrunken hätte, würde ich für immer hier mit dir liegen bleiben. Oh mein Gott, ich muss zur Arbeit. Oh. Oh ja. Schatz? Ja? Äh, du musst doch auch los, oder? Los? Wohin? Hä? Zur Arbeit. Zur Arbeit, ja richtig. Ja. Okay, jetzt wohl die Hormone nicht mehr so rasen. Sag es. Sagen was? Was dein neuer Job ist. Hab ich's noch nicht erzählt? Nein. Also wirklich? Ich will ehrlich sein, ich hab mir immer einen Architekten gewünscht, denn ich war ein großer Fan von Mr. Brady. Aber ich bin Realistin, also sag's mir. Ich finde, es ist ein guter Job. Er ist, wie du dir denken kannst, im Jobdistrikt. Jobdistrikt, spuck schon aus. Du würdest dir ja sagen, wenn ich hier endlich mal zu Wort kommen würde. Oh mein Gott. Du wirst das mit dem Job doch nicht nur erfunden haben, damit ich mit dir schlafe. Was, ob ich, ob ich das erfunden? Oh Mann, mir wird ganz schwarz vor Augen. Du hast es, sag es schon. Nein. Dann sag doch einfach, wo du arbeitest. Wenn das der Ton ist, der hier herrscht, wirst du überhaupt nichts erfahren, okay? Was soll denn das? Was soll? Ich mach mich fertig. Für den falschen Job. Den ich erfunden hab. Okay. Dann sag mir doch den Firmennamen. Du willst einen Namen? Eine ziemlich kleine Firma. Vielleicht kennst du sie. Halt die Schnauze und Co. Hat sie je die Robertis gefragt nach deren Jobs? Nein. Aber mich, ich bin ja kein der Robertis. Der Robertis. Klingt cool. Danke, der Robertis. Wahnsinn. Du lieber Gott, sie verfolgt mich. Die Tussi hat Vertrauensdefizite. Okay, Job, 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 Job. Wo finde ich dich, Job? Das würde böse. Ja. Verdammt. Hey, ich hätte eine Bitte an Sie. Borgen Sie mir die Uniform? Kenn ich sie? Nein. Trotzdem. Kann ich Ihre Uniform haben? Nein. Bitte, ich brauch Sie. Meine Freundin folgt mir. Und wenn sie nicht glaubt, dass ich hier arbeite, bin ich erledigt. Ich geb meine Uniform keinem, den ich nicht kenne. Oh. Wollen Sie ein Kaugummi haben? Ich will kein Kaugummi. Wie wär das, ein Coupon? Beim Kauf von einem Wopper gibt's einen zweiten umsonst. Hören Sie mal. Sie spinnen und ich mag Sie nicht. Also nehmen Sie Ihren Coupon und Ihr wielerliches Kaugummi und ziehen Sie Leine. Cary, was tust du denn hier? Ich bin hier gefolgt. Du arbeitest wirklich hier? Nein, ich bin hier reinspaziert und hab mir ein Hemd geliehen. Hey! Was fällt Ihnen ein? Ich weiß, ich bin den ersten Tag hier und kenn alles noch nicht. Sind Sie der, mit dem ich nachher mitfahren werde? Also jetzt reicht's langsam. Ist er nun hier beschäftigt oder nicht? Sagen Sie's mir! Wenn nämlich nicht, kneife ich in seine Brustwarzen und dreh sie so oft, bis sie wie Kronkorken abfallen. Äh, ja, er arbeitet hier. Tja, da hast du's. Willst du noch andere Zeugen vorladen oder glaubst du mir jetzt? Ich glaub dir, tut mir leid. Aber wieso diese Geheimniskrämerei? Na ja, ich liebe diese Kik, so bin ich eben. Und wenn du mit mir reiten willst, musst du... Ja, ja, schon gut, schon gut. Ich verstehe, was du meinst. So, ich muss jetzt so ein bisschen. Okay, alles klar. So blöd, dass mir das mit der Fahrgemeinschaft nicht früher eingefallen ist. Ich mein, IPS liegt auf meinem Weg zur Arbeit und abends nehm ich dich dann wieder mit. Ja. So sind wir noch länger zusammen. Nur wir zwei, ne ganze halbe Stunde. Wo soll ich abbiegen? Äh, ich... Was? Du fährst den Weg doch jeden Tag. Ich, ich verliere die Orientierung, wenn ich nicht selber fahre. Ich mein, dein Rechts ist mein Links und... Oh, wir sind da. Oh, wir sind da. Hey, wie geht's? Hey. Sind Sie nicht der mit dem geklauten Hemd und dem verfallenen Coupons? Ja, ja. Hören Sie, ist in der Nähe ein Multiplex-Kino oder eine Pizzabude? Denn ich muss genau acht Stunden totschlagen. Was ist eigentlich los mit Ihnen? Da ist dieses Mädchen Carrie. Sie haben sie gesehen. Die gruselige Zu-viel-Schminke. Ja, sie ist wirklich toll. Ja, ich hab gesagt, ich hätte einen Job, damit sie mit mir schläft. Und hab getan, als würde ich herfahren. Aber plötzlich will sie eine Fahrgemeinschaft. Und jetzt muss ich wirklich hier auftauchen. Klingt nach einer echt guten Beziehung. Geben Sie mir die Pakete rüber. Klar, kein Problem. Diese Freundin, wundert die sich nicht, dass sie kein Gehalt beziehen? Oh, das weiß sie gar nicht. Ich hab mir ein paar Tausender von meinem Mann geborgt und hab gesagt, Carrie braucht ein Nierentransplantat. Die Lüge ist gut, weil sie tatsächlich sehr oft pinkeln geht. Ach, übrigens, wie heißen Sie überhaupt? Deacon. Deacon Parma. Oh, Doug Heffernan. Witzig, ich war noch nie mit einem Schwarzen befreundet. Sind Sie noch immer nicht. Parma? Ja, Sir? Diese Boutique von Mr. David auf der Hillside, die haben ihre Ware gestern nicht gekriegt. Jetzt haben sein Lebenspartner und er gedroht, sie wollen mir die Augen auskratzen. Ja, wissen Sie, das kam so. Ich wollte die Lieferung gerade... Was hab ich vermasselt, Sir? Sie? Wer sind denn Sie? Ich bin Doug Heffernan, der neue Fahrer. Oh, ja, richtig. Ja, ich hatte Deacon versprochen, die Lieferung zu machen und dann bekam ich vom Krankenhaus Bescheid. Mein Onkel kriegt einen Nierentransplantat. Wo ist Ihre Uniform? Die hat jetzt mein Onkel. Der Geschenkshop war zu. Dann holen Sie sich was Neues. Und Sie machen die Lieferung, ja? Ja, Sir. Vielen Dank, Mann. Das war nett. Kein Problem. Du bringst dieses Nierentransplantat-Ding gern, oder? Der Cadillac der privaten Notfälle. Hey, du liest. Wieso denn nicht den Comic? Ich suche einen Job. Ah, ja? Ja, nur was Vorübergehendes, bis ich die Kohle habe für meine Brauerei. Mir geht was völlig Verrücktes durch den Kopf, Bruder. Statt jeden Tag hier rumzuhängen, arbeite doch wirklich hier. Weiß nicht. Ich bin ein kreativer Vogel. Ich muss flattern können. Hey. Carrie, was willst du denn hier? Eine Speziallieferung heißer Liebe. Das bedeutet küss mich. Oh, okay. Musst du nicht arbeiten? Nee, da läuft bloß ein blöder Erste-Hilfe-Kurs, Gane. Da hab ich gedacht, ich überrasche meinen Freund mit einer kleinen Carrie und einem Kuchen. Das ist toll. Vielen Dank. Ich muss leider los. Hey, Häffern, da warten zwei Paletten seit einer Stunde am Gabelstapler. Die müssen aufgeladen werden. Fangen Sie an. Heißt das, ich werde jetzt sehen können, wie du einen Gabelstapler bedienst? Geh lieber etwas zurück, bitte. Aber klar doch. Diese Maschine ist etwas knifflig. Erst rückwärts und dann fährt sie richtig und dann schwitze ich jeder. Scheiße. Wir müssen die Kisten erst öffnen, um den Inhalt zu checken vom... nicht mehr. Nein. Nein. In mein Büro, aber sofort! Der spinnt schon wieder. Da stehen ungefähr 250 zerquetschte Kisten. Erklären Sie das mal. Ich weiß auch nicht. Ich bin immer noch besorgt wegen meines Onkels. Er verträgt die Niere nicht. Erst vermasseln Sie mir die Kleidersache und jetzt das. Ich, ähm, tut mir leid. Ich muss Sie entlassen, Herr von Herrn. Sir, das können Sie nicht. Oh doch, das kann ich. Können Sie nicht? Ich arbeite gar nicht hier. Reden Sie kein Blödsinn. Sie waren beim Firmenpicknick. Wir haben das Dreibeinrennen gewonnen. Ich bin hier nicht angestellt. Ich habe meiner Freundin vorgelogen, dass das hier mein Job wäre. Dabei komme ich nur her und bummle rum. Was für eine kranke Idee. Sir, bitte, wenn Sie rauskriegt, dass ich Sie angelogen habe, erschlägt Sie mich also. Tja, wie soll ich sagen, ähm, kriege ich bei Ihnen einen Job? Ihnen ist schon klar, dass das jetzt nicht zur besten Zeit kommt. Ich weiß das, Sir. Aber ich sag Ihnen was, wenn Sie mir diese Chance geben, werde ich der beste Fahrer, den Sie je hatten. Tja, ich bin erledigt, wenn jemand erfährt, dass Zivilisten hier Gabelstapler fahren. Und wir sind die neuen Dreibeinlaufjams. Richtig. Na, was sagen Sie? Können Sie mich nehmen? Also, wo ich Sie gerade gefeuert habe, ist eine Stelle offen. Na gut, fangen Sie am Montag an. Wahnsinn. Danke, Sir. Willst du meinen Truck sehen? Und jetzt sehen Sie eine neue Folge der Serie Melrose Face. Entweder bade ich oder gucke Melrose. Oder beides. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Hi, Kleiner. Hier ist Duck. Ich wollte nur sagen, dass du deine Jacke bei uns vergessen hast. Und, äh, ach ja, ähm, Kimberly ist nicht tot. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Dieser Fress-Tempel soll unglaublich sein. Ich bestelle gleich beim Reingehen, also denk schon mal nach. Ja, ich kenne diese Nummer. Ähm, da war ein freier Platz. Der war nicht gut. Und warum nimmst du den nicht? Zu klein. Ja, deswegen fährt der Kleinbus da jetzt rein. Jetzt mach. Moment. Na bitte, na bitte, na bitte. Okay, ein Moped. Also, so was Egoistisches. Oh, oh. Die Frau will in den Wagen steigen. Oh, okay. Na, beeil dich doch. Jetzt packt das blöde Baby endlich in den Kindersitz. Was bleibt uns da erspart, ha? Oh, ja. Jetzt mach schon, Alte. Ach, ich fahr weiter, ist mir zu stressig. Das kann nicht wahr sein. Wir müssen noch eine Runde drehen. Weißt du was? Klappe halten. Okay. Danke, ich finde schon einen Platz. Einen wie den, den du gerade übersiehst? Bloß, weil deine Riesenbirne davor hängt. Hör zu, ich hab keinen Hunger mehr. Ich will nach Hause fahren. Okay, kannst du haben. Dann läufst du aber, Schwester. Wenn es weiter nichts ist. Ja, raus. Los, verschwinde. Hau ab. Ich wünsche dir einen schönen Hochzeitstag. Wünsche ich dir auch. Ich sag doch nur, ich hab schon irre Typen beliefert. Hab nackte beliefert. Es ist nie einer wie der andere. Ich musste mal zu einem Typen mit Spock-Ohren. Immer einen draufsetzen, ha? Hey, Deacon. Hey, Mann. Wer hatte diesen Spinn vor mir? Äh, Gomez. Den Bildern nach, die er mir vererbt hat, mochte er die üppigen Ladies, ha? Ja, er sie schon. Ach, übrigens, ich mach diesen Samstag ein Barbecue. Wär nett, wenn du mit deiner Familie kommen wirst. Oh, cool, Mann. Hier steht wann und wo. Was wollte der Neue denn? Er macht am Samstag ein Grillfest und hat mich eingeladen. Ah, er kriecht bei den Veteranen. Der Junge hat Stil. Die Frage ist, werde ich Bock darauf haben, mehr Sauerkraut zu essen, als für fünf Menschen gut ist? Die magische Zauberkugel zahakt. Was geht ab, Jared? Hi, nicht viel, Duck. Das war, war eigenartig. Haben dir meine Tipps für die letzte Tour geholfen, oder... Äh? Ja. Ja, ja, danke. Ah, mal sehen, was wir hier in der guten alten Chips-Abteilung haben. Oh, Barbecue. Jeder wartet nur noch auf den Samstag, yeah. Jeder freut sich auf das Barbecue. Auf das Barbecue-Kü-Kü-Kü. Meine magische Zauberkugel sagt, das war schrecklich mit anzusehen. Oh, gut, dass du da bist. Hör zu, wegen der neuen Fliesen fürs Badezimmer. Hättest du gern den Ascheton oder das Grau? Hm, ich bin für Asche. Das klingt wie ein schmutziges Wort. Danke für die Hilfe, Kumpel. Na gut, dann werden wir das am Sonnabend entscheiden, wenn wir in den Fliesenladen fahren. Moment, da können wir Sonnabend nicht hin. Wieso nicht? Jared, der neue Fahrer, macht ein Barbecue. Oh, und wann fängt's an? Keine Ahnung. Und wo ist es? Ich bin nicht sicher. Wann weißt du das? Kann ich nicht sagen. Was hält mich davon ab, dich zu betrügen? Die Sache ist die, er hat fast alle gefragt, bloß mich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Naja, vielleicht mag er dich einfach nicht. Entschuldige, was? Carrie, weißt du eigentlich, was ich in der Firma abziehe? Ich mein, man schlägt sich darum, mittags neben mir zu sitzen. Man findet mich, es ist mir peinlich, das zu sagen, umwerfend. Okay. Jetzt weiß ich's, natürlich. Er fürchtet bestimmt, wenn er mich einlädt, würde ich Nein sagen. Genau, ja. Das schönste Mädchen traut sich keiner, zum Ball mitzunehmen. Wow, das wahre Leben ist brutal. Ich bitte dich, ein Kollege mag dich nicht. Was ist schlimm daran? Es stört mich, verstehst du. Ich wünschte, ich wäre wie du und könnte das an mir abprallen lassen. Was heißt das? Du weißt schon, im Büro mag dich keiner. Und es ist dir egal. Was? Im Büro mögen sie mich alle. Was ist mit Michelle? Ah, Michelle ist ein Miststück. Javier? Marci? Der Kerl im Rollstuhl? Oh, weißt du was? Bei der Arbeit mögen mich alle und du kannst deine Asche vergessen. Asche. Na, ihr? Ist irgendwas? Ich wollte nur Hi sagen. Oh, okay. Hi. Oh, und ich habe mir endlich diesen Film angesehen. Hat ja auch lange genug gedauert. Ich fand die großartig. Komisch, ne? Vor allem, als sie das Auto... Na, was geht ab, Freunde? Tolle Stimmung. Äh, ich muss wieder an die Arbeit. Ja, wir auch. Hi, Carrie. Oh, Lisa, Gott sei Dank. Was ist? Darf ich dich was fragen? Ähm, die anderen Mitarbeiter können die mich leiden? Also, ich mag dich sehr. Ja, das weiß ich, aber was ist mit den anderen? Oh, äh, nein, die anderen mögen dich nicht. Doug hat völlig recht. Du kannst nichts dafür. Ich meine, du bist immer so beschäftigt und wenn man im Stress ist, kann man eben nicht nett sein. Soll ich dir was sagen? Wenn das den lieben Mitarbeitern hier so wichtig ist, dann spiele ich das Nettsein-Spiel eben. Ich werde es euch schon noch beibringen, wie nett ich bin. Was könnte ich tun? Ähm, du könntest gern beim Ablegen der Kreditdaten helfen. Ich bitte dich, das ist doch hier kein Spaß. Es sollte was, sollte was Auffälliges sein, verstehst du mich? Was die Leute aufhorchen lässt. Da, da drüben, wer ist das? Das komische Huhn in den Öko-Schulen. Ähm, Don. Don, stimmt. Der wird dich jetzt mal in Kübel Nettigkeiten über den Kopf kippen. Ich weiß, warum man mich nicht wegen des Barbecues fragt. Toll, jetzt bin ich glücklich. Ich hab beim Essen neulich mal gesagt, wer Sauerteigbrot mag, ist ein Weichei. Ja, und? Wieso gebe ich Lebensmittelkurse, wenn es niemanden interessiert? Ich guck's aus, worum geht es. Als ich das sagte, hat er mich so angeguckt. Vielleicht mag er Sauerteigbrot, vielleicht war er sauer. Aha. Was? Hallo, frag ihn, ob er Sauerteigbrot isst. Was? Ich bin doch nicht bescheuert. Aber du schuldest mir was. Wofür? Gut, ich schulde dir was. Nun mach schon. Er hasst Sauerteigbrot. Verdammt. Da muss aber was sein. Hey, weiß er, dass ich hier im Viertel wohne? Weiß er, dass ich in der Nähe wohne? Nein. Er denkt, du fliegst von deiner Ranch ein, um Pakete auszuliehen. Ich will das jetzt wissen. Hör zu, du gehst einfach hin und fragst, ob er mich mag. Mein Gott, Mann. Jetzt mach's einfach. Ich bin zu alt für so einen Mist. Ich kann mir aussuchen, wen ich mag. Ich kann mir aussuchen, wen ich mag. So was wagt er zu sagen? Tag, diese Pizzarollchen sind unglaublich. Wie machst du die? Ich tunke sie in Speckfett. Wie kommt ein Anfängerfahrer dazu, sich auszusuchen, wen er mag? Wenn schon, dann such ich mir das aus. Wie auch immer. Sehen wir uns jetzt das Spiel an? Hey, wenn's dir so viel bedeutet, werde ich dich als meinen Partner mit da hinnehmen. Ja, ich bin da eingeladen. Und? Er bringt sogar seine Katze weg, wegen meiner Allergie. Das ist ein Eintraf. Hör mal, mein Sohn hat gerade 18 Stiche verpasst gekriegt und jammert weniger als du. Wisst ihr was? Es ist mir völlig egal. Er will mich nicht. Das ist sein Problem. Okay? Carrie wollte sowieso eigentlich im Fliesenladen einen drauf machen. Solche dummen kleinen Partys muss ich wirklich nicht haben. Schön für dich. Ja, und der Typ wird sich noch umgucken. Der spielt sowieso nicht in meiner Liga. Pech gehabt und Ende. Hey, wir sind vom Mittagessen zurück. Haben wir was verpasst? Don, mein Gott, du siehst ja fantastisch aus. Carrie hat mir ein Makeover gemacht. Wow, ich hätte sie fast nicht wiedererkannt. Carrie, das war ja wirklich nett von Ihnen. Ja, 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 so bin ich eben. So ehrlich, bisher war noch nie einer so nett zu mir wie du. Vielen Dank. Oh, 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 du hübscher Engel. Okay, okaychen, komm schon, komm schon. Bitte keine Tränen, der Mascara ist nicht wasserfest und wir wollen doch noch in der Buchhaltung mit dir angeben. Komm. Okay. Okay. Guten Morgen. Oh ja, dir auch. Tolles Shirt. Willst du ein halbes Sandwich? Ich, ich hab keinen Hunger, danke. Broschutto. Äh. So nennt man Schinken für Reiche. Verstehe. Ich, ich hab keine Tränen im. Ich hab keine Tränen im. Das ist schon klar. Der Kerl ist ja nicht normal. Ja? Hey. Bitte kurz, Herr Fennander, ich habe viel zu tun. Ich brauche nur eine Sekunde. Es geht um den neuen Robinson. Oh ja. Wissen Sie, ob wir zu dem Barbecue Badeklamotten mitbringen sollen? Ich entscheide mich nämlich immer für das Falsche. Genau darüber will ich mit Ihnen sprechen. Ich weiß nicht, ob man es Ihnen schon gesagt hat, aber ein paar wurden nicht eingeladen und ich denke, das ist schlecht für die Moral. Und um wen geht es? Soweit ich weiß, um mich und den vom Recycling. Nein, nein, Timo kommt. Er ist mein Fahrer. Herr Fennander, was ist los? Es ist... Diese Sache macht mich verrückt. Ich kann nicht verstehen, was der Kerl gegen mich hat. Ich habe alles versucht. Auch den Löffeltrick? Tja. Wissen Sie, was bei Depressionen gut hilft? Pakete ausliefern. Ich weiß, Sir, aber haben Sie nicht irgendwelche Lieferungen, die weit weg sind? Ja, wieso? Schicken Sie mich mit Jared los. Was? Nur ein paar Stunden mit ihm allein und ich bringe das Problem in Ordnung. Kommen Sie bitte, da verarbeite ich an den nächsten drei Wochenenden. Nur nicht dieses, denn da ist ja das Barbecue. Von hier aus? Danke, danke, Sir. Tja, hier ist Computerkram für Pittsburgh. Ich stehe ja nicht so auf Pittsburgh. Na gut. Also hier habe ich noch was, das muss zum Lake George. Oh, ein See. Die Magie des Wassers. Carrie, die hat jemand auf meinen Schreibtisch gestellt. Waren Sie das etwa? Hat hier jemand gehört, dass Sie Hortensien lieben? Ich denke schon. Oh, sie sind die Beste. Nein, die Beste sind Sie. Hey, Carrie, danke für die Salsa-Stunden. Ah, den Adder, Baby. Hey, Carrie. Da ist sie ja. Ich wusste, die Sachen würden toll an dir aussehen. Du hattest recht. Danke für alles. Hey, wolltest du nicht Ohrringe kaufen? Oh, naja, ich habe keine Ohrlöcher. Ich hatte immer Angst davor, welche machen zu lassen. Wenn wir nachher essen gehen, kippst du ordentlich ein und po, po, fertig ist es. Na ja. Hey, Jared, zum See geht es, glaube ich, da lang. Das könnte aber ebenso gut auch da lang gehen. Komm, wir sind Kollegen. Natürlich kümmere ich mich um Ihre Eule, während Sie weg sind. Okay. Kein Problem. Bis morgen. Wiederhören. Übrigens, ich komme morgen etwas später nach Hause. Wieso? Oh, ich habe mit dem neun eine Tour nach Norden. Ah, du willst deinem neuen Macker wohl imponieren. Hör auf, ihn meinen Macker zu nennen. Das ist nervtötend. Ich bin so fett. Hör zu, mein kleiner Papa würde wahnsinnig gern bei deiner Aufführung dabei sein. Es geht aber leider nicht. Du bist mein großer Junge, wein doch nicht. Okay, ich liebe dich und seh dich morgen. An der nächsten Ausfahrt ist ein Brezelladen. Wieso musste Oboi mich hier für einteilen? Er wusste doch, dass ich was vorhatte. Ja, er kann fies sein. Ich sage dir, was diese Tour braucht. Ein bisschen Unterhaltung, ne? Nichts, ich mag die Bee Gees. Oh, alles klar, kein Problem. Das kommt schon. Da treibt ihr euch rum. Nicht so richtig. Nein, 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 du willst Drive-Talking, du kriegst Drive-Talking, mein Freund. Kein Problem. Geh von. Vorbei. Tut mir leid. Jonathan. Verdammt. Hi, Carrie. Wow, 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 wow. Hey, was läuft denn hier? Hä? Oh, ich war heute Morgen wahnsinnig spät dran. Ich hatte einfach keine Zeit. Du weißt schon, mich aufzubrezeln. Du hattest aber Zeit zum Bagel holen. Ehrlich gesagt, ich bin dir wirklich dankbar für alles, aber mir ist klar geworden, dass ich einfach nicht mehr ich selbst bin. Aber das hättest du sagen müssen. Wie denn, wenn du einen dauernd umarmst? Aber trotz allem danke, das war wirklich süß von dir. Kein Problem. Einen Augenblick noch, Dawn, tut mir leid, aber das kann ich so nicht akzeptieren. Bitte? Dass du einfach wieder den alten Look trägst, das verdirbt hier die ganze Stimmung. Tut mir leid. Ach, ähm, schon okay, schon okay. In der Pause gehst du heim und ziehst dich schnell um. Aber jetzt sind erst mal deine Haare dran. Okay, also... Nein, nicht. Komm, lass mich. Nein, nicht, Carrie, ich möchte mich... Komm, Baby, komm her, ich muss dich jetzt einfach mal drücken. Lass das rein. Bitte, endlich auf. Ich hab gesagt, das passt nicht zu mir. Ja, aber versteifen wir uns doch nicht nur auf das, was du willst. Hör zu, ich mag das neue Outfit nicht. Durch die Schuhe krieg ich dicke Füße, die Haare hängen mir in die Augen und ich fühl mich nun mal mit Pferdeschwanz wohl an. Ein Pferdeschwanz ist aber keine Frauenfrisur, sondern eine Pferdefrisur. Genau gesagt, gibt's keine Pferdefrisur. Okay, siehst du, Paul Dexter, genau das ist die Haltung, wegen der du seit fünf langen Jahren kein Date mehr gehabt hast. Na, komm schon, sei lieb, sei lieb, drück mich. Nein, nein, ich will nur, dass du mich hier vorlässt. Ja, na schön, wie du willst. Lauf weg, renn weiter so rum und du wirst allein sterben. Was guckt ihr denn so, ha? Was ist mit Ihnen, Marci, braucht Ihre Hortensie kein Wasser? Na, bitte. Festgefroren, Matt? Ha? Wenn nicht jemand in die Pedale tritt, schaffen wir's nie bis zur alten Brücke vor Sonnenuntergang. Ja, hör zu, Doug, es macht wirklich Spaß, aber wir sollten langsam zurückfahren, ja? Und in der Rushhour stecken bleiben? Entspann dich. Zwei Kollegen machen eine wundervolle Boots-Tour. Oh, es gibt nichts Besseres, oder? Oh, my child! Okay, das wird jetzt albern, wir fahren zu euch, komm. Noch fünf Minuten? Nein. Und dann bis wir eine Ente sind? Wir haben Ente gesehen, mein Gott. Was, wovon sprichst du? Ich weiß, was du gesagt hast, klar, du suchst dir aus, wen du magst. Was? Spiel nicht in dumm, Deacon hat es mir gesagt. Gut, vielleicht hab ich sowas gesagt, ich weiß es nicht mehr. Oh, du weißt es nicht, er weiß es nicht, ist das zu fassen. So, ich will zurück. Aber das ist ja riesig, ich mach mir die Mühe, damit Obol mich mit dir fahren lässt und dir ist das scheißegal. Warte, du bist schuld daran? Wegen dir verpasst ich das Stück meines Sohnes? Ich bitte dich, sowas ist Folter und das weißt du. Ich mein, was hast du nur gegen mich? Also im Augenblick ist die Antwort sehr einfach, Doug. Wie du willst, dann hasse mich, ist auch egal. Ja, gerne, danke. Würdest du bitte mal eine Minute mit dem Treten aufhören? Also, ich muss irgendwie mein Gesicht wahren, okay? Wenn du mich zu deinem Barbecue einlädst, dann verschwinde ich für immer aus deinem Leben, versprochen. Nein, wir fahren jetzt wieder zurück. Ich hab keinen Bock mehr. Wir fahren nirgendwo hin, klar, bis du mich einlädst. Und das werde ich Licht machen. Wirst du nicht? Nein, hey, hey, was soll das, Mann? Du kippst den Turm, sei vorsichtig. Ja, wenn ich uns umkippe, gerate ich in Panik und dann werde ich deinen Arsch runterziehen wie einen Anker. Hast du den Mist? Mann, hör jetzt auf! Legst du mich jetzt ein oder willst du runtergehen? Okay, okay. Ich lad dich zu meinem Barbecue ein. Okay. Irgendwas mitbringen? Irgendwas in der Post? Deine sportillustrierte Kreditkartenabrechnung und irgendwas Offizielles. Ah, eine abgeänderte, einstweilige Verfügung. Oh, deine oder meine? Meine. Sieht aus, als dürfte ich mich Don jetzt wieder auf 30 Schritte nähern. Angeberin. Harry, ich brauche dich. Ich arbeite, Dad. Meine Fischstäbchen brennen an. Dann nimm sie doch aus dem Ofen. Du hast gesagt, dass ich nicht an den Ofen darf. Entscheide dich mal, Mussolini. Das ist okay, Dad. Wo versteckst du die Topflappen? Die versteck ich an einem Haken über dem Ofen. Ich sehe hier nur Schweinepuppeln. Das sind Topflappen. Die sind beide für links. Sag mal, du sitzt die ganze Zeit daneben? Äh, ja. Könntest du wohl in die Küche gehen und dich darum kümmern? Hey, hey, hey. Die gehören mir. Ist alles geregelt. Danke, Baby. Hi, Alpha. Ah, Sie kommen pünktlich zu einem Schälchen Ballaststoffe 4000. Das Zeug zeigt Ihren Gedärmen, wer der Boss ist. Ähm, sowas esse ich dann lieber, wenn ich zu Hause bin. Sie wissen nicht, was Sie verpassen. Hören Sie, ich muss etwas mit Ihnen besprechen, Arthur. Ich werde bald nicht mehr mit Ihnen spazieren gehen können. Was? Ich ziehe nach Manhattan rüber zu meinem Freund. Und so fängt der alte Tanz um den Dollar an. Kommen wir zur wahren Geschichte und halten wir uns nicht mit Märchen auf. Sie wollen mehr Geld. Nein, nein, nein. Ich muss kündigen und habe gehofft, Sie geben mir Ihren Segen. Hi, Ken. Hi. Du kommst genau richtig. Holly hat ein paar super Neuigkeiten. Sie will umziehen zu ihrem Freund nach Manhattan. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr enttäuscht. Was ist los? Ich habe da einen Mann kennengelernt. Er ist wirklich toll. Er ist lieb und total witzig. Und wenn abends die Lichter ausgehen, dann ist er ein echter. Oh, nur die Ruhe, Kleines. Und wer ist denn das? Wo haben Sie ihn getroffen? Wir, na ja, sind uns begegnet. Einfach begegnet. Ist das nicht Wahnsinn? Tja, nun weiß ich's. Und er möchte, dass ich mit ihm in sein Penthouse in Manhattan ziehe. Wissen Sie, er besitzt einen Limousinen-Service. Wie nett. Was ist? Nichts. Es ist nur schon öfter passiert, dass Sie total begeistert waren wegen eines neuen Mannes. Und bisher waren es leider immer nur Reinfälle. Was meinen Sie? Da war zum Beispiel dieser Kerl, der ihn weiß gemacht hat, er wäre Vize-Gouverneur von New Jersey. Spike? Ja. Das war anscheinend genug. Ja, ja. Aber Carl ist völlig anders, das weiß ich. Na, das hoffe ich doch. Aber bevor Sie komplett Ihr Leben verändern, wäre es vielleicht klug, mal nachzuchecken, ob Carl der ist, der er zu sein scheint. Und ob er es wirklich ernst mit Ihnen meint. Stimmt. Was, wenn ich wieder so einen verlogenen Arsch erwischt habe? Dann klingelt wieder das Telefon. Ich bin so besoffen, können Sie mich abholen und nach Haus fahren und dann haben wir den Salat. Hab ich das getan? Nicht nur einmal. Ich sag euch, mein Hund ist so traumatisiert, weil Holly ihn nicht mehr Gassi führt, dass er gestern immer eine Slipper gepinkelt hat. Ehrlich gesagt, das war ich. Stell sie nicht neben die Toilette. Du weißt, ich mach nach rechts. Wenigstens hast du einen glatten Strahl. Arthur ist wie ein Rasensprenger. Hey, 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 seht euch das hier mal an. Sag nicht, Sie haben wieder diese Tofu-Sticks. Ich schwöre euch, dann werde ich gehen. Nein, 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 Mann. Hier, Sie haben ein Sandwich nach mir benannt. Was? Das Dicken, das ist ja cool. Zeig mal her. Ja, Paddy fand die neue Kombi, die mir neulich eingefallen ist, wohl publikumswürdig. Tja, da gibt es nur ein Problem. Das ist mein Sandwich. Was, spinnst du? Das war meine Idee. Ein Club-Sandwich mit Schinken, Pastrami, Zwiebelring und Soße. Ja, aber ich hab den Schinken weggenommen und statt Soße lieber eine Prise Mehlrettich. Ja, aber es ist meine Idee. Naja, für dich ist Essen Nahrungszufuhr. Für mich ist es ein kaum erforschtes Land. Oh, oh, dann bleib nicht zu lange, sonst ist es bald leergefressen. Im Übrigen krieg ich Deins in jedem Bennyguns. Hey, Leute, wir sind doch Freunde, verstanden? Ich sag euch was. Nur eine Idee, starten wir eine Umfrage. Spence, wessen Sandwich ist das? Bitte zieh mich da nicht mit rein. Das ist wie damals, als Dad verschwand. Gut, wie du willst. Ein wahrer Freund würde das mit der Karte klären. Du bist wohl keiner. Schäm dich mal. Du benimmst dich wie ein Baby, weißt du was? Ich bin kein Baby, du bist das Baby, denn Babys krapschen sich alle Sachen. Das ist klassisch für Babys. Na, Jungs, habt ihr euch schon entschieden? Ja, ich hätte gern einmal mich. Oh, einmal Deacon. Mir auch eins. Bringen Sie drei. Pass bloß auf, Kleiner. Also drei Deacon. Und was wollen Sie? Ach, wissen Sie, ich hab keinen Appetit mehr. Ein Burger, okay, mit den getretenen Fritten. Keine Steakfritten. Die waren neulich. Bringen Sie mir einfach die getretenen. Entschuldigen Sie bitte. Ich hörte gerade, Sie haben das Steaken kreiert. Ja, ja, in der Tat. Das hatte ich eben und es ist einfach genial. Danke, Mann. Ich dräng mich ungern auf. Aber signieren Sie mir die Karte. Natürlich. Schreiben Sie bitte obendrauf, für Roger. Kein Problem. Vielen Dank. Für Roger nicht aufhören zu träumen. Sehr originell. Dieten Paar. Ja. Danke. Ich hab mit Carl geredet. Baby, tut mir leid. Besser, man erfährt es gleich. Wir werden heiraten. Was? Ich hab getan, was Sie gesagt haben und ihn zur Rede gestellt. Und bumm, hat er mir einen Antrag gemacht und mich damit überrascht. Ist der nicht wundervoll? Holly, Holly. Wann werden wir es lernen? Was meinen Sie? Ich bitte Sie, das war zu leicht. Sie fragen ihn was und er macht sofort einen Antrag und zaubert einen Mords-Diamantring an Ihren Finger. Mein Gott. Sie meinen, er wäre nicht echt? Baby, das ist eine abnorme Größe. Aber Carl hat gesagt... Ja, ja, die sagen alles, was die Mädels hören wollen, Kindchen. Wenn Sie die Wahrheit über das Teil wissen wollen, lassen Sie Profis ran. Er ist makellos. Wirklich? Wirklich? Er ist einfach hinreißend. Die meisten Diamanten haben einen gelben Strich oder winzige Einschlüsse oder klitzekleine schwarze Punkte. Aber der hier ist super. Und der Schliff. Sehen Sie, wie am Licht tanzt? Okay, kriegen Sie sich ein. Hesch! Heschy, komm und sieh dir das an. Na gut, wir können dann wieder gehen. Heschy hat ihn noch nicht gesehen. Ich frag nur, ob wir ihn den Duck nennen können. Aber er hat schon einen Namen. Das Ding heißt Taco. Aber das ist ein Taco mit Rellisch und darauf zerbröselten Crackern. Komm schon, die anderen gucken mal. Oh, okay, wir werden das. Du, äh, du änderst Hotdog in Hotdog. Nimm doch das, äh, das U aus Suppe. Die isst sowieso keiner. Ich sag's dir. Der ist der Nächste. Hey, ignoriere mich nicht, Manny. Ich hab dich groß gemacht und kehre das leicht wieder um. Hey, deinetwegen hab ich Samstag die Schicht gekriegt? Tja, ich weiß, wie gern du deinen Namen überall hinschreibst. Ich dachte, du wärst froh. Das ist Kerbys 10. Geburtstag. Ein gutes Alter zu erfahren, dass sein Dad ein Gauner ist. Du bist so klein. Ja, ich bin klein. Darum nennt Manny ein Eiersalat-Sandwich nach mir. Wehe, wenn du nicht mitspielst. Also, du sagst mir, Peter, dass du mit mir für einen Dollar weniger als meine bisherige Betreuerin spazieren gehst. Und das inklusive Sonnencreme. Hi, Arthur. Oh, das ist aber feinlich. Ich habe gerade Ihren mutmaßlichen Ersatz zum Gespräch gebeten. Oh, wie schön. Ich wollte Sie nur noch mal an meine Party morgen im Coopers erinnern. Oh, Ihr abgefeimter Trich. Ich meine, Ihre Abschiedsfeier. Ja, ja, ich komme. Gut. Entschuldigen Sie mich bitte. Dieser junge Mann möchte gern alles über meine lebenslange Brieffreundschaft mit Mr. Neil Sedaka hören. Holly, sind Sie das? Ja. Ich bin hier drüben. Ich habe gerade Ihren Freund gegoogelt. Kann ich jetzt verschwinden? Nein, Peter. Okay. Sehen Sie, mit Karls Sozialversicherungsnummer kriege ich seinen ganzen Lebenslauf. Und wie sind Sie an die rangekommen? Entschuldigung, checken wir hier ihn oder mich? Haben Sie denn irgendwas da gefunden? Jawohl, leider sehen Sie sich das an. Es ist nicht erfreulich. Hier steht doch nur was von einigen nicht bezahlten Parktickets. Ja, so ist es, Holly. Der Kerl denkt, ihm kann keiner und er kann parken, wo er will. Was denken Sie, macht er sonst noch, wie und wo er will? Sie haben doch gesagt, Doug würde auch viele Tickets kriegen. Aber der ist nur ein Idiot. Okay, ähm, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ja, ich will nicht, dass Sie einer verletzt. Nochmals, Dankeschön. Kennen Sie von Karls Mutter den Mädchennamen? Nein. Kein Problem, kriege ich raus. Ich habe mal eine Frage. Du arbeitest für einen Anwalt, nicht? Das habe ich mal, aber mittlerweile arbeite ich seit anderthalb Jahren für eine Immobilienfirma. Ist ja auch sowas. Ich möchte eine Klage einreichen oder Verfügung oder so. Du kennst das ganze Fachblabla. Der Punkt ist, ich will Dicken verhaften lassen. Was redest du da für ein Blödsinn? Ich erfinde ein Sandwich und er profitiert davon. Wo ich herkomme, nennt man das Unrecht. Und weißt du, was noch Unrecht ist? Was? So einen jämmerlichen Ring wie den zu verschenken. Was? Ja, ganz recht. Ist er makellos? Tanzt er auch im Licht? Tut er das? Tut er das? Naja, du bewegst ihn so schnell, ich finde schon. Wo liegt das Problem? Ich weiß auch nicht. Kaum hat Holly diesen Kerl getroffen, kauft er ihren fetten Diamantring und zieht mit ihr in ein echtes Wahnsinnsapartment in Manhattan mit Sicht auf den Park und... Naja, das wollte ich auch alles mal. Du bist sauer, weil ich dir das nicht geben kann? Nein, ich hab mich arrangiert mit... Na toll. Ich denke, ich bin sauer, weil sie... Ich mein, wer ist sie, dass sie meinen Traum lebt? Verstehst du? Sehr gut, denn Deacon lebt meinen Traum. Es ist dasselbe Ding. Entschuldige mal. Mein Traum ist bessere Lebensqualität. Dein Traum ist die Wiedergeburt als Sandwich. Ja. Mark, du musst... Weißt du was? Ich hab nicht mal mehr die Energie zu streiten. Sag einfach, was du zu Hollys Party anziehen willst. Ich seh zu, dass es sauber ist. Oh, ich besuch keine Party, wo ein gewisser Ex-Freund sein wird. Mark, uns ist beiden klar, dass wir irgendwie zu kurz gekommen sind. Aber Deacon und Holly sind unsere Freunde. Wir müssen auf die Party und ein bisschen mit Freude heucheln. Was für eine Show. Oh, wir sind ja so verliebt. Ich brauch eine Kotztüte. Du wolltest, dass wir hier Freude zeigen. Oh, wirklich? Dann gib Deacon einen Kuss. Dafür, dass er dir das Wertvollste im Leben geraubt hat. Oh, hi, Carrie. Eine tolle Party, hä? Jep. Das weiß keiner, aber ich hatte immer eine große Schwäche für Holly. Ich meine, ich bin froh, dass sie einen Karl hat. Er ist wirklich ein sehr netter Karl. Mann, lass dir Eier wachsen, ja? Äh, was? Wie oft hat das Mädchen hackevoll vor dir gestanden, nachdem sie deinen hässlichen Hund ausgeführt hat und du hast trotzdem nichts mit ihr gebacken gekriegt? Machst mich krank. Das Essen ist serviert, Freunde. Äh, was ist das? Der Riesendeacon, wollen Sie was? Oh nein, danke. Vielleicht, wenn braune Soße drauf wäre, statt des Meretis. Dann wird er doch glitschig. Sie sind glitschig. Was? Verschwinden Sie. Was für eine Party. Danke. Nur eins stimmt nicht. Nächstes Mal finden Sie einen besseren Darsteller. Als Verlobter überzeugt er mich gar nicht. Der Typ gehört auf ein Brötchen, weil er ein Aal ist. Also, ich möchte wetten, das Limousinengeschäft läuft recht gut, hä? Nun ja, es ist viel Arbeit, aber macht Spaß. Das glaube ich Ihnen gern. Wie, meinen Sie das? Kommen Sie, ich bin's. Es ist nachts, Sie fahren ein vollgekokstes Supermodel zum Flughafen, plötzlich hüpft sie auf den Beifahrersitz. Oh, du besitzt viele lange Autos, das ist ja heiß. Ähm, Carrie, kann ich Sie kurz mal sprechen? Kein Problem, bis gleich. Alles okay? Ich, 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 ich sag euch, die, die, dieser, dieser, dieser Dicken oder wie immer das Ding heißt, der ist so trocken, ich krieg hier nicht mal runter. Das, das, das ist, ich brauche etwas, damit es saftiger wird und nicht glitschig. Nimmst du einen Schluck Wasser? Ist ja widerwärtig. Nein, ich brauche etwas Weiches, so, so was wie diese Soße. Oh ja. Das mir nicht Sandwich. Hör mal zu, ich habe jetzt genug von deinem Mist. Und ich von deinem. Gut, gehen wir vor die Tür. Gerne sofort. Wann los? Ja, mit Vergnügen. Blöd, Mann. Tja, ich wüsste gern, wieso Sie an meinem Verlobten rumfingern. Ich habe nur einen Test gemacht und wenn Sie mich weiter so angehen, werde ich aufhören, Ihnen zu helfen. Helfen? Sie wollen bloß alles ruinieren. Ui, was habe ich davon, alles zu ruinieren? Keine Ahnung, aber Sie sind vielleicht wütend, weil ich einen echten Supertypen heirate. Entschuldigen Sie mal, mein Typ ist auch echt super. Hatten Sie jemals eine Freundin, deren jämmerliches Leben Ihnen geholfen hat, sich selbst besser zu fühlen? Was? Nein. Ich, ja. Das waren Sie. Oh. Oh, das tut mir aber leid, dass bei mir jetzt alles besser läuft. Ich bin okay, ist ja gut. Ich bin geliebt von ihm. Sie haben ja so viel Verständnis. Ja, ich weiß. Das war keine böse Absicht. Dankeschön. Der Wagen ist hier. Wir sollten lossausen. Ich komme gleich, Schatz. Lossausen. Ich sag Ihnen, mein Radar für schwule Kerle geht boom, boom, boom. Viel Glück, Mäuschen. Danke. Bye. Bye. Noch ein Gin Tonic. Ihr Leben muss wohl ziemlich ätzend sein, hä? Nein, Paul. Ach schön, Sie haben gewonnen. Sie kriegen von Duck und Carrie einen Dollar mehr die Stunde. Aber natürlich werden Sie mir ein Viertel Dollar davon abgeben. Würden Sie bitte aufhören? Wieso begreifen Sie es nicht endlich? Ich bin nicht mehr da. Wirklich? Ja. Und so erfahre ich davon? Entschuldigung. Sie waren die beste Gassigiererin, die man sich wünschen kann. Danke. Und von meinen Kunden waren Sie bei weitem der interessanteste, der auch keine Eichhörnchen verfolgt hat. Sie sind eine miese Lügnerin. Aber ein wunderbarer Mensch. Hören Sie, Carl ist noch drin. Machen wir noch ein paar Schritte? Natürlich gratis. Ja, gern. Ich lade Sie ein zu einem Zitronen-Eis bei Luigi's. Das wäre schön. Habe ich mal erzählt, dass ich Nils Jedaka inspiriert habe zu seinem Klassiker Happy Birthday Sweet Sixteen? Ja, aber ich höre es immer wieder gern. Komm, Soße. Mehr hast du nicht zu bieten? Nein, halt, halt. Jungs, rück auf. Ich komme gerade vom Paddy und er ist bereit zu einem Kompromiss. Er sagt, er macht den Schinken wieder drauf und benutzt Meerrettich und Soße und nennt das Ganze Deacon-Dark. Was? Ich weiß nicht, Mann. Wieso sein Name zuerst? Ich weiß, was wir nennen, ist einfach Doppel-D. Dann sind alle Parteien zufrieden. Noch fünf Minuten, Mr. Jedaka. Ich danke Ihnen. Ich habe also Holly verloren und Peters Mutter hat mir jeden Kontakt untersagt. Positiv ist aber, dass Ballaststoff 4000 weiterhin erstklassige Arbeit in meinen unteren Regionen leistet. Danke für den Tipp. Ach, Arthur, Sie halten mich jung. Und den traditionellen ersten Wurf macht heute der Broadway-Star, Bernadette Dieter. Wow, Bernadette gibt Ihnen echt die Kante. Die müssten Sie auf Steroide testen. Ja, das ist noch nichts. Reese Witherspoon letzte Woche, die müsste eigentlich bei den Yankees spielen. Hab's schon angefangen? Hey, wo bleibst du denn? Ich dachte, du wolltest zu diesem Laden mit dem Autoschalter. Eich, ja. Es war brechenvoll. Die haben ihr Fenster zu klein gemacht. Sie, äh, sie musste das Ding schräg durchgeben. Deshalb haben wir jetzt eine halbe mit Doppelkäse und eine halbe ohne. Ihr wisst, welche Seite für mich in Frage kommt. Genießt eure Hautlappen. Spence, hör bitte auf, damit nach drüben zu starren. Da kriegt man ja Grenze aus. Ich warte, dass Lou Ferrigno nach Hause kommt. Wo steckt der nur? Spence, Lou wird nicht mit zu dieser kindischen Science-Fiction-Fete gehen. Ja, die Fantasy-Expo ist nur was für total Verrückte. Deswegen kommen auch drei vor den Hobbits. Ab einem gewissen Punkt können wir dich nicht mehr beschützen. Oh, da ist er ja. Ja, Ziel anvisiert. Mist, das kann doch nicht wahr sein. Nichts heute. Das macht doch nichts. Ich sehe einfach von deinem Shirt, so wie sonst auch. Nein, er will heute doch schnuckelig aussehen. Er muss nachher zum Friseur, zu Lori. Oh, die legt Wert auf sowas? Nein, Mann, die ist heiß. Oh, noch besser. Ich muss auch mal wieder hin. Holst du mir einen Termin? Hm, würde ich gerne, aber sie schneidet keine Loserhaare. Was? Ich will nicht, dass du zu ihr gehst. Wieso nicht? Weil sie mir gehört. Such dir eine eigene. Spinnt der Mann? Geh doch zu meiner. Ja, die wiegt zwar drei Tonnen, aber sie bürstet einen immer so schön ab. Also, meine Meinung ist, was den Stil, die Handhabung und den puren Luxus angeht, geht doch nichts über dieses Modell hier. Dann finden wir beide, dass mein Wagen ein super Auto ist. Kann ich jetzt bitte gehen? Sekunde, Lou, da wäre noch was. Hast du vielleicht am Sonntag in drei Wochen Zeit? Wieso? Oh, na ja, es ist wegen der Science-Fiction-Expo in Meadowlands. Und ich dachte, wenn du da auch hingehst, könnte ich dich fahren und begleiten. Du willst mich nur mitnehmen, weil ich der Hulk war. Du? Du warst der Hulk? Stimmt, richtig. Das habe ich total vergessen. Mein Gehirn verrostet. Also, wie ist es? Ich mache sowas nicht mehr. Lou, bitte! Dieses Kapitel meines Lebens ist beendet. Du verstehst das nicht. Ich meine, wenn ich da mit dem Hulk erscheine, dann bin ich vielleicht endlich mal jemand. Nicht bloß irgendein Loser, der falsches Bockohren trägt, weil er zu feig ist, sich unter das Messer zu legen. Gut einverstanden. Aber keine grüne Farbe und lila Hosen, damit wir uns einig sind. Oh, Lou, danke. Du bist toll. Okay. Und spar dir ein bisschen von der Wut für die Expo. Hey, Schatz, ich will einkaufen und hab doch ein paar Fragen wegen der Liste. Schieß los. Also, ich hab nichts dagegen, dass du was dazu schreibst, aber du weißt, es nervt mich, wenn du andauernd das Gemüse wegstreichst. Entschuldige, das ist ein Reflex. Gut, und erklär mir das mal. Hier steht Cracker. Heißt das das ganze Regal? Das ist nur eine Richtlinie, um deine Kreativität zu steigern. Verstehe. Wie wär's denn, wenn du einfach mitkommst? Die Probiertante wird da sein. Oh, normalerweise gern nur. Ich krieg die Haare geschnitten. Da warst du doch erst vor drei Wochen. Das sieht doch gut aus. Ja, wenn man ein Bee-Gee ist. Schatz, bitte. Jetzt komm doch mit. Carrie, es geht nicht. Was soll ich machen? Ich hab einen Termin. Denkst du, ich verbring meinen freien Tag gern in einem Friseurstuhl? Ist es so angenehm? Oh, ja. Hey, da sind doch ein paar Tüten im Auto. Oh, Danny! Wir müssen hier mal ein paar Grenzen ziehen. Hey, wieso schmeckt dein Haar nach Kokosnuss? Das war eine Pina Colada. Ist eine lange Geschichte. Wo ist Doug? Noch beim Haareschneiden. Ach ja. Hey, Carrie. Übrigens, kannst du mir den Namen von Dugs Friseuse sagen? Ich liebe seinen Look. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo er hingeht. Moment. Hat er gesagt, du sollst es geheim halten? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich spreche von seiner heißen Friseuse. Von welcher heißen Friseuse? Oh, jetzt tu nicht so, als würdest du es nicht wissen. Oh, du weißt es nicht. Und? Haben Sie schon mal einen Promi beliefert? Äh, ist Harrison Ford prominent. Oh, sagen Sie nicht, dass Sie den beliefert haben. Nein, hab ich nicht. Aber er ist prominent. Nein, ganz ehrlich. Ich bringe alten Leuten Herzmedizin, kann Kindern das erste Fahrrad übergeben. Das bewegt mich wirklich. Oh. Ich hole nur schnell meinen Haarschneider. Oh. Sehen Sie sich's schon mal an. Okay. Hey. Carrie, wie geht's? Hey. Was machst du hier? Ach. Nichts, ich war gerade drüben zur Kosmetikbehandlung und wollte mal Hallo sagen. Kosmetikbehandlung? Wozu machst du sowas? Das hast du nicht nötig. Dann bis nachher. Nein, nein, ich warte auf dich. Ist schon gut, es macht mir nichts aus. Lass dir Zeit, ich setz mich hier hin. Sie werden bestimmt eine Million witzige Erlebnisse während Ihrer Lieferfahrten haben, oder nicht? Äh, schon, aber wichtig ist nur, meinen Job zu machen und dann zu meiner Frau zu fahren. Oh, äh, okay. Ah, nicht so wackeln. Wenn Sie nicht stillhalten, werde ich Sie noch schneiden. Okay, wir sind fertig, dann. Ich danke Ihnen für Ihre wieder mal sehr professionelle Arbeit. Endlich erledigt. Äh, ich möchte gerne 20 Dollar auf meine Metro-Karte einzahlen. Ist das problematisch? Nein, nein, es ist mir ein Vergnügen, das für Sie zu tun, Mr. Adam West. Oder sollte ich sagen, Batman. Meine Tarnung ist geplatzt. Und, äh, was führt Sie runter in die U-Bahn? Underground Trouble in Gotham City? Ich fahr zur Darmspiegelung nach Manhattan. Wow. Oh, wie ich sehe, ist bald schon wieder Fantasy-Expo. Ja, und dies Jahr findet sie in Meadowlands statt. Ich weiß noch, wie die erste im Haus von George Dacayis Vermieterin stattfand. Oh, Mann, wäre ich da gern Mäuschen gewesen. Da sind Sie beileibe nicht der Einzige. Sie war eine verdorbene Person. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Ja, bitte. Danke. Batman? Ja? Das ist so cool. Ich wollte Sie nur fragen, hätte ich vielleicht eine Chance, dass Sie mit mir zu der Expo gehen? Ich gehe eigentlich nicht mehr gern zu solchen Veranstaltungen. Aber mich überhaupt zu fragen, war sehr mutig. Und da kann ich doch nicht Nein sagen. Also, Sie kommen mit? Sie müssten aber fahren. Nein, mein Wagen ist gerade kaputt. Hey! Hey, wo warst du? Ich bin seit einer Stunde zu Hause. Oh, ich musste noch etwas besorgen. Hier sind die Pastillen, die du so gerne magst. Und hier ein kleines Armband. Siehst du ja auch? Wow, wirklich sehr hübsch. Einfach so zwischendurch? Ich will dir nur zeigen, dass ich dich liebe. Du bist ja sowas von süß. Lass mal deinen Haarschnitt ansehen. Oh ja, oh ja, sie ist gut. Ja, aber schön wäre weniger. Und mehr. Du verstehst? Ja, aber sie ist heiß, hm? Findest du? Hm. Nicht mein Typ, aber Gott beschütze sie, du magst es leider. Du bist ein verdammter Mistkerl. Wieso denn? Dir einfach hinter meinem Rücken die Haare schneiden zu lassen. Nicht hinter deinem Rücken. Ich hatte dir gesagt, dass ich mir die Haare schneiden lasse. Ja, aber nicht von Edward mit den Scherenmöpsen. Na schön, sie ist echt heiß. Na und? Ich gehe nur zu ihr, weil ich gut finde, wie sie schneidet. Komm, wir wissen beide, dass der Schnitt bekloppt ist. Und wenn's nur um die Haare geht, warum gibst du ihre Nummer dann Danny nicht? Machst du deswegen so viel Wind? Ich kann sie Danny sofort geben. Na dann, los! Meinetwegen. Ich glaub's einfach nicht. Herr Augenblick. Spence, hol Danny. Das ist so lächerlich. Hey Danny, hör mal, wenn du unbedingt die Nummer von meiner Friseurin haben willst, hol dir einen Stiftkumpel. Für die Brothers Grimm dürfen sie die Halt. Eine Stimme hat er, hä? Drücken Sie die Eins. Du bist so jämmerlich. Wieso? Ich lass mir die Haare von einem süßen Mädchen schneiden, das über meine Witze lacht. Was ist schlimm daran? Das Schlimme ist, dass du mir bei unserer Hochzeit vor Gott etwas geschworen hast. Was, dass ich immer hässliche Friseure haben werde? Der Punkt ist, dass du dir Beachtung dieser Art nur von einer Frau wünschen dürftest. Ich meine, hast du eine Ahnung, wie demütigend das für mich ist? Ja, deshalb hab ich's dir nicht erzählt. So, weißt du was? Das mit euch zweien ist von jetzt an vorbei. Wenn dir jemand alle vier Wochen Vergnügen bereitet, dann bin ich das. Hey, Lou. Hey, Jungs. Hey, Lou. Eine Menge Gewichte. Das mach ich für die Convention. Ich werde fit sein wie nie. Anfangs wollte er nichts davon wissen und jetzt ist er total heiß drauf. Siehst du, wie er sich quält? Und als Dank brech ich ihm das Herz. Wieso fragst du dann den anderen Kerl? Ich werd's dir sagen, der andere Kerl ist Batman. Wenn man die großartige Chance kriegt, den dunklen Ritter zu begleiten, dann tut man das. Ich würd' in deiner Welt untergehen. Das ist wie beim Abschlussball mit den zwei Dates. Du hattest damals zwei Dates? Mein Date hatte die. Sie wollte mit mir gehen, aber ihr Date sagte, wenn sie aufs College wolle, sollte sie den anderen Kerl nehmen. Und das glaubst du bis heute? Sie ist schließlich aufs College gegangen. Eins und eins macht zwei. Und wie hast du von ihr erfahren? Sein Cousin hat ihn verpetzt. Und das Schlimmste ist, Doug sieht seinen Fehler nicht mal ein. Ich mein, die Tussi macht ihn total heiß beim Frisieren und er liebt es. Etwas tiefer, Baby. Das tut gut. Nicht zu bequem machen, gleich geht's ans Cardio. Ich hasse sie. Was ist? Denkst du nicht, du bist etwas zu hart, Doug? Naja. Aber das ist doch was völlig anderes. Hör auf, ihr an das Kitzel. Morgen. Hey. Oh, du machst Waffeln? Ja. Oh, ich benutze Mrs. Butterworth. Ist das okay oder soll ich Sirup aus deinem Kopf verwenden? Das ist wegen dieser Haarschneide-Geschichte, stimmt's? Du kannst zu Lori gehen, wann immer du willst. Was? Aber du hast mich angeschrien, ich würde unser Ehegelöbnis verraten. Ja, ich war wahrscheinlich mies drauf. Verstehst du? Da laufen bei Frauen so Dinge, naja. Aber ganz im Ernst, du darfst ruhig wieder hingehen. Wieso hast du es dir plötzlich überlegt? Okay, es ist so, mir ist klar geworden, dass ich nicht mit gleichem Maß messe. In meinem Leben gibt es auch so einen Menschen. Er sorgt dafür, dass ich mich gut fühle und du weißt nichts von ihm. Es ist Deacon, richtig? Nein, es ist Brad, mein Trainer aus dem Gym. Oh, nur der. Ja, und wir sehen uns in ein paar Minuten. In Ordnung, weißt du, meine Koteletten sind ein bisschen lang. Okay. Schönen Gruß an Lori. Und auch an Brad. Ja, danke. Bis dann. Bis dann. Hey, Lori. Oh, hey, Doug. Hey, Doug. Was geht's? Ich wollte bitten, dass Sie vielleicht im Nacken ein bisschen nachschneiden, damit es sauber ist. Oh, eigentlich wollten wir gerade gehen. Danny hat eine Extrakarte für die Blumen. Mögen Sie mexikanisch? Oh, ich liebe mexikanisch. Oh, großartig. Oh, aber ich muss Sie warnen. Von Margaritas werde ich ganz schnell ziemlich betrunken. Das ist total bueno für mich. Oh, aber keine Sorge, Doug. Sie kriegen Ihren Schnitt. Eugene. Nein, nein, nein. Nicht nötig. Ich komme ein anderes Mal wieder. Bloß keine Umstände. Und? Haben Sie schon mal einen Promi geliefert? Hi, Spence. Ja, hi, Lou. Ich muss was Dringendes mit dir besprechen. Guck mal, was ich mir extra habe reinigen lassen. Und noch was. Ich mache mich grün. Warte mal, ich probiere sie eben an. Nein, bitte, bitte, zieh sie nicht an. Warum nicht? Weil es dann noch viel, viel mehr wehtun wird. 14, 15 und einen kräftigen noch zum Schluss. Super. Okay. Okay, okay. Kann ich dich kurz sprechen? Wir machen nur noch zwei Sets. Hey, Popeye, los, kratz die Kurve. Ich hole mir einen Red Bull. Wollen Sie auch einen? Ja, gern. Was ist denn? Tja, ich habe mir die Haare schneiden lassen. Und? Von Eugene. Ja, denn Laurie trinkt jetzt lieber mit Danny Margaritas, weil du ihm ihre Nummer gegeben hast. Oh, tut mir leid, Baby. Wir sprechen später zu Hause darüber, okay? Weil, äh, Brad muss noch an die Pomus gehen ran. Nein, nein, nein. Gibt's für mich keine Laurie, gibt's für dich kein Brad. Für den Rest unseres Lebens gibt's nur noch das her. Aber das, das ist nicht fair. Ja, wir werden beide bestraft. Dark, jetzt beruhig dich, das kriegen wir wieder hin. Und wie? Das ist doch dämlich. Jetzt komm schon, ich will eine neue Friseurin für dich finden. Und eine richtig heiße. Wenn's sein muss, meinetwegen. Okay, was gefällt dir denn? Groß, klein, dünn oder was Nuttiges? Was hättest du gern? Die da drüben wär nett. Oh, also du magst sie etwas abgenutzt. Jetzt reicht's mir. Oh nein, jetzt kommt noch kein Theater. Geh einfach zu mir und frag, ob sie frei ist, okay? Ich kann sowas nicht. Wolle ich sie fragen? Nein, ich mach's schon. Okay. Ja? Hi, äh, ich bin Duck. Äh, ich weiß, es ist kurzfristig, aber würden Sie mir die Haare schneiden? Sie wachsen wahnsinnig schnell. Wären Sie verfügbar? Tut mir leid, ich bin die nächsten Wochen ausgebucht. Hm, das ist auch cool. Ich bin sowieso sehr beschäftigt. Ich lass sie einfach wachsen. Ich möchte tot sein. Schatz, nicht gleich aufgeben, okay? Lass uns in... Kann ich mal durch? Die will ich. Ganz sicher, Schatz? Wollen wir nicht noch ein bisschen... Du kannst doch Hause fahren, ich komm eben schon. Ich bin froh, dass Ihr Wagen rechtzeitig fertig geworden ist. Ein Wahnsinnsteil. Ich kauf ihn, wenn der Leasingvertrag beendet ist. Tja, ähm, wir wollen, ähm, doch einen echt guten Auftritt hinlegen. Da hab ich gedacht, entweder schweben Sie neben mir runter oder Sie tragen mich auf den Armen rein und lassen mich runter. Das können Sie entscheiden. Das improvisier ich. Äh, Spence, ich habe heute Morgen einen gemeinsamen Freund getroffen. Oh, wen? Commissioner Gordon? Er ist gestorben schon 1984. Das ist nicht witzig. Ich spreche von, äh, Lou Ferrigno. Ah, ja? Er erzählte mir, dass er mit Ihnen eigentlich zur Expo fahren sollte, Sie ihn aber kurzfristig haben fallen lassen. Weil Sie besser sind. Oh, ich verstehe. Ich habe noch eine Frage. Wenn Sie heute noch William Shatner getroffen hätten, hätten Sie mich dann auch wieder fallen lassen? Ich würde gern Nein sagen. Aber ich bin schwach. Ich bin so schwach. Deswegen haben Freunde wie Lou Ferrigno, William, Lee Majors und ich immer ein Auge aufeinander. Wegen selbstsüchtiger, blasser Opportunisten wie Ihnen. Fah-Fahren wir trotzdem noch hin? Ich ja. Sie steigen aus. Aber wir sind mitten auf dem Turnpike. Da muss ich über vier Fahrbahnen laufen. Das Erlebnis von Unglücken formt den Charakter. Und PS, ich werde Ihr Spritgeld auch behalten. Du bist raus. Was ist los? Ich habe gehört, du hast eine heiße Friseuse. Die wollen wir auch. Ich weiß, Sie haben Bed and Breakfast, aber was ist mit den anderen Mahlzeiten? Sind die inklusive oder nicht? Das ist schön. Oh, ich lege auf, meine Frau kommt. Der Trip ist eine Überraschung für Sie, okay? Bis dann. Hey, da ist sie ja. Hey. Stopp, nicht nötig. Ich habe dir schon Kaffee hingestellt. Oh. Und deine Cornflakes stehen auch bereit. Oh. Willst du denn nichts essen? Nein. Echt nicht? Die haben eine spezielle Formel für Frauen. Ich fühle mich davon schon ganz aufgebläht und ein bisschen launisch. Gut, dann werde ich ein paar essen. Brav. Das ist viel zu wenig. Ich gebe dir mehr. Danke, das reicht. Ach komm. Mehr nicht, okay? Stopp. Hey. Wow. Was ist das denn? Das Sugar Creek Bed and Breakfast? Was zur Hölle ist das? Pack die Koffer, Baby, denn dieses Wochenende bringe ich dich in eine kleine, gemütliche Pension mit wundervollem Bergblick gelegen an einem romantischen Flusslauf. Du machst eine Überraschungsreise mit mir? Ja. Und nicht ins Basketball-Museum. Nein. Es ist in der Nähe des Museums, aber wir nehmen es nicht zur Kenntnis. Dies Wochenende gibt's nur Carrie Duck und hier und da ein kleines Nümmerchen. Das ist so süß von dir. Danke. Die Pension sieht ja entzückend aus. Oh ja, allerdings gibt es dabei auch einen Haken. Sugar Creek besteht nicht wirklich aus Zucker. Ist schon gecheckt. Ah, Douglas, Darling. Hey, Dad. Doug fährt mit mir am Wochenende in den Norden. Oh, wie schön. Ich tue mein Bestes, nicht zu sterben, während ihr Pinacolada unter wippenden Palmen trägt. So oder so, nicht anrufen. Dad, sturmfreie Bude hast du ganz gerne mal. Die perfekte Gelegenheit für Tai-Chi im Kurz-Kimono. Ich habe übrigens eine attraktive Witwe im Seniorencenter kennengelernt. Während des Fahnen-Eils hat sie mir zugezwinkert. Oh, und die willst du mal mit herbringen? Um Gottes Willen, deine Mutter ist seit 20 Jahren tot. Wann kann ich so leben, wie ich will? Oh, sieh dir das an. Ah, das ist ja entzückend. Wow. Und lauter Kätzchen. Das ist ja stark. Ähm, Vermittlung? Willkommen, willkommen. Ich bin Betty Chappen, die Inhaberin. Hi, Carrie und Doug Heffernan. Ein wunderhübsches Pätzchen haben sie hier. Ja, so winzig und niedlich. Nun, die Menschen waren ja auch noch viel kleiner vor 100 Jahren. Sagen sie noch keine Burger-Happen. Keine Burger. Ja, den erzählen sie mal meinem Mann, Ed. Okay, dann tragen sie sich doch kurz ein. Kannst du? Oh, klar, eintragen. Äh, wo denn hier? Ich nehme an, oh, äh, äh, darf ich? Entschuldige, dass... Also, irgendwie... Ich... Ach, ähm... Doug Heff, das dürfte wohl rechnen. Bestimmt sind Sie erschöpft von der langen Reise. Ich bringe Sie erst mal auf Ihr Zimmer. Okay. Ich gebe Ihnen die Nummer 7. Ich hoffe, Sie mögen antike Puppen. Klar, solange Ihre Augen geschlossen sind. Die Menschen waren auch noch viel leichter vor 100 Jahren. Das ist ja wunderbar. Oh, sieh mal, ein Termin. Den mussten wir leider dicht machen. Die Eichhörnchen sind immer reingekrabbelt und hängen dann fest. Und dann kamen Sie irgendwann geräuchert unten wieder raus. Hier ist Ihr Badezimmer. Ich habe genügend Handtücher hingelegt. Und wenn irgendwelche Fragen sind, dann... Oh! Ed, was tust du da? Ich hatte dir doch gesagt, dass Gäste kommen. Ja, aber jetzt doch noch nicht. Wieso kannst du nicht die Dusche benutzen, die wir unten haben? Du weißt, der Arzt hat gesagt, man muss ihn richtig einweichen. Komm jetzt da raus. Ach, stell dich doch nicht so an. Ein netter Mann. Und reinlich. Ja. Es tut mir sehr leid. Sie ahnen es sicher. Das ist mein Mann Ed. Gut. Jedenfalls gegessen wird um 5 und danach machen wir Brettspiele. Ich hoffe, Sie sind clever. Denn ich und mein Mann, wir sind wahre Granaten im Boulder Dash. Boulder Dash? Das hat man mir nicht gesagt. Es gefällt dir doch hier, oder? Ja, es ist witzig. Und noch was. Ich liebe dich für deinen Einfall. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Und General Patton sah mich an und sagte, das war der verdammt beste Kaffee, den ich je hatte. Und jetzt kriegen wir den Krieg gewinnen. Oh, was für ein aufregendes Leben Sie doch führen konnten. Das war höhere Fügung. Und jetzt lassen Sie mich Ihren Grashopper auffüllen. Bitte entschuldigen Sie mich mal kurz. Hey, Arthur. Hey. Wie läuft's denn bei Ihnen, Kumpel? Wir haben gegessen. Jetzt mach ich Sie besoffen. Was denkst du denn? Schon gut, schon gut. Ich gehe ja gleich. Carrie sagte, Sie brauchen Milch. Danke. Okay. Hey. Viel Spaß noch. Wer war denn das? Ein Zeuge Jehovas. Jetzt versuchen Sie es mit Milch. Als würde mich das bekehren. Aber ich denke, ich sollte gehen. Es ist ziemlich spät. Nein, nein. Erst spiele ich Ihnen noch Robert Witsch im Sinkt Kalypso vor. Das ist absolut wild und verrückt. Aber werden Ihre Kinder nicht bald wieder zu Hause sein? Was? Kinder? Och, ich lebe allein. Oh, Josephine hat mir aber erzählt, dass dieses Haus Ihrem Schwiegersohn und Ihrer Tochter gehören soll. Josephine denkt auch, dass Ihr Fischfilet mit ihr redet. Nein, nein. Ich wohne hier allein. Aber ich sollte trotzdem gehen. Bitte, Emmett. Es ist so still in diesem großen, voll abbezahlten Haus. Und Ihr fröhliches Lachen bringt hier wieder Leben hinein. Ich möchte nicht, dass das endet. Oh, nun, da ist ja noch ein Bus um Mitternacht. Take me, take me, I'm feeling good. Wann kommen die anderen Gäste zum Essen? Sie zwei sind die einzigen. Das ganze Wochenende? Es kommen wenige, seit Sie das verdammte Heiat eröffnet haben. Es gibt ein Heiat? Ja, von hier aus gleich auf der anderen Waldseite. Es ist eine große Schande. Die haben sogar die alte Schmelzhütte abgerissen. Und jetzt steht da ein luxuriöses Spa. Ein Spa. Was geht ab? Marmelade mag sie offenbar, Duck. Scheint so. Hat sie auch ein Plätzchen, wo sie isst, oder? Du weißt, wieso Marmelade ihn so gern mag, nicht? Denn wem sieht Duck ähnlich? Weiß ich nicht. Doch, natürlich. Duck ist das absolute Ebenbild von Ed Junior. Unser Sohn, wissen Sie? Hat Ihr Sohn auch so viel Appetit wie der da? Wir reden nicht über Ed Junior. Okay. Seit er vor zwölf Jahren meinte, er müsste von hier weggehen, haben wir keinen Sohn mehr. Ed? Betty. Ed? Betty. Kriege ich noch was von dem Vogel? Aber selbstverständlich. Dann ist er nicht zu trocken. Nein, er ist lecker. Na, da bin ich ja erleichtert. Wissen Sie, dieser Truthahn war heute Morgen noch gefroren. Und da musste ich ihn oben in die Badewanne legen, damit er auftaut. Ich schmeck immer noch den Truthahn. Ich schmeck noch Ed. Dann gehen wir mal nach unten. Was? Zum Rutsche und Leiter spielen. Rutsche und Leiter? Dark, die einzige Leiter, die mich interessiert, ist die, die mir aus diesem Fenster hilft. Ach komm. Wir haben Truthahn aus der Wanne gegessen. Versuchen wir es zu verdrängen. Was heißt das? Willst du noch länger hier wohnen? Ich wollte ein super Wochenende für dich. Und es kann auch noch super werden, Schatz. Jenseits des Waldes. Dark, sind Sie das? Ja, was ich sagen wollte, wir mögen Ihre Pension sehr. Und wir mögen Sie als Gäste. Ja, was das angeht, wir... Wissen Sie, die Sache ist die. So wie das Geschäft jetzt geht, haben Ed und ich schon oft überlegt, ob wir nicht schließen sollen. Aber dann hat Gott sie und Carrie zu uns geschickt. Unsere zwei Engel, die uns wieder hoffen lassen. Okay, komm, sie schläft. Shh! 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 Komm, 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 komm. Ich hab einen Splitter in meinem Hintern. Wer flucht, Ihre blöde Karre blockiert uns. Ist da draußen jemand? Na los, wir laufen. Aber unser Auto. Wir kaufen ein neues. Wie weit ist es noch? Keine Ahnung, wir gehen einfach weiter hier lang. Wie viel weiter? Ich weiß es nicht, hör doch endlich auf zu quatschen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ernsthaft? Ich brauch eine Pinzette und einen Spiegel. Ein paar später. Warte mal. Ich sehe die Lichter vom Hotel, komm. Was war das? Marmalade. Dieses verfluchte Vieh läuft hinter dir her. Sie denkt, ich bin Ed Junior. Marmalade. Marmalade. Oh Gott, los, weg, schnell. Mist. Darf ich hab sie. Sehr gut. Dafür haben Sie sich ein Truth-Hand-Sandwich verdient. Oh, guten Morgen, Arthur. Oh, du noch hier? Ich mach dir gerade ein paar Rühreier. Wie nett von dir. Dafür bringe ich dich selbstverständlich auch zum Bus. Oh, ich bin nicht in Eile. Annette, ich lass dich nur ungern gehen, aber je eher, dass du besser. Arthur, Arthur, ich hab mir durch den Kopf gehen lassen, was du mir gestern Abend so gesagt hast. Naja, das war bloß ein Gedanke. Gut, dass wir es nicht getan haben. Nein, 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 ich meine, wie du gesagt hast, wie allein du in diesem großen Haus bist und wie schön es wäre, wenn ich nicht wieder gehen würde. Da hat wohl der Grashopper aus mir gesprochen. Was ich versuche, dir zu sagen, ist, ja, ich werde bei dir einziehen. Ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich bin überwältigt. Warten Sie auf was, Duck. Oh, äh, nein, ich, äh, Sie nur nach Ihren Gartenzwergen. Wir wollen uns auch welche kaufen. Sind Sie zufrieden? Ich denke schon. Hier ist Ihr Toast, Duck. Und Sie sind sicher, dass ich Sie nicht für ein schönes Troutan-Sandwich begeistern kann? Morgens nehme ich nur Toast, danke. Oh, Mr. Boots, zum allerletzten Mal. Du kannst doch nicht an der Butter lenken. So, ist Carrie denn immer noch oben? Ähm, ja, sie, ähm, sie schminkt sich noch und sowas dauert. Ich wünsche, die da hätte auch so ein bisschen Sinn für sowas. Die rennt hier dauernd nur so hässlich rum. Guten Morgen. Ich dachte, Sie wären noch oben, mein Liebes. Oh, ähm, nein, ich war nur mal kurz draußen ein bisschen walken. Tja, Sie sind rechtzeitig zum Frühstück gekommen. Oh, danke, ich hab schon gefrühstückt. Ich, äh, hab ein paar Beeren gegessen. Okay. Würden Sie mich kurz entschuldigen? Bitte. Wieso kannst du dich nicht so anziehen, wenn du Beeren pflücken gehst? Okay. Wir reißen die Wand raus, machen Ihnen Granitarbeitsflächen, eine gefließte Herdrückwand und die Kücheninsel. Für Runde 30.000 kriegen wir das hin. Was denkst du, Arthur? Klingt vernünftig. Ähm, Pete, sehen Sie sich bitte mal das Wohnzimmer an. Ich finde, wir sollten diesen ganzen Kram einfach rauswerfen. Was macht die große Abdeckplane da draußen? Offenbar bauen wir eine Gartenlaube. Was? Oh, hallo. Ja, hi. Hören Sie. Was ist hier los? Arthur, wieso kommt dieser Mann immer wieder her? Die Wahrheit ist erst mein Bewährungshelfer. Was? Ich würde es hier nicht übernehmen, wenn du jetzt gehen willst. Oh nein, Arthur, jeder macht mal einen Fehler. Ich weiß, du hast in deiner Brust ein gutes Herz. Er ist auch noch mein Liebhaber. Ist das wahr? Ja, ich konnte ihm nicht widerstehen. Also, schön ist es nicht. Aber versuch bitte, es so einzurichten, dass er weg ist, wenn ich nach Haus komme. Hey, Babe, wo ist der Koffer denn? Der steht im Wald. Wieso hast du ihn im Wald gelassen? Wieso hast du mich im Wald gelassen? Ich dachte doch, du würdest nachkommen. Ich habe beim Hotel gewartet und gewartet. Ich war vor Sorge ganz... krank. Was ist das für Tinte an deiner Hand? Oh, ähm, in meiner Tasche ist ein Füller kaputt gegangen. Das ist ein Stempel vom Club Neon. Oh, stimmt, ja. Da war eine Disco im Hotel. Du hast getanzt? Aber, Dark, was sollte ich tun, nachdem ich wusste, dass du nicht mehr kommst? Allein in meiner Suite waren? Du hast eine Suite? Was für eine Frage. Natürlich brauchst du eine Suite. Nach einer wilden Nacht geht man nicht in ein normales Zimmer. Schatz, jetzt komm schon. Wir haben noch Zeit für ein schönes Wochenende. Hör zu, ich werde nach unten gehen und plaudere ein bisschen mit der Katzentante und dem Bademeister und dann verschwinden wir hier und fahren ins Heid. Okay? Geh du nur in dein feines Hotel. Ich bleib hier bei Ed, Betty und Marmelet. Ja, weil die mich mögen und nicht den Ort, wo ich sie hinbringe. Sie denken, ich bin ein Engel. Übrigens, in der Wanne schwimmt ein Schinken. Ja, ich bin ein Engel. Oh mein Gott! Ed? Da bin ich wieder, Papp. Hey. Hallo. Hallo. Okay. Bevor du noch weiter gehst. Ich bin pleite. Ich will kein Geld von dir. Ich will nur was Süßes von meinem Mann. Da bin ich die richtige Quelle. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Das weitere übernehme ich. Sch-sch-sch-sch. Mach sie zu. Na gut. Schatz, tut mir leid, aber es ging nicht mehr. Es war riesig. Da war schon ein richtiger Schatten auf deinem Gesicht. Meine Augen sind blind verdreht. Schuldige Schatz, es ist nur so, du siehst so gut aus und ich möchte, dass es so bleibt, okay? Es ist vorbei. Okay. Na komm, wo waren wir stehen geblieben? Du kleiner sexy Arsch. Nur die Nasenhaare. Oh Gott. Du hast keine Wahl. Du bist etwa 70 Pfund schwerer als die Couch, auf der du dich versteckst. Hilf mir. Ja. Wenn ich erstmal meinen Couchstoffanzug habe, wirst du mich nicht mehr sehen. Ja. Kandierte Süßkartoffeln? Jetzt dringen die langsam durch. Hey, hast du nebenan das Verkaufsschild gesehen? Das Ausländerpaar ist offenbar weg. Wirklich? So ein Mist, das waren verdammt gute Nachbarn. Die wussten, wie man sich in Ruhe lässt. Hoffen wir, dass die neuen Besitzer unsere Sprache auch nicht können. Ein furchtbarer Gedanke. Die wollen dann meinen Namen wissen und was ich tue. Ich gehe kurz heulen. Nein, warte, 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 warte. Warte, Deacon und Kelly suchen doch nach einem Haus. Was wäre falsch daran, wenn sie es kaufen würden? Falsch daran wäre gar nichts. Gar nichts würde falsch daran. Ich ruf schnell Kelly an, räum du das Zeug weg. Okay. Uh, Schokoschipskuchen. Machst du da oben nicht so bequem? Sind Deacon und Kelly noch nicht da? Nein. Hast du um zehn gesagt? Ja, und schrei mich vor fremden Leuten bitte nicht an. Okay, baby, entschuldige. Ich will bloß nicht, dass andere das Haus kriegen. Guck mir, das will ich noch viel weniger. Guck dir den an, der macht hier ein Drogenlabor auf. Hey! Hey! Leute, willkommen in eurem neuen Heim. Du hast gesagt, das Haus wäre in der gleichen Straße. Jetzt liegt es sogar nebenan. Und, dass es einen tollen Ausblick hat. Jetzt siehst du auf was. Wie lustig. Ich führe euch rum. Zuerst die Küche vom Fenster aus. Wow, alles lang, oh Mann. Zeige ich euch alle Nachbarn, die ihr abhacken könnt. Ich finde das schön. Diese Farben passen zu nichts von dem, was wir haben. Dann müssen wir eben tapezieren. Und mit wir meinst du mich. Was sucht ihr denn hier? Wir haben das Schild gesehen und dachten, das wäre das perfekte erste Haus für uns. Nur um das gefragt zu haben, ihr zwei zieht keine weißen Tigergröße. Mein Gott. Doug, viele junge Hetero-Männer machen das heute. Du weißt gar nichts. Das glaubt ihr nicht mal dein Hund. Hey, ich habe gar nicht gewusst, dass Albaner neben euch gewohnt haben. Vassili ist super nett. Was wollt ihr zwei denn hier? Unsere Füße haben irgendwie das Bedürfnis nach einem eigenen Pool. Nein, stopp, stopp, stopp. Nein, nein. Das ist Deacons und Kellys Haus, was immer an Abwegigem da läuft. Hier wird es nicht vollzogen, Kumpel. Entschuldige mal, Carrie, aber dies ist ein freies Land. Leute, von jetzt an wird es nur schlimmer. Verschwindet. Vassili, tut mir leid, aber wir passen. Oh, wie schade. Aber es war schön, eine so nette junge Albaner wie dich kennenzulernen, mein Junge. Tja, wie heißt es doch? Meschum Jan Imiri. Sehr gut. Schkemi, Jaja. Aeschite, Stepina? Jo, jo, a comma. Das ist meine Nichte Sana. Sie ist gerade gekommen aus Skoder. Ah, wirklich? Mir dita, na ekenni, spukuruar, meschum, bendin. Tüme, keine Ahnung. Was geht ab? Hey, na, wie findet ihr's? Wir finden es wirklich nett. Ja, hört zu, das Haus wird sich schnell verkaufen. Nehmt den Angebotspreis gleich an. Oder ihr bietet ein wenig drunter und wir machen dann ein Scheinangebot. Okay, das würde den Preis nur hochtreiben. Überlass solche Immobilien-Sachen gefälligst mir, okay? Schenk du dir deine Zähigkeit noch schon zu wissen. Leute, wir wollen nicht zu voreilig sein, okay? Ja, im Moment wissen wir noch gar nicht, ob es überhaupt richtig für uns ist. Was? Wie meint ihr das? Es ist genau wie es wollte. Drei Zimmer, ein riesiger Hof und Dachfenster. Plus eineinhalb-Autogarage für euer Auto. Und ein halbes. Wisst ihr, wir waren gerade eben im Keller und wir sind sehr skeptisch wegen des Wasserboilers. Stimmt, ja. Der taugt nichts. Oh. Okay. Ach, war der andere Haustermin nicht in 20 Minuten? Oh ja, wir müssen schnell lossausen. Ja, danke, dass ihr an uns gedacht habt. Klar, wartet, ich gebe euch noch Zettel. Ja, gib ihnen das hier, da steht die Nummer drauf. Ja, das ist gut. Mann, die sind echt schnell verschwunden, ne? Ja, wenn sie sausen müssen, müssen sie sausen. Selbst wenn man dabei den Briefkasten umnietet. Tja, es wäre schön gewesen, sie als Nachbarn zu haben, aber mit einem unsympathischen Boiler soll man sich nicht anlegen. Nein, tu das nicht, mein Freund. Allerdings ist es auch nicht so teuer, einen Wasserboiler zu ersetzen. Hm. Da gibt's bestimmt einen anderen Grund. Ach komm, es liegt an uns. Es gibt eine Million von Gründen dafür. Gut, und welche? Keine Ahnung, sie hassen uns. Weißt du was, wenn sie nicht unsere Nachbarn sein wollen, ist das ihr Pech. Völlig richtig, sie verpassen die Chance ihres Lebens. Du hast sowas von recht. Was essen wir? Fischnuggets und Maiskolben. Schön, kann ich jetzt ein Nickerchen machen? Ja. Oh Mann, Filme la setchem. Oh, Meputien, Cedric the Entertainer. Hey, hey, ich wüsste gern von ihr, was das mit der Werbung bei den Filmen soll. Oh, hey, echt, Idiot. Spence, wo ist Banja? Oh, das Badezimmer, gleich da drüben. Und, äh, wirst du jetzt mal abhauen? Was? Ja, Sana steht eindeutig auf mich. Du gehst jetzt und isst ein dickes, leckeres Truthahn-Sandwich, hm? Was? Du solltest dein Sandwich essen gehen. Sie hat den ganzen Abend kein Wort mit dir geredet. Nur, weil ich ihre süße, kleine Sprache nicht verstehe. Aber glaub mir, Kumpel, da sind Funken geflogen. Du hast sie nicht alle. Weißt du was? Soll Sana sich doch entscheiden. Wenn sie kommt, sehen wir ja, zu wem sie geht. Oh, okay. Okay. Dicam, Baruar, letre hygienike. Sa puduszkojane kiosk. Ah. Hey, Mann, alles klar? Ja, ich, ähm, warte auf den Appetit fürs zweite Mittagessen. Ja, kommt schon, Mann. Keine Angst. Und, äh, war das andere Haus gut? Oh, ja, es war schön. Wir machen vielleicht ein Angebot. Wow, das, äh, ging aber schnell. Dann war der Boiler da wohl in Ordnung, hm? Ja, der hat einen guten Eindruck gemacht. Cool. Ja, weißt du, ich muss jetzt wieder los. Ja, hör zu, ich bin nicht bescheuert, klar? Wenn du nicht neben uns wohnen willst, sag es. Na gut, der Grund dafür ist, dass... Nein, nein, ich will's lieber nicht hören. Jetzt dreh mich gleich durch, Mann. Es ist nicht deinetwegen. Sondern wegen Carrie. Carrie? Ihr wollt wegen Carrie nicht? Ja! Jetzt ergibt alles einen Sinn. Versteh mich nicht falsch. Ich mein, wir mögen Carrie zwar, aber manchmal... Ist sie einfach unerträglich. Oh, erst recht bevor sie ihren ersten Kaffee hatte. Lucifer! Das ist recht krass. Ja, wie auch immer. Ich bedauere es wirklich. Ach, vergiss es. Ich bedauere es sehr. Du musst mir das glauben. Wir lieben Carrie. Ich doch auch. Ich liebe sie auch. Wir haben ihn sehr gern, aber ein klein wenig Duck reicht uns. Hey, du Priester, ich Chor. Manchmal, wenn ich heimkomme und die Lichter sehe, möchte ich einfach weiterfahren. Hey, Duck! Hey, Baby! Ich fahre jetzt meine Kinder holen. Und ich muss jetzt kochen. Wie ist die Tage, Duck? Ja, wir sehen uns und... Danke, dass du mit ihr... Kelly ist eine liebe Frau. Ja, ist sie. Wir haben übrigens sehr lange und gut über die ganze Haussache geredet. Was hat sie gesagt? Es hat sich rausgestellt, dass wirklich der Boiler schuld war. Na, da hast du's. Ja, und wir haben gedacht, wir wären das Problem. Nein, das Problem waren definitiv nicht wir. Nein. Wir nicht. Carribean Queen, while we're sharing the same things. Hey, Danny, Danny, wir gehen, sobald Sanna da ist. Oh, na gut, dann habt einen schönen Abend. Mhm. Hört zu. Danke dafür, dass du zurückstehst. Das finde ich anständig. Hm, kein Problem, Kumpel. Ja. Was kochst du da? Bisschen Abendessen. Das ist Tav Kossi, das Nationalgericht von Albanien. Und? Kann ich kein gebackenes Lamm mit Joghurt essen, ohne dass ein Drama draus wird? Moment mal. Gib her. Wo ist die Bibliothek? Ku ösch Bibliotheka? Das ist gar nicht, Belly Ocean. Du lernst hier heimlich Albanisch. Du hast verdammt recht. Nur noch drei Kassetten, dann spreche ich es fließend. Und Sanna gehört mir. Ösch Tavur. Habur. Ah, Habur. Habur. Du Mistkerl. Tav Kossi. Mo favori. Hab ihn schnell mal für dich gezaubert. Das müssen die neuen Nachbarn sein. Los, lass uns wieder reingehen, bevor sie uns sehen. Was, was, was ist mit den Hotdog-Brötchen? Jetzt geh schon rein. Zu spät, ich hatte eben Augenkontakt. Wieso glotzt du alle immer an? Hey. Hi. 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 Sie sind bestimmt die neuen Besitzer. Mit viel Glück, etwa in 30 Jahren. Sehr lustig. Doug und Carrie Heffernan. Jeff O'Leary, meine Frau Stephanie. Hi, Doug. Hi, Stephanie. Hey, haben Sie vor, einen Kindergarten aufzumachen? Nein, nein, die gehören uns. Der Rest ist im Haus. Der Rest? Wie viele Kinder haben Sie denn? Wir haben acht. Ja. Acht? Oh. Und Sie können immer noch gehen? Drei von mir, drei von Jeff und zwei Adoptierte. Chilong und Tessa. Und? Haben Sie auch Kinder? Nur eins. Einen alten Mann. Wir haben einen alten Mann. Oh. Oh. Nicht so schnell, Speedy. Sonst gibt's ein Ticket. Und Sie denken, das Haus ist für so viele groß genug? Unser Motto heißt, Liebe findet einen Weg. Wir werden auch noch aufstocken. Und das so schnell, wie's geht, denn... Wir sind schwanger! Mann, die lassen die Handwerker ja lange schlafen. Schuften, ha? Nein, das sind die Typen von Ihrer Kirche. Die kommen schichtweise. Wie die Amisch, aber mit Stromwerkzeugen. Wenn der nicht wäre, würde ich jetzt neben Deacon und Kelly wohnen und nicht neben den verfluchten Osmonds. Sie ruiniert mir alles. Sie ruiniert mir alles. Ich würde mir gerne eine Kugel in den Kopf jagen. Ich würde immer schmiede werden. Aber jetzt! Noch Kartoffeln, Baby? Oh, ja, gern. Gut. Schwein. Ich hasse Ihr Gesicht. Ich höre wohl nicht richtig. Das gibt's doch nicht. Dark, wach auf. Hm? Dark, wach auf! Wie kannst du schlafen bei diesem Krach, hä? Weil mich niemand kneift. Schatz, du gehst jetzt raus und bittest sie damit aufzuhören. Warum machst du das nicht? Wie ich neulich mal sehen konnte, bist du der Mann hier im Haus. Ja, das letzte Mal war vor drei Wochen, dass du das... Ja, das geht. Hey, ist deine Dad hier irgendwo? Willst du mal sehen, wie ich ein Rad schlage? Nein, bitte nicht. Hol dein Dad. Mann, Mann. Hey! Okay, das war sehr lustig, Leute. Toll. Ihr habt mich erwischt. Jetzt könnt ihr aufhören, okay? Hey, ich... Ich sagte aufhören, sonst bekommt ihr Ärger mit mir. Du bist fett. So? Und du bist adoptiert. Au! Hey! Ha! Und jetzt kriegt mich mal! Ha-ha! Netter Versuch, Miss Biene, aber zu spät, leider. Das passiert, wenn man sich mit dem großen Duck einlässt. Ha-ha-ha! Warum machen Sie immer noch so'n Krach? Sie wollten mich töten mit einem Kampfflugzeug. Ich sagte, warum machen Sie immer noch so'n Krach? Was? Ich weiß es von Kelly. Und ich weiß es von Deacon. Was für ein krankes Spielspiel. Wen spielst du denn? Sana und ich gehen zum Volkstanz. Träum weiter. Sana und ich backen heute Abend süßes Brot. Denkst du, sie verzichtet auf diese Bewegung? Für Brot? Das klären wir jetzt auf. Ja, genau. Hi! Hey! Ah, Kuschischkö. Ich bringe euch Baschkiem. Oh, er ist nicht dein, ähm, Freund. Dein, der Schnorri. Nein, nein, nicht der Schnorri. Er ist, äh, wie ihr. Was meinst du? Ähm, wie heißt, ähm, süße Jungs. Süße Jungs? Nein, schwul sind wir nicht. Aber ihr kauft Haus zusammen. So, Matt. Jetzt ich muss gehen. Habe Date mit Drummer. Hey, ihr, so eine nette Überraschung. Ach, spar dir das Geschwätz. Was geht ab? Was abgeht? Deine blöden Lügen, die gehen ab. Was ist denn mit dem? Warum wollt ihr das Haus nicht? Wegen mir, ihm oder uns beiden oder was? Wir gehen nicht weg ohne Antwort. Also, wir haben das alles erfunden, um die Wahrheit zu verheimlichen. Naja, der wahre Grund ist... Wir haben da wieder ein paar Schwierigkeiten. Ihr meint mit eurer Ehe? Ja. Tut mir leid. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Um euch nicht zu belasten. Jedenfalls wäre... Wäre es nicht sehr klug, in dieser Situation ein Haus zu kaufen. Nicht solange er seine Dinge nicht regelt. Wir müssen beide an uns arbeiten. Okay, also hör zu. Wir werden jetzt gehen. Aber denk dran, dass wir nur einen Anruf entfernt sind. Ja. Danke. Danke. Ich wusste, dass da was nicht stimmt. Mein Jammer, dass nicht jeder hat, was wir haben. Ja, ich liebe dich. Und was werden wir Ihnen sagen, wenn wir das andere Haus morgen kaufen? Ist doch egal. Es liegt nicht neben Ihren. Hör auf, ihn zum Tanzen zu locken. Er backt mit mir. Tag, du bist noch gar nicht umgezogen? Du weißt doch, ich hasse diesen Karaoke-Mist. Ich war mit dir schließlich auch in der Jean-Claude Van Damme-Vorstellung in der Volkshochschule. Heute wirst du dich dafür revanchieren. Bitte zwing mich nicht dazu. Ich bin immer furchtbar, wenn ich unter Druck stehe. Glaub mir, das weiß ich. Aber beim Karaoke ist das vielleicht anders. Entspann dich, Mann. Wir kommen doch alle. Das wird ein Jux. Ein Jux? Du solltest nicht so viel mit Weißen abhängen. Hey, hey, der NIE ist noch nicht da, oder? Okay, wenn er kommt, entschuldigst du dich und verschwindest nach oben. Wozu? Du rufst ihn dann auf dem Handy an, okay? Und sagst, es wäre das Labor dran und du hättest seine Testergebnisse klar. Und dann, weißt du was, es steht alles genau hier im Drehbuch. Oh, das ist witzig. Und wie fändest du einen Akzent so in der Art, Hallo, ich bin von Institut. Oh Mann, das wäre klasse, mach das. Okay, komm, ich glaube, ich lach mich weg. Da bist du ja ein Jux. Was geht ab? Spence wollte dich verarschen. Wieso tust du das? Ausgezeichnete Arbeit. Ich wäre voll durchgedreht. Ich brauch ein Bier. Danny spielt eine Dauernstreiche. Ich wollte mich nur einmal rächen. Spence, lass mich dir etwas erklären. Du hast nicht das Zeug zum Scherzkeks. Du bist der Opfertyp. Akzeptier das und du wirst weniger leiden. Oh, damit ihr es wisst, in der Karaoke-Bar bleibe ich die ganze Zeit in meiner Rolle. Ich reagiere also nur auf Neil oder Mr. Diamond. Und was wollt ihr singen? Ich dachte an die Carpenters, aber nach dem weißen Spruch eben, bleibt mir ja nur Tupac. Ich verstehe das nicht. Hat sie im Radio Musik gehört, als sie von dem Brief her fuhr? Oder war es so, dass sie oben auf dem Radio satt? Ich bin schwarz, ich bin stolz. Ich nehme laughter in the rain. Oh, 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 oh. On the radio. Woo, woo, woo. Ja. Applaus für Kelly. Ja. Okay, Schatz, du bist dran. Ja, ja, dafür bringe ich dich um. Und jetzt ein großes, guter Vicky. Willkommen für Doug Heffenden. Woo, woo. Ja, guter Vicky. Woo, woo, woo. Woo, woo, woo. Woo, woo. Woo, woo. Woo, woo. Woo, woo. Woo, woo. There's a port. There's a port. On a western bay. Serves 100 ships a day. Only sailors. It's time away. Talk about homes. Branded. Wears a braided chain. Made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loves. She hears them say, Brandy. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. Oh, my love. My love, my lady. In the sea. Das war's. Schau, Frau Stierl, Dark Haffanen. Schätzchen, das war echt spitze. Ja, das war große Klasse. Und ich dachte, ich sing völlig falsch. Ja. Und, gibt's einen Film? Also, im Midway schaffen wir noch die 19.15 Uhr Vorstellung von Habeas Corpus. Oh, der soll toll sein. Basiert auf einer wahren Geschichte. Ihr kennt meine Regel. Wahre Geschichten sind immer scheiße. Dann suche ich weiter. Hey, du hast eine E-Mail. Und von wem? Da steht Babydoll 32. Mach mal auf. Hi, bist du der Dark Haffanen, der gestern in der Karaoke-Bar gesungen hat? Ich bin fast jeden Tag da. Du warst geil. Das wollte ich dich bloß wissen lassen. Hm. Fanpost. So was hast du nicht mal nach einem Hotdog-Wettessen gekriegt? Oder hast du dein Leben riskiert? Jetzt entspannt euch mal wieder. Leute, er hat Brandy gesungen. Das hat eine Oktave. Hey, lasst uns das Ding hier verputzen und dann losziehen. Ich will nicht wieder die Harry-Potter-Vorschau verpassen. Was ist denn hier los? Doug hat einen kleinen Karaoke-Fan. Wirklich? Ja. Wie's aussieht, singe ich Songs nicht nur. Ich mach damit lieb. Hey, vielleicht war das diese Erlinge-Stewardess, die kleine Dancing Queen. Ach, Moment. Jetzt nichts überstürzen. Woher wissen wir denn, dass die Süße kein Süßer ist? Oh, ich weiß, wer's ist. Die scharfe Bedienung, die mir Zwinkern gesagt hat, dass es prima war. Ja, das war erst nach deinem großzügigen Trinkgeld. Ui, seht euch das an. Noch eine Mail von Babydoll32. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Okay, die Stunde der Wahrheit. Ich stehe nicht nur voll auf deinen Gesang. Ich finde dich sexy. Und danke für das Öffnen des Hemdes. Das war das Allerstärkste. Sie verwendet einen Semikolon und geschlossene Klammern. Die macht dich an. Hey, ich dachte, ihr wollt einen Film gucken. Oh, ja, ja. Wir haben uns hier ein bisschen verträumt. Los geht's. Amüsiert euch. Wir wollen nicht zu spät zu, Herr Bärs Korpus, komm. Viel Vergnügen. Doug? Ja? Wieso nimmst du den Laptop mit ins Kino? Äh, wenn's zu langweilig wird, geh ich online. Komm schon, Mann. Spielen wir Basketball oder was? Noch ein paar Minuten. Gleich kommt eine Mail. Ich fühl das. Das fühlst du bereits seit drei Tagen. Ich weiß, aber ich mein... Erst kommt eine Liste mit Namen für unsere Kinder. Am besten find ich Caleb. Plötzlich gar nichts. Ich versteh das nicht. Sie wird beschäftigt sein und keine Zeit haben. Hey, als richtige Stalkerin muss sie sich Zeit nehmen. Aha, wieder im Rennen. Mal sehen. Ach, die ist von meiner Mom. Zehn Gründe, wieso Männer die Klobrille oben lassen löschen. Löschen! Ganz ruhig, Mann. Wieso regst du dich über den Kram so ab? Ach, ich weiß nicht. Die Mails haben mir gut getan. Ich mein, mir wird nicht oft geraten, knappere Sachen anzuziehen. Sie hat vermutlich das Interesse verloren. Bilder verblassen eben. Denk mal nach. Du hast vor einer Woche ein Lied einmal gesungen. Du hast vor einer Woche ein Lied. Sie sind dann also der Nächste. Was singen Sie? Äh, was ich immer singe. Neil Diamond. Tut mir leid, aber heute müssen Sie jemand anderen nehmen. Neil hatten wir schon. In der Happy Hour. Ist doch egal. Keinen doppelten Diamond. Steht auch in der Anmeldung. Na schön, wenn's so ist, dann nächste Woche. Nur, dass Sie's wissen. Sie bestrafen nicht mich, sondern das Publikum. Two hearts Two hearts that beat as one Our lives have to see Forever Forever Oh, 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 oh I'll hold you close In my arms I can't resist your choice Das war ja echt riesig. Ja, das war's. Und siehst du, das erste Mal musste ich dich hinschleppen und jetzt schleppst du mich dahin. I got the fever! Ja, hey. Schatz, wollen wir nach oben gehen und ein bisschen mehr Endless Love machen? Hm, Endless kann ich nicht versprechen, aber ja. Na schön, ich werd schnell duschen. Gut, ich komm in der Minute. Okay. Wieso ist da nichts? Schatz? Äh, was? Ähm, ich hab gerade gedacht, lass uns zusammenduschen, das spart Wasser. Oh, das klingt jedenfalls sehr vernünftig. Es klingt aber auch ein wenig nach... Vergnügen. Los, nach oben! Wer ist Babydoll 32? Das könnte Deacon sein. Es ist Deacon. Der Betreff ist, deine Arme sahen heute sehr sexy aus. Typisch für ihn. Mach sie auf. Ach, das kann ich mal auch machen. Nein, mach sie gleich auf. Oh. Dann hat Deacon seine Slips eingescannt und sie dir gemailt? Das, mein Schatz, ist ein Ruf nach Hilfe. Was ist das? Wer mailt dir solche Sachen? Äh, das ist nichts. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung. Du weißt es nicht. Ich kenn diese Person nicht. Sie hat mich vorige Woche beim Karaoke gesehen und seitdem mailt sie mir. Ich antworte aber nicht. Deshalb warst du mit mir heute Abend da, um für sie singen zu können? Für dich auch. Kommst du mit duschen oder was? Du bist einfach unglaublich. Ich hab doch überhaupt nichts Schlimmes getan. Du tust nichts Schlimmes? Du hast irgendwas laufen mit so einer Cybernutze. Da läuft gar nichts. Sie verfolgt mich. Ich bin das wahre Opfer. Oh, du bist das Opfer. Erzähl nichts. Es gefällt dir. Ach komm. Oh, alles klar. Du bist eifersüchtig. Ich eifersüchtig? Auf was, bitteschön? Darauf, dass ich einen Stalker habe und du nicht. Entschuldige mal, ich hatte massenweise Stalker. Weißt du, wie oft ich umziehen und meine Telefonnummer wechseln musste, weil mich irre verfolgt haben? Hm, hab ich nicht gemerkt, seit wir uns kennen. Hattest du schon einen Stalker im 21. Jahrhundert? Ja, zufällig habe ich gerade jetzt einen. Wirklich? Ja. Wen? Wen? Tommy Leonardi, ein Junge von der Highschool. Seit er meine E-Mail-Adresse kennt, belästigt er mich dauernd. Wow, zeig mal her. Wenn du unbedingt willst, aber ich warne dich, das ist nicht angenehm. Hm. Zeig mal. Ende April kam die Versetzung nach Tucson. Da mussten ich, Alice, Dylan und die Zwillinge, die Koffer... Das ist ein Stalker? Das ist ein Rundbrief an alle. Und genau so fangen diese Sachen an. Erst die Anrufe, dann das Auflegen und ehe ich mich versehe, benutzt er meine Haut als Anzug. Jetzt hör aber auf, bevor es richtig peinlich wird. Hey, weitere Diskussionen sind überflüssig. Damit du's weißt, du und dein kleiner Karaoke-Schatz sind Vergangenheit. Verstanden? Carrie, ich weiß nicht, was ich tun soll. Glaub mir, wenn... wenn es einen Zauberspruch gäbe, mit dem ich Ihre Mails blockieren kann, würde ich's tun. Erledigt. Sie sind blockiert. Danke. Hör auf, dein Eingangsfach zu checken. Sie ist blockiert. Es ist vorbei. Das... das ist doch lächerlich. Ich darf ja gar nichts mehr. Keine Bonbons, keine Stalkerin. Wozu komm ich überhaupt aus dem Bett? Komm und guck, Promi-Poker. Mark Helgenberger hat ein paar Asse in der Hinterhand. Ich mach das nicht länger mit. Spence, du bist fit am Computer. Gibt das einen Weg, das zu entblockieren? Ja. Na, dann komm her und hilf mir, verdammt. Dann wird Carrie wütend auf mich. Was soll's? Sie mag dich sowieso nicht. Jetzt hilf mir und knack diesen Code. Das ist kein Code. Man widerruft die Blockierung. Erzähl nicht lange, wie die Wurst gemacht wird. Tu es einfach. Ist schon längst erledigt. Und ich fahr nieder dran. Okay. Komm schon, Babydoll32. Soll ich dir was sagen? Ich sehe deine Sachen auf dem Rasen verteilt. Ah, und willkommen zurück, Babydoll. Hi, Duck. Erst blockierst du mich und dann hebst du es wieder auf. Niemand behandelt mich in der Art. Niemand. Naja, sie ist ein bisschen sauer. Denk nicht, du kannst von mir fliehen. Ich beobachte dich nämlich. Mich beobachten klingt wie aus dem Handbuch für Spinner. Ja. Stimmt. Ein schönes Shirt. Ich bin ein Fan von den Mads. Ich muss jetzt gehen. Ja, ja, ich auch. Der Hund wartet auf mich. Mach's gut. Aber Leute, das hat nicht zu sagen. Die Hälfte aller Fetten in Queen's Trink Mads Shirts. ruler Stimme ist ein bisschen. Hm? Der Hund wartet auf mich. Du kannst mich ruhig warnen, wenn du dir Tee kochst. Das ist ein Gebot der Höflichkeit. Oh Gott, anknopfen kannst du auch nicht? Was ist denn? Wo sie dir das hier an? Hey Doug, bitte entschuldige, dass ich so hart war. Weißt du, was mich aufheitern würde, wenn du heute Abend für mich singst? Und zwar, I will always love you. Bitte enttäusche mich nicht. Fällt nicht so schlimm, hm? Ja, das war mit dabei. Ich schätze, du darfst dich wirklich nicht enttäuschen. Hey, wer von Ihnen feiert gern Weihnachten? Tja, sehen Sie, ich auch. Verlegen wir es doch vor, damit ich mein Lieblingslied singen kann. Wenn jemandem gefällt, was er hört oder sieht, erreicht er mich unter carryhef.com. Na du, bist du von außerhalb? Das sehe ich sofort. Seid ihr zusammen hier? Oh, was für ein Verlust. Gib mir deinen Auftritt. Was? Auf den warte ich schon seit zwei Wochen. Jenny, wenn meine Stalkerin mich heute nicht hört, bin ich tot. Oh, geht sie etwas schon nach ihren Wünschen? Ja, und ich bringe I will always love you. Einverstanden, ich sag's, DJ Ron. Warte, wann kommst du dran? Gleich nach Carrie. Wie, was? Danke vielmals. Also, nicht vergessen, carryhef at yahoo.com. Bye. Was tust du hier? Singen. Du suchst dir einen Stalker? Okay, und jetzt begrüßen Sie bitte Doug Hefferman. Und was tust du hier? Beglückst du deine Höschen-Stalkerin? Nein, meine spielt verhängnisvolle Affäre seit der Blockierung und zwingt mich zu singen. Ich trete hier in den Arsch. Du kannst dir nicht in den Arsch treten, dass wir lebensgefährlich verschwinden. Du siehst nicht los, komm runter von der Bühne. No, I will always love you. I will always love you. So I'll go and I know. Doc? Spacken Sie! Warum haben Sie es so eilig, mein Süßer? Was wollen Sie? Ich hab Ihr Lied doch gesungen und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Jemand hat mich gebeten, Ihnen das zu übergeben. Hier. Sieh mal hinter dich. Hallo Doug. Spence, du bist Baby-Doll 32? Stimmt, genau. Aber, heißt das, dass du mich liebst? Nein, nein, hör zu. Es fing an dem Karaoke-Abend vor zwei Wochen an. Du bist kein Scherzkeck, sondern der Opfertyp. Akzeptier das und du wirst weniger leiden. Aber, heißt das, es ist ein Scherzke. So was, er, ist das, wie Sie nicht das sind. So was, er, ist das, wie Sie nicht in Ruhe? Wer ist nun das Opfer? Diesmal ich. Aber in einer Minute. Du. Ich glaube, ich muss noch nicht los. I feel the warmth of a hand in my eyes. Ooh, I feel my pain in my head. Walking hand in hand with the one I love. Ooh, I wonder. Schatz, weißt du, wo mein Reisepass ist? Ich fahr bald los und brauch ihn. Dad, du fährst nach New Jersey. Was denn? Grenzübertritte sind immer heikel. Das habe ich auf die harte Tour lernen müssen. Ich finde es lieb, dass du immer noch zu Mams Grab fährst. Ich meine, das war vor 20 Jahren. Ja, und es ist ein Jammer, dass sie nicht weiß, was für eine wunderhübsche Frau du geworden bist. Danke, Daddy. Wie immer werde ich sie ganz lieb von dir grüßen. Ich könnte diesmal doch eigentlich mit dir zum Friedhof fahren. Wieso? Du fährst sonst auch nicht mit. Ich weiß, aber als sie starb, war ich noch ein Teenager und ich war ganz schön wütend auf sie, weil sie einfach nicht mehr bei mir war und ich mit dir BHs kaufen gehen musste. Rückwirkend betrachtet hätte ich nicht mit in die Umkleidekabine kommen sollen. Ja, wir sehen uns dann Montag. Dad, ich will wirklich mitfahren. Es geht nicht. Wieso nicht? Ich, ähm, wohne wieder bei Onkel Chester und der läuft immer so gerne nackt herum. Ich will nicht, dass du dich erschreckst. Dann gehen wir in ein Motel. Ich brauche eine halbe Stunde zum Packen. Hey, Babe, hör mal, ich fahr dies Wochenende zusammen mit meinem Dad zum Grab meiner Mutter nach New Jersey. Das gesamte Wochenende? Kannst du nicht wenigstens so tun, als würdest du es ein bisschen bedauern? Du wirst mir furchtbar fehlen. Ganz sicher. Welche davon passen zu Steaks? Ähm, bin ich überfragt. Die Ultraschafen würden mich reizen, aber ich habe gehört, dass einem davon die Zunge anschwillt. Ich packe hier nur die Bohnendips aus. Wir wissen, dass du beide kaufen wirst. Was soll das, der Arte? Ray, ich glaube es einfach nicht. Hey Mann, wie lange ist das her? Wohl zwei Jahre. Mindestens. Ja, was machen wir? Hände schütteln? Du umarmst nicht. Nein, bei gewissen Personen schon. Und? Was machst du hier? Du bist nicht der Einzige, der was isst. Ah, was hast du da? Ah, eine ganze Salami, Chips und Käse. Du denkst wohl nicht so an Cholesterin und so. Doch, natürlich. Aber ich will sehen, wie hoch ich die Werte noch treiben kann. Was läuft bei dir so? Doch, nichts. Unser Fußboden wird gerade gemacht. Deborah und die Kids sind in Connecticut und ich kann bei meiner Mutter... Lieber Himmel, das klingt ja sehr witzig. Ja, ich bin schon verrückt vor Freude, wenn ich an die Volksmusik denke und die warme Milch. Ja, das kann ich verstehen. Hey, weißt du was? Carrie ist mit ihrem Dad das Wochenende weg. Keiner ist da. Du könntest doch bei mir pennen. Das wäre ein Riesenspaß. Echt? Ja. Denk doch mal nach. Wir beide in Ruhe allein. Ohne dies Weibergelaber. Haha. Soll ich dir was sagen? Ja. Ja, ich frag nur eben meine Mom. Äh, sag's. Hey, Ma. Ma, kleine Planänderung. Ich übernachte bei meinem Freund Doug. Nein, damit würde ich dir nicht beibringen, dass ich schwul sei. Keine Ahnung, wie ich dir das sagen würde, aber ich muss jetzt Schluss machen, Ma. Bye. Anrufbeantworter. Wir können alles kriegen. Da drüben. Erst kommt Ethel Merman. Deine Mutter ruht neben dem alten Broadway-Adel. Dad, da steht Ethel Merman. Warte, warte. Du bist seit 20 Jahren nicht mehr hier gewesen. Ich möchte erst noch die Grabstelle tip-top machen. Mach nur. Sophia, ich bin heute spät dran. Entschuldige. Ich musste was mit einem Mautkassierer klären, weil er keine Pennies nehmen wollte. Aber so wichtig ist das nicht. Ich hab eine Überraschung. Ich hab deine Tochter dabei. Hi, Mom. Entschuldige, dass ich bisher noch nie hier war. Aber du weißt, dass ich dich liebe. Schön gesprochen. Lass uns gehen. Dad, einen Moment. Nicht so eilig. Ein wirklich hübscher Stein ist das. Sophia Spooner. Geliebte Frau von Arthur. Liebende Mutter von... Darf ich? Die Blumen verdecken meinen Namen. Es geht nicht immer um dich. Lass uns gehen. Ich finde es hier unheimlich. Liebende Mutter von... Simone? Ist mir noch nie aufgefallen. Muss ein Schreibfehler sein. Los, gehen wir. Dad, was ist hier los? Wieso steht da nicht mein Name? Das ist eine lange Geschichte. Du erinnerst dich an deine Cousine Simone? Cousine Simone ist meine Schwester? Nein, nein. Nichts dergleichen. Du bist Simone. Du bist dran. Bist du bald fertig, Daddy? Äh, nein, Simone. Gedulde dich ein bisschen. Gewinnst du? Wenn du mich schon fragst, ich stehe mit 600 in der Kreide. Ui. Geh doch und spiel mit deiner Cousine Carrie. Okay. Tja, Schwester, wir beide sind noch übrig. Na gut, na gut. Ich spendiere weitere 50. So viel hab ich nicht mehr. Hey, du bist der Angeber, der mit hohen Einsätzen spielen wollte. Ich weiß, ich weiß. Ich spiele um diese Uhr und um den Zweitschlüssel zum Haus meines Nachbarn. Das reicht leider nicht, Arthur. Aber du hast etwas, das ich haben will. Was? Den Namen deiner Tochter. Denkst du, ich spiele um Simone? Der Name war für unser Kind, das wusstest du. Du hast ihn uns einfach weggenommen. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Gehst du jetzt mit? Du hast meinen Namen beim Poker verspielt? Ich hatte doch drei Asche. Er hatte aber einen Flasch. Wie konnte ich das wissen? Ich liebe diesen Tapeziertypen. Immer auf den Klempner. Die müssten sich mit Tacker-Klammern beschießen. Der Klempner macht ihn fertig, garantiert. Glaube ich nicht. Der Tapezierer ist tough. Ja, aber der Klempner hat verrückte Augen. Siehst du so? Ey, nicht lassen. Sieht fies aus. Ja, ich schalte wieder auf die Chilli-Down. Ist zu Ende. Midland, Texas hat gewonnen. Was? Deswegen wette ich nicht mehr. Steht alles schon fest. Also ehrlich, Mann. Das hier ist doch ziemlich lahm. Was? Sieht ihr uns doch an? Es ist Wochenende. Unsere Frauen sind nicht da und was Besseres fällt uns nicht ein. Soll ich lieber nach Hause fahren? Nein, nein. Lass uns nur etwas Spannung reinbringen. Ja, super, super. Bestellen wir uns doch eine Pizza. Nein. Ja, aber das ist es nicht, worum es geht. Was dann? Bevor ich Carrie hatte, habe ich immer getan, was ich wollte. Ich war ein wilder Bulle. So siehst du auch aus. Ja. Holen wir die alte Zeit zurück. Seien wir wilde Bullen. Alles klar, ich kann auch ein wilder Bulle sein. Was machen denn wilde Bullen so? Ich weiß nicht. Carrie ist sauer, wenn ich Schmutz mache. Du kannst einem Bullen nicht sagen, dass er keinen Schmutz macht. Du lorst! Haben wir noch mehr Cheetos? Das hätte ich nicht tun sollen. Ich verstehe nicht, wieso du so ein Riesendrama daraus machst. Dad, wenn es kein Riesendrama ist, wieso wollte Mom dann, dass Simone auf den Grabstein geschieben wird? Sie hat mir den Verlust niemals verziehen. Sogar am Tod hat sie es mir heimgezahlt. Weißt du was, Dad? Mein Leben lang habe ich unter deinen Verrücktheiten leiden müssen. Beziehungen hast du mir kaputt gemacht. Genauso wie Jobs. Und für mein College-Geld hast du die Verwertungsrechte an der Lou Rawls Story gekauft. Weil sie erzählt werden muss, was ich auch machen werde. Schatz, es ist doch nur ein Name. Dad, es ist nicht nur ein Name, okay? Er ist wichtig. Er definiert, wer du bist und auch, wie man mit dir umgeht. Ich meine, wenn ich Simone geblieben wäre, wäre mein Leben vielleicht ganz anders und viel besser gelaufen. Was wir aber nie erfahren werden. Der Mann hatte einen Flasch. Hier, die Autoshow ist in der Stadt. Näh. Oh, Stotterjohn singt in Rent. Nein, 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 nein. Gehen wir doch in diesen Pinguin-Film. Nicht zu fassen, für uns gibt es einfach nichts. Hey, sieht ja das an. Wieso feiern wir nicht mit den Promis in der Lightning Lounge? Hier, wie wärst du mit Rock'n'Bowl? Schuhe sind gratis. Spinnst du? Heute Nacht kämpfen wir um unsere Männlichkeit. Ich bin für das Club-Ding. Ach, das ist immer so eine Sache mit Clubs. Komm schon, wir sind verheiratete Männer. Wer redet von Frauen aufreißen? Das ist eine reine Nacht für Männer. Komm, wir sind wilde Bullen. Lass uns losziehen. Warte, warte, warte. Willst du etwa so dahin gehen? Du hast eine Jogginghose an. Falls du es nicht weißt, das sind Easy-Fit-Pants. Und du siehst aus wie auf dem Schulausflug. Schulausflug. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Gott, das stimmt Ja Hör mal, wir brauchen sowas wie ein Codewort Wozu? Falls die Dinge eskalieren Oh, oh, du meinst, wenn so eine Mieze mit mir in den Clinch geht Und ich nicht wegkomme, sag ich einfach das Wort Ja, genau Okay So was nehmen wir für ein Wort Ähm, wie wäre Cheetos? Cheetos? Warum nicht Cheetos? Weil es nicht organisch ist Es kommt nicht in vielen Sätzen vor Bei mir schon Geht hier nicht rum, Leute, ja? Bitte geht alle rein Lass es uns tun Wilde Bull Hey! Hallo! 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 Hi! Ich gehe aus Oder Filmstar? Ja! Ich rufe dir ein Taxi Wir brauchen wohl doch kein Codewort, ne? Ja, merkwürdig Und jetzt sind die Frauen ganz verrückt nach Kern, die im Eis saugen Ich hab 15 Mäuse für den Drink gezahlt Und wenn ich das Glas essen will, tu ich das Und du mit deinem Nicken und dummen Grinsen Hey, seht her Seht ihr mal zu Beginn das Haarfleiß? Hey, Pferdezahn, Pferdezahn, Pferdezahn Pferdezahn, 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 Kengst Ja, aber es hat sicher niemand auf meine Zähne gesehen, weil ich zum Glück neben jemandem sitze, der so aussieht, als hätte er seine Nachbarn verschluckt Jetzt sag ich dir mal was, wenn ich Single wäre, würde ich dich bei den Mädels total überflügeln Oh Mann, was redest du? Du denkst ernsthaft, du hättest mehr drauf als ich? Das weiß ich, okay? Ja, ja, sehr witzig Das ist witzig Ja, hey, wie wär's mit einer kleinen Wette? Bin ich dabei? Okay, schön Dann machen wir's so, 100 Dollar für den, der als erster mit jemandem tanzt Tch, der leichteste Huni, den ich je im Leben verdient hab Na dann Entschuldigen Sie, würden Sie gern tanzen? Nein, danke Möchten Sie? Oder Sie? Nein Sie? Oh Mann, Sie sind recht Aber, wollen Sie mich nicht erst mal zuhören? Ich habe Geld und sterbe demnächst, okay? Oh mein Gott, das ist ja total mein Song Ja, mein Song ist das auch total Wollen wir tanzen? Nein Ja, machen Sie erst Ich war zu lange Sie ist toll Eine echte Göttin, total Oh bitte, wissen Sie, wo die Toiletten sind? Ja, ja, die sind da oben rechts Ja, komm, Sie, ich zeig's Ihnen Hey Zieh ab, Mann, zieh ab Zieh ab Weiß die Kleine überhaupt, dass sie mit dir tanzen? Oh, ich denke, das weiß sie nicht Ja, darum schlägt sie den Kern Sie soll das tun, das tönt mich an Ja, zum folgende Regel Es muss jemand sein, der nicht schon tanzt Der in einer neutralen oder stehenden Position ist Auch gut, wieso dann Ja, sehr nett Möchten Sie ganz schnell mal mit mir tanzen Oh nein, danke Sie bekommen dafür 50 Mäuse Äh, was? Ja Was ist hier los? Oh, nichts Ich wollte nur eine Sekunde mit dir tanzen Er gibt mir dafür 50 Dollar Hältst du sie für eine Notte? Nein, 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 nein Vergessen wir's, vergessen wir's Aber tanzen Sie für 50 Mäuse mit mir? Ich polier dir gleich die Fresse, Opa Kitos! Kitos! Und? Dad, ist okay, du hast es versucht Das ist die Hauptsache Ich mag dieses Leben auch irgendwie Ich hab' nen tollen Mann Und nen verrückten Dad, der mich liebt Ich bin gern Carrie Was das angeht Oh mein Gott Hast du Carrie etwa auch verloren? Du bist stolze Gewinnerin des hübschen Namens Mitch Hey, ich habe gecheatost Entschuldige mal, Raven und ich warten auf den richtigen Tanz Na, Idiot, hilf mir Der Kerl will mich töten Wie bitte, du spinnst? Ich hab' erst deine Freundin Und dann auch noch ihn angemacht Dann zeig ihm die Zähne Dann haut er ab Was willst du, Mann? Jetzt hör' schon auf Komm schon Ja, Reiz Was ist los mit dir? Wir sind 2 zu 1, Mann Willst du wegrennen wie ein kleiner Junge Und aus dem Klofenster krabbeln? Ja, gut, das Klofenster, prima Jetzt hör' aber auf Komm schon, Mann Du bist ein wilder Bulle, oder? Ich bin 45 und Bibber vor Angst Reiß' nicht zusammen Wir beide sind wilde Bullen Ja, kapiert? Ja, wilder Bullen Und jetzt zeig' mir die verrückten Augen Na los, komm Na, trau' dich doch Hatte hat schon was, ne? Kann man so sagen Hast du dein Zahn gefunden? Sie sagten, sie rufen mich an Wieso war der wohl auf Bewährung? Auf jeden Fall kommt sexuelle Belästigung dazu Das Kodewort ist Klofenster Klofenster Wahnsinn Ah, Sonntag Weißt du, wie ich ihn auch nenne? Spaßtag Guter Witz Okay, ich hab' ein paar Fragen Nimm mal eins Wieso hast du auf die Sohlen von deinen Socken zwei Vieren geschrieben? Das ist mein neues System Ich nummeriere meine Socken, damit ich weiß, welche von ihnen zusammengehören Peng Aber all deine Socken sind weiß Du kannst irgendwelche nehmen Für dich ist Zehengedächtnis wohl ein Fremdwort Durch längeres Tragen wird ein Strumpf entweder zu einem Linksfüßler oder zu einem Rechtsfüßler Wenn man einen davon auf den falschen Fuß zieht Ist das Gehen für die Zehen eine wahre Qual Und dazu dieser Scham Wie erkennst du durch die Vieren, welcher für welchen Fuß ist? Douglas, mein System hat sicher Schwächen Ich hab' es aber immer wieder gründlich geprüft Und glaub mir, es gibt nichts Besseres Es sei denn, du markierst sie mit einem L oder R Tja, das war dann mein Spaßtag Übrigens ist Sonnabend Ich hab' was auf Discovery Channel gesehen Durch diesen Evolutionskram werden den Menschen bald überhaupt keine kleinen Zehen mehr wachsen Oh Mann, was für ein Mist So ist es Aber bis dahin vergehen tausend Jahre Das ist dir völlig egal? Ja, ich hab' kleine Zehen Toll, sagt das deinen Enkeln, wenn sie vorn überfallen Hey, da bin ich Hey Was ist? Ist dir eigentlich klar, dass du da ein Baby umgeschnallt hast? Ja Ah, ein Dip Okay Mann, was soll das jetzt? Das ist Tanjas Kind War das nicht diese Bedienung? Hm? Du hast ein Kind mit ihr? Nein, verdammt, sie ist doch fremdgegangen Hört ihr eigentlich zu, wenn ich was erzähle? Und warum hast du ihr Baby? Sie hat gefragt, ob ich's nehme Sie hat dies Wochenende ein Seminar außerhalb Sie lässt dich das Baby hüten, das sie von dem Kerl hat, der der Grund eurer Trennung war? Ja Aber das ist nur ein Plan, um mich wiederzubekommen Darum borgt sie sich immer Geld und mein Auto Offensichtlich vermisst sie den guten Danny Ehrlich gesagt, das Kind ist verdammt süß Naja, wer weiß es? Danke mein Alter Ich will nicht angeben, aber Der Kerl, für den sie mich verlassen hat War Unterwäschmodel Kann ich's mal halten, Danny? Im Moment nicht Wisst ihr was? Mein Kleiner hat neulich das erste Mal Papa gesagt Zu dem Kerl vom Kabelfernsehen Aber schön war's trotzdem Kinder sind großartig Ja, ich liebe es, obwohl es gar nicht meins ist Was muss das jetzt für ein Gefühl sein? Ich muss mal kurz Ich, äh, ich nehme es Dick ist näher dran Okay Hey Ich kann auch Babys halten Denk an die Taufe seines Sohnes Entschuldigen Sie Sie sind doch die Geschäftsführerin Ja Ich bin Arthur Spooner Und ich würde gerne meine Kandidatur anmelden Als, äh, Kunde des Monats Oh, ähm, ich werde mir die Namen merken Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist Ich war jeden Tag des Monats bei Ihnen Ich wäre also perfekt Ja, ich weiß, dass Sie oft hier sind Nicht oft, jeden Tag Ich hab allerdings bisher noch nie gesehen Dass Sie etwas bestellen Was? Ja, Sie kommen mit Ihrem eigenen Kaffee Und nehmen hier Sahne und Zucker Ich bestelle dauernd etwas Zum Beispiel den Rice Krispie Riegel vorletzte Woche Ja, bei denen haben Sie fast aufgegessen Und den Rest reklamiert Da wäre ein Angelhaken drin Da war auch einer Es geht nicht bloß darum, wie viel man bei uns bestellt Zum Beispiel Helen hier Sie ist 80 und 12 Meilen gelaufen Für die Opfer von Muskeldystrophie Oh, verstehe Sie boykottieren meine Bewerbung wegen meines Streits mit Jerry Lewis Zu Ihrer Information Ich hab ihn angerufen Der Ball ist auf seiner Seite Ich, äh, habe zu arbeiten Oh Übrigens Ich denke, Ihr Rasierer ist fertig aufgeladen Schatz, was machst du? Schatz, hab keine Angst Sei ganz ruhig Bitte jetzt nicht Ich muss morgen früh aufstehen Jetzt komm schon Wir machen ein Baby Was? Ja, ich will ein Baby machen Heute Nacht Warst du in einem Stripclub? Nein, ich Hab drüber nachgedacht Wie sehr ich dich liebe und Wie sehr ein Baby unser Leben bereichern könnte Ehrlich? Ja, zieh den Slip aus und zähl bis 50 So kenn ich dich gar nicht Willst du das wirklich? Ja Und wenn wir das Baby bekommen haben Darf Danny es nicht halten Was soll das nun wieder? Na ja, Danny hat heute das Baby einer Freundin gehütet Und es mich nicht halten lassen Aber er wird dumm gucken Weil unser Baby seins um Längen schlagen wird Na komm Hör auf, lass nichts Was? Warum denn? Ich glaub's einfach nicht Du willst, dass wir ein Baby kriegen Um dich an Danny zu rächen? Und um unser Leben zu bereichern Also ehrlich, das find ich einfach unglaublich Das ist einer der Gründe, kein Baby zu kriegen Weil du verantwortungslos bist Tut mir leid, vergiss die Danny Sache Tatsache ist aber Ich hätte wirklich gerne Familie Na dann viel Glück dabei Denn diese Küche ist geschlossen Jetzt mal nicht so eilig Wir sind immerhin zwei Du kannst das nicht allein entscheiden Doch, das kann ich Ist gerade geschehen Also ich bin es ehrlich leid Dass du hier immer den Boss raushängen lässt Nein, Doug, du kriegst das Auto nicht Nein, du schluchst keine Steroide Gut, hör zu Das Gespräch ist zu Ende Ich schlaf jetzt Okay, nur damit das klar ist Du sagst kein Baby Also kein Baby? Jep Wenn du dich da mal nicht täuschst Hey Hey, leih mir mal dein Baby Was? Nein Nur für ein paar Stunden Alter, das ist ein Baby Keine Schraubzwege Häng zu, ich hatte Krach mit Carrie Und sie soll lernen, wer der Boss im Haus ist Das geht nicht Ich hab versprochen, ich würde es jede Minute bewachen Wenn einem jemand so viel Vertrauen schenkt Ja, das bedeutet was Andererseits würde ich gern Transporter 2 sehen Ah, da kommt sie Bist du bereit? Bereit bin ich immer Oh mein Gott, der Mann erstickt Ein Angelhaken, der war in mein Brötchen Dieser Mann hat mich gerettet Oh ja Dieser Mann hat mir das Leben gerettet Keine Aufregung, Leute Ich hab nur gemacht, was jeder Kunde gemacht hätte Jeder bestimmt nicht Er wird dafür Kunde des Monats, will ich hoffen War's das? Machen wir jetzt das Bild von mir Ich hab ein Korsett an Wir können gleich loslegen Denken Sie wirklich Sie könnten bei mir Kunde des Monats werden Wegen dieser albernen Schülertheaternummer da? Na, dann gibt's hier wohl gleich einen Aufstand Hören Sie, alter Mann Hören Sie genau zu Solange ich dies Café führe Werden Sie ganz gewiss niemals Kunde des Monats werden Ich wünsche einen schönen Tag Ich bin da Hey Oh, ich wollte dir sagen, dass es mir leid tut Wegen der Anschnauzerei gestern Ich muss aber manchmal für uns das Richtige tun Ich weiß Ich weiß und danke Dann wär ja alles klar Entschuldige bitte Was zur Hölle soll das? Dachtest du, ich verzichte deinetwegen auf ein Baby? Hallo, mein kleines Baby Nein, jeres bist du Okay, wenn ich jetzt den Fernseher anmache Kommt dein Bild dann in den Nachrichten? Nein Nein, kommt es nicht Wieso auch? Na komm, mach Würdest du damit aufhören? Womit? Okay, Doug Ich verstehe Es war clever von dir Dir ein Baby auszuleihen Und du denkst, dadurch würde ich ein Kind haben wollen? Ist mir egal Mach, was du willst Ich hab eins Na schön Weißt du was? Dieser Mist, den du anstellst Entfernt mich nur noch weiter von dem Wunsch nach einem Baby Mit dir wenigstens Falls es dir nicht aufgefallen ist Ich brauche dich nicht für ein Baby Hey, Danny, ich bin's Kannst du kommen das Baby holen? Es hat nicht wirklich hingehauen Und jetzt weiß ich nicht, was ich mit ihm tun soll Okay, ruf mich an Was geht ab? Hier, wenn du lieber selbst willst, dann... Ziehst du immer noch das Baby-Ding durch? Äh, Vaterschaft ist kein Ding Sondern eine Berufung Okay, hör auf, Doug Es fing einfach dumm an Aber jetzt wird es unverantwortlich Unveran... was? Ja, du weißt nicht mal, was du mit dem Baby anfangen sollst Gib's zurück Hey Oh Mann, du musst in Transporter 2 Da denkst du, denen kann keine Transportvariante mehr einfallen? Ha, ich will dir den Film nicht versauen, aber er schafft es Hör zu, ich brauche mehr Zeit Was? Danny, hilf mir Carrie macht mich fertig Sie darf dieses Baby-Ding nicht gewinnen Dann gehe ich ins Casino Das war zu leicht Es kommt, es kommt Ja, es ist noch da Es? Du weißt noch nicht mal, was es ist Ja, ich versorg das Baby den ganzen Tag und hab keine Ahnung Pst Ist meine kleine Süße bereit für ihre Mehl? Ich teste zuerst am Handgelenk, ob sie nicht zu warm ist Bisschen zu heiß, hm? Aufgemerkt Acht Minuten Mikrowelle ist zu lang Dein Baby schreit Mach ihm doch ein bisschen Apfelmus heiß Ihr Papa entscheidet, was sie gerne isst Oh! Natürlich Nicht das Aber Hör zu, sie brüllt wie eine Irre. Ich krieg sie einfach nicht ins Bett. Du musst komm und sie holen. Jetzt sofort. Hey, hey, ich hab hier eine Glücksträhne. Ich komm in einer Stunde. In zwei spätestens. Ich sag dir was, ich bring sie zu dir. Ich bring sie zu dir. Sag nur, wo du bist. Hey, hey, lassen Sie mal die Luft raus. Ich mag keine leeren Gläser. Hi, kann ich helfen? Ja, was haben Sie, damit ein Baby schläft? Pillen? Drops? Legal? Illegal? Ich zahle Cash. Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Sie sind einer von vielen Verzweifelten. Sehr tröstlich. Hätten Sie ein paar Pillen für mich? Ich bin komplett am Ende. Alleinerziehender Vater? Gewissermaßen, ja. Nehmen Sie doch an der Müttergruppe teil. Die fängt in ein paar Minuten an. Und die haben auch Pillen dabei? Für mich? Hi, willkommen. Nehmen Sie Platz. Die Fragestunde ist eröffnet. Und wenn Sie Sorgen haben, helfen wir Ihnen. Also, mein Baby brüllt immer in der Nacht. Und ich muss deswegen weinen. Versuchen Sie den Trockner-Trick. Steckt man Sie da rein? Nein, mit dem Kindersitz auf den Trockner stellen und peng, schlafen Sie. Ne kleine Frage noch. Was ist mit dem Essen? Mein Baby lehnt immer das Gemüse ab. Oh, dann halten Sie es von Obst fern. Wenn die einmal was Süßes geschmeckt haben, können Sie alles andere vergessen. Ach, ich weiß so vieles noch nicht. Machen Sie sich keinen Stress. Alles, was richtig und wichtig für Ihr Baby ist, das finden Sie hier drin. Schlafen Sie hier drin. Ladies, packen Sie Ihr Baby bloß nicht jede Nacht auf dieselbe Seite, weil Sie sonst einen Flachkopf-McGee kriegen, versteht Sie mich? So wie Sarah und Dylan. War ein Scherz. Ich sag euch, was mich am meisten stört. Seit unser Baby da ist, haben mein Mann und ich praktisch überhaupt keinen Sex. Sex? Deswegen sind wir in diesem Schlamassel, ha? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jared trinkt einfach nicht. Kennen Sie den Footballgriff? Nein, wie macht man den denn? Kann ich den klein mal haben? Okay. Sie halten den kleinen Burschen wie einen Football. Ein einfaches Prinzip. Er kann sich nicht wehren und Sie führen ihn sanft nach Mopsville. Den Rest findet er allein, sehen Sie? Oh mein Gott, er bekommt schon Vorderzähne. Wundervoll, dieses Internet. Ja. Denn ohne das wäre ich niemals über Ihr Vorstrafenregister gestolpert. Was? Ja, ja, stimmt's nicht. Sie sind doch Gloria Crestwell, die im Oktober 82 verhaftet wurde wegen Mundraubes in Tonawanda, New York. Ich war 19, ich war allein und hungrig. Erzählen Sie Ihre Seifenoper den Verantwortlichen von der Firmenleitung. Oh, das würden Sie nicht tun. Sie würden mich nicht feiern lassen, nur um Kunde des Monats zu werden. Ja, ich komme ja schon. Hi. Hey, Danny. Schon fertig mit dem Seminar? Wo? Wo ist das Baby? Hä? Oh, äh, weißt du, das ist nicht hier. Aber das geht klar. Alles cool. Siehst du den da? Das ist Larry. Und der andere, das ist Curly. Der da mit der Eiszange ist Moe, von dem halte dich fern. Okay? Hey. Hey. Oh. Du sapperst ja. Also ehrlich, du hast ein gutes Gefühl für Babys. Danke. Sie ist echt süß. Mhm. Wie ist Ihr Name? Ich weiß nicht. Ich nenn sie Muki. Muki klingt nett. Sie sieht aus wie eine Muki. Ja. Und, äh, willst du irgendwann auch mal so eine? Keine Ahnung. Wäre möglich. Willst du sie halten? Ähm, ja, sehr gern. Ah, okay. Komm her, mein Schätzchen. Hi. Hi, Baby. Oh, ja, ich weiß. Oh, okay, nimm sie, nimm sie schnell. Kann ich, kann ich, kann ich, ich nehm sie schnell. Nimm, ich nehm sie schnell. Alles ist gut. Oh. Gib mir das Baby. Was? Wieso? Ja, 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 ja. Tanja sitzt draußen im Auto mit Detective Romero und deswegen brauche ich das Kind jetzt. Okay, kannst du, äh, gib, äh, gib mir ne Sekunde, ja? Hey, es war echt wunderschön, dich hier zu haben. Und eins sollst du wissen, wenn's dich mal in die Nähe zieht, komm doch vorbei. Alles klar, Schatz? Ich brauch ein Bier. Willkommen im Java-Haus. Ich bin Arthur Spooner, Kunde des Monats. Willkommen im Java-Haus. Ich bin Arthur Spooner, Kunde des Monats. Guten Tag. Gloria, ich brauch einen Bewerbungsantrag. Nicht heute. Nicht heute. Hallo? Hi, Schatz, hör zu, ich hab ein Problem. Und ich erst mal, ich such die verfluchte Salsa. Was? Ich hab gestern Salsa geholt und sie ist weg, verschwunden. Okay, tut mir aufrichtig leid, dich in der schwersten Stunde deines Lebens gestört zu haben. Aber ich werde heute länger arbeiten müssen und kann deswegen deine Mutter nicht vom Flughafen abholen. Und ich kann auch nicht, ich poke heute Abend. Jetzt komm wieder runter, ich bestell ein Taxi für deine Mutter, okay? Gut, das löst das kleine Problem. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja, drück dich nur so, wie du es immer noch so schnell hast. Okay, bye-bye. Bis dann. Wieso schicken diese Idioten so wenig Sandwiches? Oh, wenn Sie wollen, verdoppel ich sie Ihnen mal schnell. Raffinierte Idee. Ja, und dann packt man sie auf mehrere Teller, dann sieht es nach mehr aus. Ich hab das bei meinem Mann gemacht, hat aber nicht funktioniert. Und danke dafür, dass Sie länger bleiben. Hier geht alles drunter und drüber, seit Tom Weaver weg ist. Äh, Sherry? Ja? Ich, ich hab mich gefragt, ob, äh, und sagen Sie mir, wenn's ne Schnapsidee ist, aber denken Sie, dass ich vielleicht ne Chance hätte auf Mr. Weavers Job? Oh. Entschuldigung. Ja. Dugan Group? Ich hab die Salsa gefunden. Ich hab vorhin in der Aufregung vielleicht Sachen gesagt. Unrichtig, äh. Was wollten Sie sagen? Ich denke, Sie wären genau richtig für den Job. Im Ernst? Natürlich müssten Sie sich mit Toms Akten vertraut machen und so. Aber logisch, klar. Ach, aber ich muss Ihnen sagen, dass es da vielleicht eine Sache gibt, die beim Vorstand vielleicht gegen Sie sprechen würde. Oh, was? Ich will Ihre Gefühle nicht verletzen. Ach, Hensen, immer raus damit. Nun ja, es ist so, ich weiß, wie fleißig und talentiert Sie sind, aber der Vorstand weiß das vielleicht nicht zu schätzen, und zwar wegen Ihrer Art zu reden. Was? Die Art, wie ich rede? Ich mein, verdammt, wie rede ich denn? Carrie, dies ist eine Immobilienfirma. Und wenn ich Sie sagen höre, Sie schnallen schon, was ich mein, oder was ein beschissenes Wetter, dann klingt das eher so, als würden Sie auf dem Fischmarkt Lastwagen abfertigen oder auf einer Baustelle Zement mischen. Verstanden, alles klar. Vielen Dank auch. Arbeiten Sie daran, okay? Ich erhöhe um zwei. Ich bin raus. Ich ebenso. Weißt du was, Dag, mein Freund? Ich werde erhöhen. Was soll das? Jetzt kannst du nicht in den Augen lesen. Dann achte ich eben auf die Schweißtropfen und zitternden Hände. Ich will sehen. Verdammt! Dag? Ja, Mom? Weißt du, auf welchem Kanal meine Sendung läuft? Ich bin nicht sicher, aber Seniorenkanal würde ich nehmen. Hey, Babe. Hi. Sehr gut, Spence. Die Flasche gehört neben den Untersetzer. Ist was? Mein Boss hat mir heute gesagt, dass ich vielleicht nicht befördert werde wegen meiner Art zu reden. Red ich ehrlich so verdammt beschissen? Tu ich das? Nein, es ist die reinste Musik. Ach, halt die Klappe. Schatz, ich habe an den Knopf gedrückt und jetzt ist der Bildschirm blau. Dann, dann drück auf TV-Video und versuch's mit Kanal 3. Oh, und nimm dir nichts für morgen Nachmittag vor. Da machen sie Mantelausverkauf im Übergrößen-Shop. Erstens, falls du's nicht weißt, ich habe einen Mantel. Und zweitens, die Jungs kennen meine Größe. Ich seh' dich nur ein paar Mal im Jahr und nie verbringen wir Zeit miteinander. Und wie nennst du das hier? Spence, du gibst. Äh, also ich brauch jetzt ein kleines Päuschen. Das geht nicht. Wir sind mitten in einem Turnier. Ich kann doch übernehmen. In unserem Wohnblock spielen wir dauernd Karten. Danke, Janet. Dankeschön. Was passiert hier? Carrie, die Lösung für das genannte Problem liefern dir keine Pillen. Das ist Kauvitamin C. Kann ich dir helfen? Nein, aber ich kann dir helfen, deine Aussprache zu trainieren. Was willst du damit sagen? Gekommen her, da war ich zehn. Bis dahin wohnten wir auf dem Land in West Virginia. Und weißt du was? Reden getan hab ich so. Wirklich? Es ist wahr. Aber ich wusste, wenn ich das nicht wegbekäme, dann würde ich enden wie meine Freunde. Schuften in den Minen und kaum noch das Tageslicht sehen. Jetzt arbeitest du in der U-Bahn. Ja, schon, aber... Und Mienarbeiter verdienen viel Geld. Ungefähr doppelt so viel wie ich, aber der Punkt ist der, dass ich gelernt hab, besser zu sprechen und ich kann's dir beibringen. Kann sein, aber das Gespräch ist in einer Woche und es ist kein Smalltalk mit einer Freundin, sondern, oh, Smalltalk, ich kling ja wie ein Ascheimer. Karen, du bist klug, du kannst hart arbeiten und du kannst es schaffen. Glaubst du wirklich? Ja. Aber eins musst du vorher wissen. Du musst dich mir total ausliefern und zu allem bereit sein. Hey. Hey. Hier ist das Geld für Tante Janet und ich gratuliere. Ja, gestern hat sie mir alles wieder abgeknöpft, was sie mir zu Prüfungen und Geburtstagen geschenkt hat und zu meinen beiden Hochzeiten. Ich hab auch 35 Mäuse an sie verloren. Ich darf es in Kuscheleinheiten zahlen. Dürfen wir das auch? Nein. Gut, dann geb ich dir nen Scheck. Wow. Sie kann ihn erst in einer Woche anlösen, ich muss was umschichten. Weißt du was? Schleust sie doch in das Highstakes-Spiel ein, das bei Oduli stattfindet. Was? Ja, überleg doch mal. Du gibst dir das Geld, die wären völlig überrascht und du sanst ab. Warum eigentlich nicht? Und wenn sie da auch gewinnt, könnte man es noch erweitern. Ja, und dann bringst du deine Mom nach Vegas. Übertreiben wir es nicht, aber ja. Hiermit werden wir an deine Aussprache feilen. Tork. Moment, schreibt man Tork jetzt T-O-A-K und ich hab davon nur nichts mitgekriegt? Nein, zweite Chance. Okay. Tork. Runde den Vokal nicht so, sondern lass ihn gleiten. Talk? Du willst mich ein bisschen verarschen, stimmt's? Nein, ich versuch's ja, ich kapier nur nicht, was du meinst. Pass auf, ich will, dass du dir ein Gedächtnis in den Sprechmuskeln aufbaust, ja? Ich bring deinen Kiefer kurz in Position. Und jetzt das nächste Wort. Kaffee. Nein, jetzt nochmal. Kaffee. Nein. Und nochmal? Na los? Kaffee. So, mir reicht's. Nimm deine Wurstfinger weg von mir. Gut, das heißt, nimm deine Wurstfinger von mir weg. Okay, weißt du was? Die Sache wird nichts. Wieso nimmst du nicht deine Tafel und dein komisches Modell und verziehst dich, okay? Aha, meinetwegen. Aber ich schlage vor, dass du folgenden Satz weiter trainierst. Ich werde mein Leben lang Kaffee für Vorgesetzte besorgen. Arbeiten wir weiter. Gut, ich werde die Zungenklammer holen. Soll ich meine Atemübungen durchgehen oder so? Kannst du gerne, wenn du willst. Entschuldige, dass ich dich gebissen habe. Macht nichts. Meine Finger waren auch ziemlich tief drin. Weißt du, du hast recht, ich werde es nicht schaffen. Ich werde für immer in Queens leben. Ich werde ewig Sekretärin bleiben und die Frau von Dark. Ach, sag nichts, ich bin müde. Hallo? Ich habe jetzt keine Zeit für einen Smalltalk. Okay, bye bye. Was ist? Du kannst jetzt was nicht? Keine Zeit für einen Smalltalk. Keine Zeit für einen Smalltalk. Du, siehst du, du kannst es. Komm, sag mir deinen Beispielsatz. Ich habe Angst. Tu es einfach. Okay. Ich hatte einen Smalltalk mit Audrey bei einem Kaffee. Nochmal. Ich hatte einen Smalltalk mit Audrey bei einem Kaffee. Oh mein Gott, ich kann es ja. Du kannst es. Gott, du bist wunderschön. Hi, darling. Hi, Mom. Was machst du da? Der Wäschekopf war voll, da habe ich gewaschen. Carrie kommt doch damit klar. Sie wird sicher kaum was dagegen haben. Allerdings bist du doch wohl nicht extra hierher geflogen, um zu waschen. Wir zwei wollen eine gute Zeit haben. Was immer du gern machen willst, sag es mir. Ich möchte gern in ein Musical. Ich hätte große Lust auf Spam-Lot. Und ich meine was Aufregendes. Mal was völlig anderes. Naja, meinetwegen was, was dein Leben völlig auf den Kopf stellt oder sowas. Hey, spielen wir doch Texas Hold'em. Ich bin doch ganz begeistert von gestern. Wirklich? Ich dachte, ich hätte dich blamiert. Mich blamiert? Bei welchem Pokerspiel warst du denn? Worum geht es, Doug? Also, da startet ein High-Stakes-Spiel und du sollst mit antreten. Was? Wieso? Weil du, äh, du bist eine nette alte Frau. Keine Ahnung, wie toll du bist. Wir sahen richtig ab. Oh, nein, nein, nein. Sowas würde ich nicht tun. Das erscheint unehrlich. Unehrlich? Und wer veranstaltet nicht-lizenzierte Tupper-Partys im Hobbykeller? Das war bloß eine. Ich will von diesem Thema nichts mehr hören. Es ist mir unangenehm. Verstehst du? Ach, weißt du, du beklagst dich, dass ich zu wenig Zeit mit dir verbringe und... Jetzt überlege ich mir was, was wir zusammen machen können und du lehnst es einfach ab. Wie stellt man dich zufrieden? Keine Ahnung. Ach, Junge. Ich... Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Das hast du. Du willst wirklich, dass ich mitspiele? Ja, und es kommt mir nicht bloß aufs Geld an. Ich will, dass wir uns nahe sind. Wenn's so ist. Mit wie viel steigt man ein? Nur tausend, mehr nicht. Woher willst du tausend Dollar kriegen? Ich hätte gern eine Bestellung aufgegeben. Drei Portionen Eierblumensuppe, Schweinefleisch süß-sauer für drei und zwei Kaffee. Soll ich es wiederholen, weil ich es nämlich kann? Du warst unglaublich, Ma. Oh, ich bitte dich. Ich hatte aber schon Skrupel, dem netten Jungen sein gesamtes Schulgeld abzunehmen. Ich hab auch keinen College-Abschluss und sieh mich an. Was geht ab? Was geht ab? Na gut, Zeit für dich schlafen zu gehen. Ich pumpe dein Bett schnell auf. Ich bin doch so aufgekratzt, offentlich kann ich schlafen. Keine Sorge, du spielst eine blaue Pille mit einem Martini runter und ich weck dich morgen mit einer Schaufel. Oh, hey, Janet. Hallo, Carrie. Doug und ich haben so viel gemacht, ich hab das Gefühl, wir haben noch kein Wort miteinander gewechselt. Halb so wild. Das finde ich aber nicht. Ich mach uns mal einen Kaffee und dann können wir richtig einen austauschen. Nicht nötig, wir bekommen gleich Kaffee. Du bestellst Kaffee? Was ist denn das für ein Unsinn? Wir können doch selbst Kaffee machen, oder? Okay, wie wär's mit Tee? Einen schönen reißen Tee? Okay, doch, ich mach einen. Oh, weißt du, in wen wir fast reingerannt sind? Wer direkt vor uns über die Straße latschen wollte? Bea Otha. Die die Maud gespielt hat. Ähm, ja. Hast du Maud mal gesehen? Aha, aha. Die marschierte da mit ihrem Kleffer rum, so einen üblen Flohtrack. Hey, hat Mom dir von Maud erzählt? Ja, das hat sie. Hör zu, ähm, sie muss hier verschwinden. Was? Ihre Art zu reden macht mir alles kaputt. Wir werden sie in einem netten Hotel unterbringen. Kommt nicht in Frage, das macht sie nervös und sie hat morgen eine wichtige Pokerpartie. Was ist mit mir, Dark? Ich habe morgen eins der wichtigsten Bewerbungsgespräche meines Lebens. Hör zu, ich lieb dich für deine Spinnereien, aber man bringt mir Geld, die Fahrkarte hier raus. Schau's einfach nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Kassetten, ich muss rein. Ja, na los, Grino, los. Hm. Sie sind dran, Dark. Ich, äh, bin wieder raus. So werden Sie nie gewinnen, Amigo. Tja, wenn Sie mir nur Scheißkarten geben. Dark, keine Kraftausdrücke. Entschuldige. Danke nochmal, dass ich meine Mom mitbringen konnte. Meistens lasse ich sie im Auto, aber oft haut sie dann ab. Okay, Dark, Sie geben. Oh, ja, richtig. Auf, dass sich das Blatt wendet. Alles okay? Ja, alles. Ganz sicher? Ja, bin ich absolut. Oh, nee. Ich, äh, hab einen empfindlichen Magen. Haben Sie eigentlich auch Fisch da draußen am Stand gegessen? Hey Mann, gehen Sie doch mal aufs Klo oder sowas. Jetzt, wo meine Glückssträhne losgeht, das hätten Sie gern. Hören Sie auf, Mann. Ich kotze gleich selber. Schon gut, schon gut. Ich muss mal kurz an die frische Luft. Machst du für mich weiter? Was, ich? Kann sie denn spielen? Ja, sie spielt dauernd bei sich in Florida. Nur so zum Spaß mit Nachbarn. Na, mach schon. Nur eine Runde, ja. Meinetwegen, ich versuch's einfach mal. Sie müssen mir sagen, welche Karte welche schlägt. Und ich war sieben Jahre, äh, Rechtsanwaltsgehilfin bei Kaplan, Hornstein und Steckler. Für die Dugend Group arbeite ich seit zwei Jahren. Nun, Sherry Conrad empfiehlt sie uns wärmstens. Oh, Miss Conrad ist ein wundervoller Mentor. Gut, Sherry, was befähigt Sie für diese Position? Ich, äh, weiß, ein Großteil meiner Arbeit bestünde aus Gesprächen mit Kunden. Und wie Sie sehen, spricht meine Art zu reden wirklich für sich selbst. Ich nehme an, dass Sie sich mit Tom Weavers Akten vertraut gemacht haben. Was sagten Sie? Sie wissen schon, seine Entwicklungsprojekte. Aber sicher. Erzählen Sie uns was über Phase 7 von Brookside. Da höre ich nur Gutes. Ja. Könnten Sie wohl etwas konkreter werden? Wirklich nur sehr Gutes. Okay. Hören Sie, ich hatte keine Zeit dafür, weil Sherry meinte, ich solle meine Aussprache trainieren. Und daran habe ich sehr hart gearbeitet. Ich meine, neulich sagte ich noch Talk und Kaffee und was ein beschissenes Wetter. Und jetzt hören Sie zu. Was für ein beschissenes Wetter. Nun ja, Carrie, vielen Dank erstmal für Ihr Kopf. Hören Sie, geben Sie mir diese Chance. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich... Die hatten Sie. Und es warten noch sehr viele andere Bewerber. Aber danke sehr. Nur eine Frage. Wieso darf die Schleife Ihren Sprachfehler weiterhaben? Entschuldigen Sie mal. Mein Daddy ist Mitgründer dieser Firma. Oh, ist Ihr Daddy das? Tja, mein Daddy wohnt bei uns im Keller. Deswegen will ich diesen Job, Schätzchen. Sie sagen mir Montag Bescheid? Okay, Carlos. Dann muss ich wohl nochmal um 50 erhöhen. Ich will sehen, Mrs. Hetherman. Zwei Paare. Oh, Herr Jechen, ich habe geblüfft. Das war heftig. Da bin ich aber reingefallen. So spielt das Leben. Was kommt so rein? Ich werfe eine kleine Pause. Sagen wir 10 Minuten? Mir fehlt heute Abend irgendwie das Glück. Das bleibt auch so, wenn du weiter so ein Mist spielst. Was? Wieso hast du beim letzten Mal nicht gepasst? Schatz, wenn mein Flasch gekommen wäre... Man versucht nicht, ein Flasch zu kriegen, wenn jemand ein Paar hat. Aber er hatte doch nur 10. Nur 10? Ich lasse mich adoptieren. Wieso bist du deswegen so wütend? Weil du unser ganzes Geld verspielt hast. Aber als du mich gebeten hast, mitzukommen, meintest du, der gemeinsame Spaß wäre das Wichtigste? Es ist Spaß. Aber nur, wenn man gewinnt. Okay, jetzt verstehe ich. Ab sofort werde ich keinen Spaß mehr haben. Ich bin eine messerscharfe Pokermaschine, die diese netten jungen Herren ausnimmt. Würde dich das glücklich machen? Ja. So, das Spiel ist vorbei. Hier, 3400 Dollar. Wow. Carlos wollte wieder mit Zähnen frech werden. Ich hab's ihm auf die harte Tour gegeben. Damit sitzt du in der vordersten Reihe von Spamalert. Du und ein Gast deiner Wahl. Ist schon gut, Dirk. Du musst kein Geld für mich ausgeben. Lass uns nach Hause fahren, ja? Warte kurz. Ich, äh, weiß, du denkst, ich wollte nur das Geld haben, weil, äh, ich das gesagt habe. Aber die Wahrheit ist, ich hatte Riesenspaß mit dir. Ja, klar. Ganz ehrlich. Und damit du's weißt, das hier ist verdammt viel Geld. Aber wenn es zwischen uns steht, ist es mir das nicht wert. Dann, dann marschiere ich da rein und gebe's den Jungs auf der Stelle zurück. Okay. Ich, ich mach das wirklich. Okay. Na gut, ja. Okay. Gut. Ich mag's ja. Meinetwegen, gehen wir ins Spamalert. Mein Daddy ist Mitgründer dieser Firma. Ja, ich hab's geschafft. Gott, sie sind wunderschön. Ich hab's geschafft. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schmink dir das ab, bei den letzten fünf Versuchen wurden wir auch rausgeworfen Wenn wir Kerle wären, würden wir den Raum da mieten und wüssten immer, wo wir pokern können Plus, wir würden schneller an unser Essen kommen Das wäre der Wahnsinn Der Wahnsinn oder absolut genial Eine prima Lage Viele Geschäfte, sehr gute Schulen Und mit neuen Rollos Meine Schwiegermutter hat sie angebracht, bevor sie starb Sie fiel einfach um Und zwar genau da, wo sie stehen Das Herz? Nein, der Deckenventilator fiel ihr auf den Kopf Jetzt ist er aber festgeschraubt Ah, ein Schatten, mir ist der Bock auf den Fuß gefallen Ja, 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 ich muss wieder runter in mein Restaurant Ist sonst noch irgendetwas? Ähm, die Miete war wie hoch? 800 den Monat, inklusive aller Geräte Und bitte keine Tiere Katzen im chinesischen Restaurant Tja, das ist dann immer schlimm Was machst du so lange da oben? Schrei nicht zu Was sagt ihr? Ich weiß nicht, ob Kelly das so gut findet Sie kann nicht gegen etwas sein Wenn ihr gar nichts davon bekannt ist Was? Du sagst ihr nichts Sagst du's, Carrie auch nicht? Er friert die Hölle ein Die Bräute erfahren nichts davon Und keine wird hier je auftauchen Weißt du was? Ich mach's Ich auch Was ist mit dir, Spence? Diese Frauenverbotenregel Sagen wir, ich treff da mal so eine Puppe in der Bar Ich meine, wird das gehen oder nicht? Wir werden über diese Brücke gehen Wenn's so weit ist Wir müssen uns beeilen Carrie kommt jede Minute Brauchen wir den George Foreman Grill? Hm, nee In der neuen Wohnung Soll das Fett da bleiben, wo es hingehört Im Essen Hey, da ist sie Hey Deacon Na, wie geht's? Warum hast du denn so viele Stühle auf deinem Autodach? Oh, die sind für meinen Jungen Er liebt Reise nach Jerusalem Und will beim Schulteam einsteigen Wenn das kein guter Vater ist Ich hab dir doch von dem großen Kunden erzählt Für den ich die Immobilien vorbereiten sollte Nein Doch, hab ich Und wir sehen uns morgen Rate mal, wer es ist Berühmter Star Tom Hanks? Nein Dann vielleicht Fred Feuerstein Nein Ich geb auf Okay, Kirstie Alley Oh Sag Bescheid, wenn du Pamela Anderson hast Hey, was ist das alles für Zeug? Das, das, das ist alles Zeug, das ich verkaufen will bei Ebay Warte eine Minute Erz Du willst deine Playstation verkaufen? Du liebst sie Ja, genau Und deswegen will ich sie auch loswerden Damit ich mehr, mehr Zeit mit dir verbringen kann Um was zu tun? Das weiß ich noch nicht Hey, hey, hey Ganz langsam, mein Junge Was ist? Hier, verkauf das für mich Ein Kartoffelschip? Das ist nicht nur ein simpler Kartoffelschip Er hat die Gesichtszüge von Richard Nixon So ein Unsinn kauft niemand Hast doch keine Ahnung Das weiß doch jeder, dass Nixon der Rolls Royce unter den Präsidentenkopf Kartoffelschips ist Der sieht nicht aus wie Nixon, sondern wie Onkel Stu Das wünsch dir lieber nicht Hier Sind Sie Carrie? Ja Hi Ich bin Kirstie Allie Verzeihung, wie war der Name? Ah, Kirstie Allie War ein Scherz Hallo, willkommen Kommen Sie rein Ich hab ein paar tolle Wohnungen für Sie Wie aufregend Ehrlich gesagt Ich bin froh, mal über was anderes sprechen zu können als meinen Gewichtsverlust Dauernd höre ich Du siehst fabelhaft aus Du hast so viel Gewicht verloren Sie sehen so heiß aus Irgendwann geht es einem auf die Nerven, verstehen Sie? Aber an dem Punkt bin ich noch nicht Oh, hab ich das noch gar nicht erwähnt? Kirstie, Sie sehen fabelhaft aus Oh, danke, danke, danke Herr Geschehen Hey, wollen wir schmalere Türen einbauen lassen? Okay, okay Fangen wir an? Ja Okay Mrs. Heffernan, wohin kommen die Bagels und Donuts? Ähm, tja, am besten Genau wieder dahin zurück, wo Sie sie herhaben Wir wollen dieses Gift hier drin nicht sehen Tut mir leid, Kirstie, weg damit Nein, 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 bitte Bitte, hauen Sie ruhig rein, Carrie Ich hab gar kein Problem damit, anderen Leuten beim Essen zuzusehen Okay, na dann Ist das eine Pekanuss da oben? Das kann ich nicht genau sagen Na los, los, beißen Sie rein Okay Kann schon sein, so genau weiß ich das nicht Tut mir leid, tut mir leid, ich hätte Sie warnen sollen Ich hab da einen kleinen Tick Ich beobachte Leute beim Essen und genieße durch Sie mit Oh, okay, ich verstehe, großartig Sehen Sie den Donut mit den Streuseln? Aha Könnten Sie den essen? Ähm, Streusel mag ich nicht Bitte essen Sie ihn doch Ja, natürlich, natürlich, gerne Stimmt gut Das ist ein Leben Oh Mann Oh ja, hier steht der Tempel Das zählt nicht, sie war auf der Linie Hey, wir spielen zwar nur Wurstarts, aber zeug doch etwas klasse Moment Hi, ich bin's Es ist Carrie, keine Spielgeräusche Wo bist du? Ich hatte es zu Hause versucht Ich bin im Sichuan Village Schon wieder? Du scheinst ja ja zu wohnen Was hast du gesagt? Ich kann dich kaum verstehen Oh, ich esse hier was für Kirstie Alley Ich bin in der falschen Branche Was ist da drin? Ist das Karamell oder Butter Toffee? Ich komme wohl erst später, Schatz Arbeite nicht zu hart Okay, bye bye Okay, rein hypothetisch Wie viele Burger könnten Sie essen? Ich bin's ... ARD Text im Auftrag von Funk Das war's für heute. Dad, wie oft soll ich's dir noch sagen? Geh nicht an meine Schminktasche! Verein Lippenstift, hol die Polizei! Was wolltest du denn damit? Was wohl? Ich hab ein paar Stellen an meinem Körper markiert für den Arztbesuch. Okay, es reicht. Ich bring dich ins Heim. Tür ist auf! Hey Mann, willkommen! Hey, ich war unten was zu essen bestellen und Mr. Sue sagte, dass du wieder hier wärst. Wir wollten das doch aufgeben. Ich nicht, ich brauch es als Zufluchtsort. Oh, ähm, sei so nett und zieh die Schuhe aus. Der Teppich ist frisch gereinigt. Ist das dein Ernst? Es duftet bergfrisch, oder? Und die Schuhe bleiben an der Tür, okay? Komm, setz dich, Kumpel! Na los doch, oder was ist? Mach's dir bequem! Hübsch eingerichtet, die Bruder. Wenn ich an vorher denke. Ist schon seltsam. Seit sie meine ist. Naja, ähm, will ich mehr. Wo sind meine Manieren? Willst du etwas trinken? Ähm, nur Wasser. Gut, äh, bist du sicher? Ich hab tolle Sachen. Moxie, Fanta Orange, Ting. Die offizielle Soda von Jean-Belkaman. Wasser reicht, danke. Du bist der Gast. Wasser kommt. Scheiße. Also du, äh, bist doch noch mit Carrie zusammen. Klar sind wir zusammen. Du bist ja einer. Und wenn du hier bist, was sagst du ihr? Dass ich bei dir wär. Ich bin mit der Dicken im Hintergrund Nummer inzwischen ziemlich perfekt. Schön sachte Bruder. Ich übel, ich arbeite noch an meinem Hintergrund-Dack. Knister einfach mit einer Chipstüte, das reicht. Oh, entschuldige. Dankeschön. Und, äh, wie bringst du alleine die Mieter auf? Oh, ich bezahl keine Miete. Mr. Su und ich haben eine Vereinbarung. Hey, Tisch Nummer 6 braucht mehr Soße. Komm, Sir. Kirsti, die Wohnung war perfekt. Sie hatte alles, was sie wollen. Ich kaufte eine Wohnung von jemandem, der sagt, ich wär toll in Cagney und Lacey. Ich will gar keine Wohnung mehr kaufen. Ich will mich am liebsten nur noch umbringen. Nein, 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 nein. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich mach Ihnen einen Vorschlag. Ich werd mich für Sie vollfressen. Okay? Ich vertilge alles, was Sie wollen, bis ich platze. Äh, worauf haben Sie Lust? Ich hätte Lust, beim China-Essen zuzusehen. Da ruf ich den Besten an. Ein tolles Gebäude, direkt am Park. Was sagen Sie? Rauchen Sie bitte eine für mich. Gern, aber ich hab keine bei mir. In meiner Handtasche sind welche? Kidog. Aber die Packung ist ein Jahr alt. Oh, also fast neu. Jedenfalls, wenn die Wohnung Sie interessiert, sollten wir ganz schnell zuschlagen, weil nämlich... Verschwinden Sie mal! Hey! Hey! Ja, Miss? Ja, ähm, ich hatte telefonisch bestellt und bin etwas verwirrt. Ist es bei Ihnen üblich, die Bestellung einfach vors Haus zu werfen? Ich gehe nach hinten und frage. Ich hee nach hinten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nur die Nachbarn, die kennst du sowieso nicht. Aber, Dark, was werde ich noch von dir erfahren? Gibt's noch eine zweite Frau und einen Dark Junior, der Fußball trainiert? Also, jetzt übertreib nicht so. Übertreiben? Ich? Ich erfahr gerade, dass mein Mann ein zweites Leben führt. Ein zweites Leben stimmt überhaupt nicht. Hallo? Wie wär's mit einer Moxisoda? Ich hab alles da. Ich glaub's einfach alles nicht. Bitte, bitte, setz dich doch hin, bitte. Na toll, hier nimmst du Untersetzer. Jetzt hör erst mal zu, okay? Zuerst war das eine Lösung für mich und die Jungs zum Pokern und dann wollten sie nicht mehr und ich bin hier geblieben. Wieso? Meinetwegen? Nicht doch. Nicht nur. Aber zu. Ich muss zugeben, ich bin eindeutig zu weit gegangen. Aber ich weiß auch nicht, hattest du niemals den Wunsch, jemandem zu entgehen? Hey, hey, hey. Haben Sie Carrie gesehen? Nein. Das ist schön. Ja. Es ist schön, dich hier zu haben. Hey, werfen wir ein paar Wurstscheiben? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber nein. Dad, Schildkrötensuppe am Tisch Nummer 7. Bin schon unterwegs, Sir. Oh mein Gott, ist das... Ich sagte doch, keine Tiere im Haus. Oh, hier ist noch was frei. Aber da vorne sind auch vier. Du willst in die erste Reihe? Klar, ich strecke gern meine Beine aus und öffne ein bisschen die Hose. Aber ohne mich. Du setzt dich zu ihm? Er hat meine Knabbernüsse. Wieso haben wir ihn nicht doch in Schicken Lidl geschickt? Weil Zeichentrickhühnchen meinem Vater Albträume machen, wie du weißt. Sieh mal, Dark, da ist Vater Melly. Was? Oh Gott. Wir waren ewig nicht in der Kirche und man trifft sich in einem Ferelli-Film. Dark, Carrie. Oh, hey, Vater Melly. Ist denn da frei neben Ihnen? Ja, das ist ja doch easy Platz. Danke. Das war Irving Berlins White Christmas. Das bestverkaufte Weihnachtslied aller Zeiten. Was? Da schreibt der Kerl ein Weihnachtslied und ist fürs Leben versorgt. Genau gesagt gibt's von Irving Berlin 1200 Lieder. Wäre das nicht ein wunderbarer Partner? Was haben Sie für ein Problem? Keins. Ich wollte bloß sagen, schreiben wir unser eigenes Lied und melken diese Weihnachtskuh. Ist das sehr ernst? Wieso nicht? Ich texte und du scheinst ein Typ zu sein, der Musik schreiben kann. Was soll das wieder zu bedeuten? Du weißt, was ich meine, Mister. Ich hab die Richtige noch nicht kennengelernt. Und, wie sieht's bei Ihnen zur Zeit aus? Oh, ich steck bis zum Hals in Vorbereitungen für die Weihnachtsfeiern. Es gibt Bazaare mit Kuchenverkauf und allem möglich anderen. Aber der Herr hat mich mit Gemeindemitgliedern gesegnet, die reichlich und freudig von ihrer Zeit geben. Wir nehmen natürlich jede Hilfe an, die wir bekommen können bei der vielen Arbeit. Also, wenn Sie für Sie... Wenn Sie also irgendwas beitragen möchten, nehm ich's gern an. Hi, Baby. Hi. Wo willst du hin? Oh, Vater Melli hat angerufen. Ich hab Krippendienst. Was ist denn das? Da steht so ein Krippenspiel vor der Kirche. Im letzten Jahr wurde das wohl zerstört und irgendwer hat den Weihrauch gekifft. Ich krieg Fieber. Fühl mal... Nein, da komm schon. Du bist nicht krank, Schatz. Wir haben's versprochen. Trag es tapfer. Ich muss einen Kuchen backen und hörst du mich jammern und klagen? Okay. Du arbeitest drin mit Teigmasse. Also keine Vergleiche. Was reimt sich auf Weihnachtsstern? Das ist nicht leicht darauf zu reimen. Verdammt, gerade hatte ich's. Nicht sprechen, wenn du nicht gefragt wirst. Sie hatten mich was gefragt. Schon wieder weg. Du bist unmöglich. Wenn Sie nicht aufhören, mich anzuschreien, kann ich nicht kreativ arbeiten. Niemand würde dich anschreien, wenn du auch nur ein Minimum-Talent hättest. Wenn Sie mich loswerden wollen, bitte. Bitte entschuldige. Es ist nur so, dass der Chor morgen im Einkaufszentrum unser Lied singen soll und wir hatten gar nichts. Aber glauben Sie mir, ich will das genauso wie Sie, okay? Ich arbeite in der U-Bahn. Ich teile eine kleine Wohnung mit einem anderen Mann und spare für Wadenimplantate. Ich mein, das ist meine Chance. Die sind wirklich Spinde, Dürr. Okay, also vergessen wir den Weihnachtsstern und suchen ein Wort auf, das sich leichter reimen lässt. So wie Tree oder Holly. Was hast du gesagt? Äh, Holly? Holly. Also, was klingt schön weihnachtlich und reimt sich auf Holly? Äh, Jolly. Das war voll die Härte, sag ich euch. Geil, Alter. Was geht ab? Ja, amüsiert euch nur, aber woanders. Nicht mit mir, klar? Das gilt auch für Sie. Gehen Sie weiter. Ist dasselbe wie letztes Jahr? Sie kennen das doch alles. Entschuldigen Sie, wie spät ist es bitte? Wer will das wissen? Oh, Verzeihung. Ich bin Larry Kelly. Ich bewache um die Ecke den Weihnachtsbaum. Oh, hi. Hey, äh, Viertel nach neun, wenn Sie es genau wissen wollen. Darb Käfernen, wie läuft's so bei Ihnen? Ganz gut. Nichts Aufregendes. Ein paar neugierige Hunde und so. Die Collies, ja. Wollten sich mit mir anlegen. Ich hab's Ihnen gezeigt. Hey, Liebling, was tust du hier? Hi. Es heißt, es soll schneien. Und da wollte ich dir etwas Suppe und die dicke Jacke bringen. Oh, danke, mein Engel. Lieb von dir. Das ist Doug Heffernan, auch ein freiwilliger. Doug, meine Frau Kathy. Ah, sehr erfreut, Doug. Freut mich auch sehr. Ich wusste ja nicht, dass ihr zu zweit seid. Dann hätte ich mehr Minestrone mitgebracht und noch ne Jacke. Nicht nötig. Meine Frau wird auch jede Minute kommen. Da bin ich sicher. Ich ruf sie kurz an. Hallo? Hey, Schatz, ich bin's. Hey, wie läuft's denn? Oh, es ist kalt. Und ich hatte einen Riesenappetit auf Suppe. Ist ja witzig. Ich hatte gerade eben eine. Weißt du, es heißt, es soll heute Abend schneien. Oh, wirklich? Wenn's so ist, versuch den Schnee nicht ins Haus zu tragen. Oh, jetzt hab ich meinen kleinen Zeh versaut. Ich muss Schluss machen. Ich liebe dich auch, Baby. Ja. Okay. As the kids lay under the tree, we'll all be jolly as we hang the holly. Good golly! That's Christmas, Christmas, Christmas to me. Nicht übel, hä? Na toll. Jetzt kann ich Dr. Blaustin anrufen und meine Wadenvergrößerung absagen. Warte, was hast du gerade gesagt? Äh, Wadenvergrößerung? Nein, nein, Vorwarte. Ich muss anrufen? Nein, dazwischen. Dr. Blaustin? Ja. Ist der Mann Jude? Ja. Wieso? Das ist es. Wir machen ein ganz neues Chanukka-Lied. Abgesehen von Dredel-Dredel und Tabernagina, ist das ein unerforschtes Land. Oh ja. Und ich bin sogar ein Achtel-Jüdes. Wunderbar! Ich besorg mal Bagels mit Frischkäse und du bezahlst den Chor. Hey Babe, was soll das? Hi. Ich muss wieder zu der Grille. Oh. Dann bist du zum Essen nicht da? Nein, was machst du? Äh, ein Anruf bei Shanghai Garden. Hey, äh, ich hoffe, es schneit heute Abend nicht. Wenn doch, ähm, bringst du mir dann meine dicke Jacke? Wieso kannst du sie denn nicht gleich mitnehmen? Ich dachte nur, dass du vielleicht, äh, okay, schon kurz. Wann willst du denn anfangen zu backen? Was? Den Kuchen, den du Vater Melly versprochen hast. Oh ja, den meinst du, äh. Ich hab noch keine Vorstellung, was ich machen werde, aber was es auch wird, es wird genial. Ja. Nur, äh, musst du dich nicht langsam entscheiden? Das mach ich schon, spätestens am Wochenende. Na ja, nur, ähm, Larrys Frau Kathy hat mit ihren Vorbereitungen schon angefangen. Oh, Vorbereitungen? Ich nehm schon mal meinen Zucker und meine Butter. Denn in drei Tagen backe ich vielleicht einen Kuchen. So klingt sie eigentlich nicht, aber du weißt ja alles besser. Ja, hallo? Ich würd gern was bestellen. Schuss in den Ofen. Die Typen lieben ihr Drehle-Lied wohl mehr, als wir dachten. Das ist niederschmetternd. Und was jetzt, Boss? Keine Ahnung. Bezahl du den Chor. Ich überleg, was wir machen. Das ist ein Kwanzaa. Ja, Kwanzaa. Das ist Kwanzaa. Das ist Kwanzaa. Das ist ein Kwanzaa. Okay, es ist neun Uhr. Der Bazaar ist morgen und ich starre auf eine leere Kuchenplatte. Wann krieg ich endlich mal Antworten? Nur die Ruhe, Schatz. Ich wollte ja einen machen, aber ich musste länger arbeiten und bin erledigt. Also Dank an die ungarische Bäckerei. Äh, bitte gekaufter Kuchen. Ja, sie haben nur viel Spaß im Ruhestand abgekratzt und schon konnte ich ihn mitnehmen. Oh, meine People ist gekommen. Carrie, du kannst zum Kirchenbazar nicht mit gekauftem Kuchen gehen. Das ist falsch. Wer sagt das? Äh, die Bibel? Hör zu, Schatz. Versuch dich zu entspannen. Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die da mit gekauften Kuchen auftaucht. Aber Larrys Frau sicher nicht. Sie macht einen Vulkankuchen. Weißt du, was das ist? Er spuckt Karamellhauer und begräbt damit ein Lebkuchendorf. Ist da ne Chance, dass du in einem Dorf sein wirst? So. Mein Gott. Der war komisch. Aber wirklich komisch ist, dass ich geglaubt hab, du würdest echten Kuchen backen. Was heißt das wieder? Du bist nicht ehefraulich. Was für ein fraulich? Wie ne Ehefrau mit mir verheiratete Gattin. Nie bringst du mir meine Slipper, bewunderst mich oder sprichst mir was. Oh, tut mir leid, wenn Frauchen nicht Herrchens Vorstellung entspricht. Das kommt daher, weil ich täglich arbeite. Das macht die Frau in der Werbung auch und bekommt trotzdem alles hin mit Oxifloxigel. Und wieso nimmst du dann nicht sie und ich mir den Kerl aus der Pepsi-Werbung, der so geil ist? Der würde dich nie nehmen, weil er sich seine Pepsi von da an immer selbst holen müsste. Weißt du was? Du fühlst dich auf wie ein totaler Vollidiot. Dies ist der Kuchen, den wir mitnehmen. Und jetzt komm damit klar, okay? Na gut, wenn du das meinst, dann schneide ich ihn eben schnell für dich, okay? Hör auf! Was soll das? Fantastisch, dann besorge ich eben einen neuen. Weißt du, Carrie, als du zu Vater Manny sagtest, du backst einen Kuchen, da war ich sowas von stolz. Ach, ich war wohl nur naiv. Was machst du? Ich back deinen verfluchten Kuchen, also verschwinde. Wirklich? Was für einen? Auf jeden Fall wird es eine Köstlichkeit mit Toffee, die wird Cathys Vulkan wirken lassen wie ein Müllhaufen. Ist das schon im Ofen? Kann ich ihn sehen? Nein, weil ich noch nicht angefangen hab. So sieht's hier nicht aus. Ich kann sowas nicht. Ich hab's versucht, aber in all diesen Rezepten stehen Sachen, die ich noch nie vorher benutzt habe. Portionierlöffel, Spritzbeutel. Und wie falte ich ein Ei? Das gibt's nicht, dafür muss ich zaubern können. Nicht ausfüllen, ja? Wir werden etwas finden, das wir beide machen können. Ähm, wie wär's damit? Rumkuchen? Den hab ich schon versucht, dann wurde ich nervös und musste den ganzen Rum trinken. Du hast recht, ich bin weder Ehefrau noch ehefraulich oder was auch immer. Alles, was du zu mir gesagt hast, ist vollkommen richtig. Hör zu, wir... Stopp, hör auf damit, aber sofort. Hör mal, ich hab eine Idee. Wir rufen jetzt einfach meine Mom an. Da, komm schon, was tust du mir noch an? Sie leitet uns durch ein leichtes Rezept, okay? Ach, was soll's, ich bin zu besoffen zum Streiten. Hallo? Hi, Ma, ich bin's. Oh mein Gott, was ist passiert? Nichts ist passiert, ich brauch nur deine Hilfe bei etwas. Gott sei Dank, worum geht es, Spass? Nun ja, morgen ist ein Kuchenbazar in der Kirche und wir stiften einen Selbstgebackenen von Carrie. Oh. Tja, und wir fragen uns, ob du uns nicht ein leichtes Rezept durchgeben kannst. Lass mich nachdenken, ein schönes, leichtes Kuchenrezept. Hey, wie wär dieses Schokoladenkrümel-Dings? Nein, das kriegt sie nie. Aber dafür weiß ich, welche Hose man zu welcher Bluse... Okay, okay, Weihnachten sind alle nett zueinander. Wir haben nur die eine Chance. Dann schreib jetzt das scheiß Rezept auf. Schon gut, Emma, wie sieht's aus, hast du was? Wie wär's mit Zitronen-Sandkuchen? Ganz einfach. Könnte sogar einen Affe machen. Affen? Einfach. Schatz, der Kuchen! Wie, was? Ich bin wach, ich bin wach. Lass ihn uns ansehen. Okay. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Vielleicht wirkt er besser auf der Kuchen. Ja, eine gute Idee. Träum ich grad, wir wären Riesen? Du träumst nicht. Sind wir Riesen? Hab ich dir nicht gesagt, wir brauchen mehr Teig? Du hättest mehr Backpulver nehmen sollen. Weißt du denn nicht, was eine Prise ist? Ich weiß aber, was wehtut, okay? Was ist das? Stopp! Aufhören! Aufhören! Wir haben die halbe Nacht hier geackert. Ich bin total fertig. Und dieser blöde Puppenkuchen wird keinen interessieren. Was machen wir denn nun? Keine Ahnung. Probleme mit Kuchen hab ich nie gekannt. Weißt du was? Ich hab genug. Wir werden irgendwo einen kaufen, okay? Nein, nein, nein. Ich habe folgende Idee. Wir bringen den Teller mit Deckel drauf zum Kuchenverkauf. Und ich sag einfach, ich will den Kuchen von meiner Frau kaufen. Und wir gehen mit der abgedeckten Platte wieder raus. Kein Mensch wird sehen, dass der Kuchen... ...niemals existiert hat. Also wird ein unsichtbarer Kuchen akzeptiert, aber ein Gekaufter kommt nicht in Frage. Verurteilung. Erst wenn du wieder nüchtern bist. Komm, bring den Deckel. Oh, das Ding ist komplett aus Glas. Da wird jeder sofort sehen, dass da nichts drin ist. Vergiss es. Es ist vorbei. Nein, nein, warte. Hol mir irgendetwas Kuchenförmiges und eine Flasche Glasur. Wir haben aber keine Glasur. In meinem Nachttisch. Na los! Okay. Oh, das lief doch ziemlich gut. Das meinen Sie nicht ernst. Der einzige noch schlimmere Song war, heute ist Mittwoch für mich. Naja, wir haben es versucht. Komm, wir schleichen den Chicken-Nittel. Was? Nein, Arthur, ich werde keinen Film mit Ihnen angucken, klar? Ich habe für den Chor 600 Dollar vorgestreckt und meine Waden sind immer noch dünn. Das Einzige, was ich jetzt tun möchte, ist mir durch Ihren Hals, durch Ihr Herz zu greifen und es eigenhändig zu breit zu quetschen. Verstehen Sie mich? Nein, gerade hast du aber den Refrain für einen Welt-Hit über Abschied geschrieben. Komm her, du! Da noch ein. So genug. Oh. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Hey, meine Frau Carrie. Hi. Carrie. Hi. Meine Frau Kathy. Hi, nett, Sie kennenzulernen. Ja, ich habe schon viel von Ihnen gehört und Ihrem berühmten, aussprechenden Kuchen. Na, ehrlich gesagt, bin ich etwas nervös. Er müsste langsam anfangen zu brodeln. Und das tut er nicht? Nach den vielen Vorbereitungen? Ich bin doch nur... Wir sehen uns ja nachher noch. Okay, bis später. Da ist Vater Melli, es geht los. Okay. Und in den 80ern trug ich die Haare lang, aber wer tat das nicht? Und jetzt probieren Sie den Punsch. Er ist göttlich. Gut. Oh, hallo, ihr zwei. Oh, Carrie. Ich danke Ihnen vielmals. Ach, kein Problem. Wow. Das sind ja super Kuchen hier. Was soll man da für einen nehmen? Wupp, ich denke, wir werden dich kaufen. Alles klar. Moment, Moment. Das geht so nicht. Wieso nicht? Wir verkaufen hier nicht einfach Kuchen. Wir machen etwas Spaßiges daraus. Einen Kuchenlauf. Was ist das? Nun, wir bauen die Kuchen in einem Kreis auf und die Männer laufen drumherum. Wenn die Musik aufhört, kaufen Sie den Kuchen vor Ihnen. Ist keiner da, laufen Sie weiter. Das ist zum Brüllen. Sollen wir den Deckel runternehmen oder... Nein, nein, da sind ein paar Sachen drinnen, die keine Luft vertragen. Wenn es so ist... Okay, liebe Freunde, jetzt kommt der Höhepunkt des Tages. Toller Plan. Wer rechnet denn mit solchen Mätzchen? Jaguar das Ganze verraten. Ich kann das nicht schlafen, meiner Mannschaft nicht machen. Ich kann das nicht schlafen, meine Mannschaft nicht machen. Ich kann das nicht verraten. Aber das ist meine Mannschaft nicht viel unterschiedlich. Ich kann das nicht so sehr gut sein. Und doch wünsche mir das nicht. Ich kann das nicht besser gehen. Ich kann das nicht. Entschuldigung, entschuldigung. Was ist denn jetzt passiert? Ich wusste nicht, dass Karamell sowas kann. Hey, das ist ein schokoladeüberzogenes Sofakissen. Raus, holt das Auto! Dad, was ist mit dir? Ich war ein Chicken Little. Na, komm her. Oh, lass das an. Was ist das? Ein Special über Aztekenruinen. Ich halte nur für Möpse oder Football an, sonst nicht. Das ist wirklich wahnsinnig interessant. Lass das doch bitte endlich. Ich will in meinen Ferien nicht irgendwelchen Schrott aus der Erde wühlen. Es wird jetzt aber langsam Zeit, was auszusuchen. Wie wär's mit Brokeback Mountain? Hör zu. Ich habe ein Flugticket für zwei Personen. Das verfällt in zwei Wochen. Wieso fliegen wir da nicht nach Vegas? Damit du das Geld für die Renovierung verspielen kannst? Vielen Dank. Wisst ihr, Jungs, es war ein langer Tag und von solchen Konversationen bekomme ich einen Brechreiz ersten Grades. Also... Oh. Du wirfst uns raus? Ich vergreife mich nicht an Minderheiten. Na komm. Ich dachte, du wolltest schlafen. Oh ja, aber ich lese noch. Eine Biografie über Eleanor Roosevelt. Wow, erzähl mir davon, wenn du sie durchhast. Was machst du? Meine Gebeteaufsage. Tag, muss ich es noch tausendmal sagen. Kein Essen im Bett. Tut mir leid, aus Rücksicht auf dich mach ich's ja nur heimlich. Ich meine es ernst. Guck mal, überall ist Mohn verstreut. Erstens einmal, es gibt keinen Mohn auf der Käfernen-Sandwiches und... Zweitens, er bewegt sich. Okay, also ich hab das Schlafzimmer geprüft. Gute Nachrichten. Oh, Gott sei Dank. Lassen Sie mich ausreden. Gut, wenn Sie Bettwanzen mögen. Denn ich kann Ihnen sagen, Sie haben einen Hafen davon. Bettwanzen? Sowas gibt es wirklich? Ja, es ranken sich viele Mythen um Bettwanzen, aber eins ist mal sicher. Sie sind so versorgt wie eine einäugige Nutte. Siehst du, das ist die Esserei im Bett. Ein weiterer Mythos über Bettwanzen. Sie sind keine Abfallfresser, Sie leben vom menschlichen Blut. Sehen Sie, wie vollgefressen der böse Junge ist? Oh mein Gott. So sieht der aus, der mich gebissen hat. Oh, wo denn das? Am linken Schenkel. Das sehen wir uns mal an. Aber ich bin gesund. Krempeln Sie mal die Hose hoch. Na los, hopp, hopp. Darauf. Und wie sieht's da unten aus? Gefällt mir gar nicht, der Leberfleck. Okay, reicht. Und was ist mit dem Wanzen? Merkwürdige Sache. Der stammt von einer größeren Sorte, die eigentlich nur in feuchterem Klima vorkommt. Waren Sie vor kurzem in der Karibik oder Florida? Nein. Aber dein Dad war da. Stimmt, er war in so einem Motel in Boynton Beach. Können die von da sein? Äh, naja, hat er von da was mitgebracht? Ein Handtuch oder eine Serviette? Nein, aber den Beckbezug und das Kissen. Ja, und eine Lampe. Bingo, wo ist er denn jetzt? Ich würde mir gern seinen Körper mal ansehen. Ich glaub, das wollen Sie nicht. Genau gesagt ist er schon wieder verreist. Also wie, wie gehen wir jetzt vor? Fragen Sie einfach Ihren freundlichen Profi-Kammerjäger. Der tritt den Mistviechern in den Arsch. Und, äh, was, was würde das Ganze kosten? Tja, also zwei Etagen plus Kellerraum DDD durch zwei... Bum-bum-bidi-bap-pa. Das kommt ungefähr auf 1100. Da find ich in den gelben Seiten sicher preiswertere Jungs. Dark. Dark, wie sollen wir die Wanzen denn wegkriegen? Lass mich das machen. Ich krieg das schon hin, okay? Ja, wir kommen klar. Danke. Okay, dann. Viel Glück. Schlafen Sie gut. Und, ähm, den Rest kennen Sie ja. Ja, aber wenn wir uns ein Zimmer teilen, ist es für dich kostenlos. Hör zu. Wir machen den Morgen über ein paar Ausgrabungen und danach ist totale Party angesagt. Ja, besaufen können wir uns da auch. Gut, Mom, denk einfach drüber nach, okay? Also, fliegen wir nach Vegas? Nein, ich will zu den Aztekenruinen. Ach komm, wir müssen das endlich mal klären. Los, Schere, Stein, Papier... Nein, da mogelst du dauernd, deswegen stehen die ganzen Teletavi-DVDs da hinten. Na gut, dann meinetwegen Trivial Pursuit. Nein, ohne mich. Da kennst du dich zu gut aus. Das ist, als würde ich sagen, lass uns darum ringen. Okay. Okay. Was? Von mir aus ringen wir. Einverstanden. Gut. Ich geb dir ein paar Tage fürs Training. Okay, Baby, lass uns gehen. Ich warte auf meinen Imbiss. Was? Da unten liegt eine scharfe Wanzenbombe. Das wollte ich doch machen. Wie lange wird das noch dauern? Zwei Minuten. Aber in 30 Sekunden ist alles mit Pestiziden voll. Warum musst du unbedingt jetzt essen? Ja, ich hab ein Problem. Musst du gerade jetzt wieder darauf rumhacken. Ja, aber beeil dich, Babe. Ich versuchte... Hey. 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 Also gerade habe ich das Republic Motel angerufen, um mich wegen Dads Bettwatzen zu beschweren. Als Entschuldigung schicken Sie uns einen Gutschein für eine Woche freien Aufenthalt da, Idioten. Das ist wie mein Chili mit dem Nasenpflaster drin. Als Entschädigung habe ich zwei Portionen Chili gekriegt. Nur, dass wir nicht in dieses versiffte Motel fahren werden, aber du hast das Chili gegessen. Und die Hälfte des Nasenpflasters. Weil es ausgesehen hat wie Schinken. Gute Nacht, Baby. Oh, warst du nicht etwas vergessen? Was? Eine Belohnung, weil ich uns 1100 Dollar gespart habe mit meiner Bombenidee. Oh ja, danke Baby. Vielen Dank für mein aufregendes Leben. Nein, Dark, heute nicht. Was? Hör auf, mein Bein zu kitzeln. Ich bin nicht mal in deiner Nähe. Sie sind wieder da. Du und deine brillante Wanzenbombenidee. Ja, Hauptsache billig. Jetzt hör aber auf, dein stinkender Depp warst, der sie mitgebracht haben. Oh ja, als wären deine Eltern Sauberkeitskönige. Das sind sie, von meinen Eltern kann man essen. Oh mein Gott, das juckt, sie sind in meinen Haaren. Und im Übrigen triffst du auch öfter mal dumme Entscheidungen. Ja, und eine fällt mir auch sofort ein. Du willst also lieber allein sein, wie du möchtest, Schätzchen? Dann schlafe ich heute nicht hier. Wohin willst du? Zu Deacon. Ja, also schlaf gut. Und den Rest kennst du ja. Hey Mann. Was ist los? Carrie und ich haben Stress und ich wollte fragen, könnte ich heute hier schlafen? Ja, ähm... Weißt du... Sag bloß nein! Die Sache ist die. Carrie hat angerufen, wir kennen euer Problem. Verdammt! Hör zu, Mann, ich bin clean. Glaub mir, ich bin clean. Nur die Ruhe. Lassen wir ihn rein. Ich will ihn nicht in der Nähe der Kinder haben. Er kann seine Sachen im Flur ausziehen. Willst du wirklich, dass er das tut? Ich kann ihn nicht auf der Straße sitzen lassen. Er sagt, er sei clean. Dann sieh doch mal. Guteil. Guten Morgen! Ja! Oh, Lisa, schöne Ohrringe sind die neu. Bitte, bitte nicht anfassen. Was ist denn mit euch los? Hat Doug vielleicht angerufen? Nein. Er hat eine Rundmail geschickt. Schuft. Nein, Fröhrling. Wir warten lieber noch. Wieso denn los, Mama? Mama, komm schon. Ja, Großmama, laufen Sie schnell weg. Ganz recht, ich hab Bettwanzen. Wer will welche? Na, wer? Hey. So, er ist hier. Jetzt können wir anfangen. Anfangen, was? Ich hab's doch schon gesagt. Ich geb euch beiden keine Tandemmassage. Nein, 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 nein. Wir wollen endlich den Urlaub festlegen. Und jetzt ringen wir darum, wohin? Und du bist Schiedsrichter. Von ringen hab ich keine Ahnung. Du musst nur Kampf zu Ende sagen, wenn einer den anderen auf die Schulter geworfen hat. Oh, und pass auf, dass er nichts Verbotenes tut wie Augenpiksen und Tiefschläge, klar? Kann ich mir meine Augen auspiksen? Okidoki, los geht's. Ja, du stehst vor einem griechisch-römischen Fiasko, mein Freund. Habt ihr irgendwas zu essen? Ja, das ist vom Chinesen. Steht in der linken Kühlschrankschublade. Ja, und was zu trinken in der Kühlschranktür? Also, dieses Moschuh ist gut. Woher habt ihr das? Seht ihr an Village? Das muss ich mir merken. Und wie weit seid ihr mit dem Geringe? Also, ich bin kurz vor meinem ersten Wurf. Vergiss es, wenn hier einer geworfen wird, dann bist du das. Das reicht, what's up? Meine Kinder müssen ins Bett. Ich seh morgen wieder nach euch. Komm, du kannst doch jetzt nicht abhauen. Wir brauchen einen Schiedsrichter. Ja, wie sieht denn das hier sonst aus? Aber wir haben doch die Wanzenbomben gezündet. Wanzenbomben? Das ist das Allerschlimmste, was sie nur tun konnten. Von diesen Stoffen werden die überhaupt erst geil. Dann sollte ich's mal bei ihr einsetzen, ne? Sie könnten sie doch aber beseitigen. Ja, sicher. Nur keine Panik. Ich habe ein ganz spezielles Pestizid für Verseuchung dieser Größenordnung. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es heißt. Man bekommt es auch nur in Korea. Es kostet also 1100, sagen Sie? Oh Gott, nein. Das war bevor Sie diese Fortpflanzungsorgie organisiert haben. Nein, ähm... Das kommt auf mindestens 2500. 2500? Ich will Sie killen, aber nicht auf Privatschulen schicken. Okay. Stopp. Wir bezahlen das. Nur schaffen Sie uns diese Viecher vom Hals. Und wie lange wird das dauern? Tja, mal sehen. Nein, wenn ich gleich anfange und die ganze Nacht überarbeite... Ähm... ...haben wir Ihr Haus morgen früh wohl wanzenfrei. Tja, dann schlafen wir wohl lieber heute Nacht unten, hm? Nur wenn Sie eine Schutzblase parat haben. Aber wenn Sie schon bei 2,5 quieken, haben Sie die bestimmt nicht. Ich lasse Sie in Ruhe packen. Und wo wollen wir hin? Keine Ahnung. Das Einfachste wäre ein Hotel. Das wären dann noch 200 mehr. Ich muss nicht in ein Hotel. Ich muss auch nicht in ein Hotel. Sag mir was anderes. Mein Dad hat immer gesagt, wenn ich dich heirate, würde ich irgendwann in einem Auto schlafen. Und, äh... Wollen wir, ähm... Oh mein Gott, das ist jetzt ein Witz, oder? Weiß nicht. Wenn dieser Wagen wackelt, muss es kein Erdbeben sein. Ja, gute Nacht. Ein Mann starrt hier rein. Oh, ein Glück, dass wir hier nicht nackt liegen. Hey! Wow! Oh, sieht ziemlich gemütlich aus. Kennen wir uns? Oh, Entschuldigung. Ich bin, äh, bin vielhauser. Ich wohne unten an der Straße. Oh. Aua! Papa. Ja, meine Tochter Emily hat Ihnen letztes Jahr die Pfadfinderkekse verkauft. Sie haben so viele gekauft, davon konnte die ganze Gruppe in den Safari-Park fahren. Toll. Aber wissen Sie was? Die Kokosnussplätzchen habe ich nie gekriegt. Oh, das ist natürlich nicht in Ordnung. Sie können mir Ihre Telefonnummer geben, dann werde ich das klären. Gut, haben Sie einen Schreiber? Ähm, äh, nein, tut mir leid. Es ist ein Handschuhfach. Stark, stopp, stopp. Aua! Hören Sie mal zu. Sehen Sie nicht, dass wir quasi in unserem Schlafzimmer sind? Kommen wir in Ihr Schlafzimmer und reden von Keksen? Nein, tun wir nicht. Wir sind fertig mit dem Geschäft, Flocke. Wir müssen weiter. Danke. Wann soll ich jetzt noch meine Kokosnusskekse kriegen? Niemals! Stark, ich habe das Gefühl, mein Rücken bringt mich um. Wir werden von Menschen angestarrt. Wir kommen hier nie zum Schlafen. Und was willst du machen? Keine Ahnung. Irgendwo hingehen, um die Zeit bis zum Morgen totzuschlagen. Oh Mann. Was? Nicht böse werden, aber Piet scheint beim Sprühen dein BH zu tragen. Das sind Dinge. Trinken, die ganze Nacht wegbleiben. Das erinnert mich sehr an meine College-Tage. Ach ja, an alle zwölf? Zwölf mehr als du. Ja, halt die Knochen, gib mir lieber noch ein paar Nüsse. Haben Sie noch ein paar Erdnüsse, bitte? Hallo. Sehen Sie nicht, dass er mit seinen Rubbellosen beschäftigt ist? Nehmen Sie meine. Oh, danke. Danke. Ich heiße Mike. Das ist meine Frau Nancy. Oh, hey, Doug und Carrie. Ihr habt anscheinend eine schlimme Nacht hinter euch. Oh ja, Sie hätten uns erst sehen sollen, bevor wir eben die Drogerie aufgemischt haben. Nicht, Baby? Ich hoffe, der Blutdruckmesser war nicht in Ordnung. Wenn doch, dann bin ich jetzt eigentlich tot. Wir wollen bloß die Zeit totschlagen. Wir haben die Handwerker im Haus. Oh ja, das kennen wir. Wir haben gerade einen Whirlpool in den Garten gekriegt. War furchtbar. Aber das war's wert, hm? Oh ja. Letzte Bestellung. Wir schließen in zehn Minuten. Oh, war nett, Sie kennenzulernen. Hey, aber die Nacht könnte doch noch weitergehen. Äh, wie meinen Sie das? Wieso kommt ihr beiden denn nicht noch ein bisschen mit zu uns? Ja, ich mache ein Fläschchen Wein auf, stelle den Whirlpool an und von uns aus können wir vier Hübschen erst dann miteinander sehr nett haben. Oh ja. Ich weiß nicht, na ja... Ihr könnt es euch überlegen. Ich bezahle unsere Rechnung inzwischen. Dann wollen wir mal, Baby, na los. Das ist doch wohl ein Witz. Wieso? Dark, die haben ein Haus, okay? Da, wo ich herkomme, ist das besser als ein Jeep, also... Ich bin sicher, die wollen Vierer mit uns. Ja, was soll's. Wir gehen in den Whirlpool, fangen an zu gehen. Uh, wir sind viel zu erledigt für einen Vierer und schlafen im Gästezimmer. Fertig aus. So wird das nicht funktionieren. Wie die mich angemacht hatten, Mann. Oh Mann, die will den Dank. Weißt du was? Ich bin sogar bereit, dies Risiko auf mich zu nehmen, okay? Also voll. Ja, toll. Wegen deines Gejammers haben sie den Deal jetzt mit einem anderen Pärchen gemacht. Was machen wir eigentlich hier? Ich sag dir was, Babe, du hast recht. Ich weiß auch nicht, ich will nur schlafen. Im Moment machst du mich echt krank. Mich auch, ja. Okay, dann werde ich den Wanzenkerl jetzt schnell anrufen und fragen, wie's aussieht. Ja, ne gute Idee. Ja, Pete, hi, hier Carrie. Wie weit sind sie? Was? Wie lange braucht man, um die Königin zu finden? Oh mein Gott. Okay, wiederhören. Er sagt, es wird noch drei Tage dauern. Drei Tage? Oh Mann, dann müssen wir wirklich bald in ein Hotel. Wie wär's, wir haben immer noch den Gutschein für das Motel, in dem Dad gewohnt hat, ha? Wärst du mit nach Florida? Ich nicht. Aber ich weiß, wer verreisen will. Ist das nicht ein toller Zufall? Du kannst jetzt spielen gehen und ich ein altes Indianerlager ausgraben. Beide haben gewonnen. Ja, wir müssen Doug und Carrie wirklich dankbar sein. Allerdings. Das ist echt gemütlich, ja? Ja. Was die wohl auf den Matten machen? Keine Ahnung, aber ich will's mir lieber nicht vorstellen. Für'n Kerl, der sein Spiegelbild nicht sehen kann, ist Dracula ziemlich gut gepflegt. Was läuft denn sonst noch? Oh, lass das an, Sekunde. Guten Abend, liebe Charlie Rose. Das ist diese Sendung für Beknackte. Dark, wir sehen uns nie was an, das unseren Horizont erweitert. Vielleicht können wir uns danach darüber unterhalten. Wir sehen das doch, damit wir das nicht müssen. Versuchen wir es wenigstens. Wen interviewt er denn da? Da steht's doch, den Premierminister der Türkei. Ist ja richtig spannend. Ich hätte lieber ein Interview mit einem türkischen Döner. Na klar. Ich wette fünf Mäuse, dass Charlie in den nächsten 30 Sekunden sein Wasserglas vorhanden hat. Hör auf. Wetten wir oder nicht? Ja, ich bin dabei. Komm schon. Du bist genervt und durstig, Charlie. Na los. Komm schon, nimm es, Kumpel. Nein, tu's nicht. Tu's nicht, Charlie. Tu's nicht, tu's nicht. Nimm einen Schluck und runter damit. Ja, gut schon. Und was bekomme ich jetzt von dir? Einen doppelten Döner. Ach, Douglas. Was ist das für ein kräftiges Aroma? Ich könnte dich dasselbe fragen. Ist das so eine Art Schmelz-Sandwich? Ja, ist es. Kannst du einen Schritt zurückgehen, sonst fallen noch deine Schuppen drauf. Also ich darf mich nicht in der Nähe deines Essens aufhalten und du wärst bestimmt sauer, wenn ich es anfassen würde, hm? Das ist nichts weiter als heiße Butter. Entschuldige mich, ich brauche etwas Salbe. Oh hey, hast du dir den Anzug für die Hochzeit meiner Cousine Faye anpassen lassen? Nein, aber das steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Schatz, vergiss nicht, dass die Hochzeit in zwei Wochen ist und bei dir wird der Schneider schon ein wenig Zeit brauchen. Okay, kennst du eigentlich das Geheimnis eines gegrillten Käse-Sandwichs? Wenn der Käse kalt wird, kannst du das Ding vergessen. Ja, ich bitte dich doch nur an den Anzug zu denken. Und alles, worum ich dich bitte, ist Schnäuzchen halten. Oh mein Gott, ist alles okay? Käse ist noch heiß. Okay, verlagere dein Gewicht auf den anderen Fuß. Mach's dir gemütlich auf der Couch. Aber daran muss ich dich nicht erinnern. Also dann, denk dran, der Arzt hat gesagt, du sollst den Fuß hochlegen und nimm deine Pillen alle drei Stunden. Die nächste ist um vier dran. Okay, ähm, hat er auch gesagt, um wie viel Uhr du dich bei mir dafür entschuldigst, dass du mich die Treppe runtergedonnert hast? Sekunde, das stimmt nicht, du bist gefallen. Du hast mich geboxt. Weil du dir keinen Anzug hast machen lassen, wie ich es verlangt hatte. Und deswegen machst du mich zum Krüppeln. Und auch für damals, als du meine Vogue zerschnippelt hast und das bloß für deine Collage. Nein, das war keine Collage, sondern die Erschaffung der perfekten Frau. Der Arzt hat gesagt, du wirst ganz sicher kein Krüppeln und nach einem Monat Physiotherapie bist du wieder fit. Oh, nur ein Monat? Und wie oft passiert mir das noch in meinem Leben? Ich verstehe ja, dass du sauer bist, okay? Aber dir ist doch wohl auch klar, dass ich dir nicht wehtun wollte, oder? Es wäre schön, wenn es so wäre. Was ist? Ich möchte mir nur ein Glas Wasser holen. Bitte nicht boxen. Oh, jetzt komm schon, Dad. Das war ein Versicht. Du hast ihn fast umgebracht und jetzt sag mir, da ihn keine Versicherung nimm, was aus uns geworden wäre. Na schön, könntest du jetzt bitte aufhören? Es war nicht meine Schuld. Schäme dich wenigstens, Carrie. Die Treppen runtergeschubst, hab ich auch schon einige, aber verdammt, ich hab's zumindest zugegeben. Okay, der Physiotherapeut sitzt im zweiten Stock. Oh, die Snackbar ist im fünften. Der Tag wird ja immer besser. Was ist denn das? Das ist ja krank. Hey, Entschuldigung. Was ist das? Das ist eine tolle Sache. Nennt sich Slam Ball. Toll, noch eine coole Sache, die wir nicht tun können, dank Carrie. Ja, können wir nicht. Wir schon. Tragen Sie uns für morgen ein, klar? Herr Fernand. H-E-F-F. Oh, nur mal nicht so schnell, Chef. Wir haben eine dreimonatige Warteliste. Hey, das ist gegen die Regeln. Hast du die Hose schon mal gewechselt seit dem Sturz? Ist höllisch anstrengend. Ich hab's versucht. Es ist... Hey, Leute. Hi, Carrie. Wie ist die Physiotherapie gelaufen? Ziemlich hart. Er hat das Tiefengewebe an meinem Oberschenkel bearbeitet, während ich abgetraut bin. Ich hab mir gedacht, du bist bestimmt hungrig. Hier sind ein paar Burger von White Castle. Oh, danke. Bitte. Und ich weiß, dass du die Pommes von der Bowlingbahn so gern magst. Greif zu. Klasse. Und gleich kommt auch noch eine Soda. Also, ich sag dir, ich geh gleich nach Haus und lass mich von Kelly die Treppe runterschubsen. Was soll denn das? Ich hab noch nie gesehen, dass Carrie dich bedient. Oder mal anlächelt. Sie spielt doch nur die Nette, weißt du was? Ich wette, sie fühlt sich schon... Nein, nein, nein. Das geht darüber hinaus. Das ist eine fundamentale Veränderung. Das gesamte Gleichgewicht der Macht ist zu deiner Seite gewandert. Denkst du ja? Ich sag dir, solange du an deinem Bein das Ding da hast, bekommst du alles, was du willst. Hier, bitte sehr. Ist alles da? Ähm, eigentlich schon. Es ist nur, ähm, hier. Äh, nimmst du vielleicht mal eben die Gurken von den Burgern? Na klar. Und dann, äh, schnüppel sie in kleine Stifte und, äh, pack sie wieder drauf. Wie Relish. Du, das war kein Scherz. Alles klar. Also, die Schwellung ist verschwunden und sie sind wieder voll mobil. Oh, äh, was? Ja, es war nur halb so schlimm, wie wir dachten. Sie sind vollkommen fit. Okay, äh, das ist völlig inakzeptabel. Ich rede mal mit Ihrem Boss. Ähm, bezahlen können Sie von. Hören Sie, mir wurde ein Monat voller Schmerzen und Leid versprochen. Ein kompletter Monat. Okay. Ein Monat. Komm schon, Mann. Du hast doch eine tolle Zeit gehabt. Oh Gott. Die Hochzeit Ihrer Cousine. Jetzt muss ich mitgehen. Und? Ist doch nur eine Hochzeit. Es ist eine Hexenhochzeit. Wieso das denn? Sie ist eine Hexe. Nicht mal eine scharfe Hexe wie Sabrina im Fernsehen. Das wird ein echter Albtraum. Tja, da kann man nichts machen. Irgendwie muss die Sache weiterlaufen. Ja. Weißt du was? Verletz mich damit. Wie soll ich dich damit verletzen? Tu's einfach. Nein. Vielen Dank, ich kann's auch selbst. Etwas noch. Feiglich. Tag, bist du das? Ja. Ich bin gleich oben. Ist alles okay? Oh ja, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich dachte, es geht dir besser. So war's auch. Ich war beim Physiotherapeuten vorhin und hab dem Kerl gesagt, testen Sie mich und am Anfang lief's gut. Und dann hörte ich dieses Geräusch, das klang wie ein Schnapper, ein Knacker da unten. Oh, Schatz, du hättest das nicht übertreiben sollen. Ich weiß, es ist nur, ich äh... Ach, vergiss es. Es klingt zu albern. Was? Sag's mir. Ich wollte so gern tanzen mit dir auf der Hochzeit deiner Cousine. Draußen unter den Sternen. Oh, Baby, das ist so lieb von dir. Ja. Aber weißt du was? Du kannst auf keinen Fall zu der Hochzeit. Nein. Ich will nicht riskieren, dass du dich noch mal verletzt. Nein, 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 nein. Ob ich gehe und ob ich gehe, ich... Oh, Baby. Komm, meine Gute. Ist das okay? Warte, ich werde dich... Oh, nein. Oh, das Knie hat immer recht, das weiß ich jetzt. Oh, mein Schätzchen. Hör zu, kann ich irgendwas für dich tun, damit's dir besser geht? Ja, gern. Da sind noch drei Burger unten in der Küche, könntest du... Könntest du die aufwärmen? Ja. Danke. Dark, bitte, du musst meine Taschen nicht tragen. Ich schaff das schon. Ich will mein Baby verabschieden. Oh, was? Jetzt. Ich nehm sie schon. Nein, ich kann das. Ich krieg es hin. Ich muss das lernen, okay? Okay, Baby, ich hab sie. Vielen Dank. Riken, du bleibst doch bei ihm, okay? Keine Sorge, wir schaffen das zusammen. Danke, das ist nett. Mach's gut, Schatz. Ist klar. Ist mir egal, was du erzählt hast. Ich reib dich in der Wanne nicht mit dem Schwamm ab. Wie wär's mit Haare waschen, Mann? Du bist so ein Weichei. Der Kerl hat sich grad'n Elektroschocker gekauft. Hey, ich arbeite in der U-Bahn und brauche das zu meinem Schutz. Nur zu seiner Verteidigung. Er wurde verprügelt, in Brand gesetzt und zweimal geschindet. Na, egal. Das kleine Ding, da wird niemanden aufhalten. Ach, wirklich? Wollen wir's mal bei dir versuchen? Was bekomm ich dafür? Ich geb dir 20 Mäuse. 20 Mäuse. Nein, danke. Und 20 drauf. Von mir auch. Aber schrei hier nicht rum. Na los, mach die Jacke auf. Zoltag. Ich hab's jetzt nicht. Das ist dein Handy. Kannst du rangehen? Ja. Hallo? Was? Oh ja. Nein, 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 nein. Wir nehmen ihn, wir wollen ihn. Alles klar, danke. Jungs, ihr wisst doch, der Slam-Ball-Platz war ausgebucht und jetzt hat jemand abgesagt und wir können ihn am Mittwochabend kriegen. Ist ja spitze. Warte, du kannst da nicht hin. Du hast doch Carrie gerade von deinem Rückfall überzeugt, oder? Und? Dann geht's mir am Slam-Ball-Tag eben wieder besser. Du wirst vom Krüppel zum Trampolinspringer in drei Tagen? Das glaubt sie dir nie. Ich mach's so. Sonntagabend kommt sie wieder. Ich sag ihr, ich hab das Knie am Wochenende gekürt und die Schwellung ging zurück. Montag? Da schmeiß ich ihr meine Krücken vor die Füße, ich belaste das Knie und alles läuft gut. Jungs, wir werden Zeuge eines Wunders. Dienstag ruft mein Arzt an und sagt, die Röntgenbilder sehen gut aus. Warte, denkst du, dein Arzt unterstützt diesen Unsinn? Ja, denke ich, denn mein Arzt bist du. Uh, ich bin sein Orthopäde. Dann, am Mittwochmorgen, werde ich mit Carrie spazieren gehen. Sie ist unmittelbare Zeugin meiner Genesung und zwölf Stunden später Slam-Ball! Ich bin wieder da, Schatz! Hey! Hey, Baby! Du bist ja früh von der Hochzeit zurück. Wie war's denn? Ich weiß nicht, was mir besser gefallen hat. Das Schlamm tanzen oder die eigentliche Zeremonie, die von einer Krähe durchgeführt wurde. Da bin ich mir nicht sicher. Von einer Krähe? Na egal, ich hab's ganze Wochenende mein Knie gekühlt und stell dir vor, die Schwellung geht zurück. Ah, ist ja eklig. Ich hab Saft im Haar. Wow, ich hab's gerade belastet. Fühlt sich nicht übel an. Fast sprungbereit. Ja? Ich hüpfe gleich. Das ist toll, Schatz. Ja, toll, nicht? Hey, machen wir nachher doch einen Spaziergang. Okay. Arthur, wieso ist denn das Licht aus? Dir wird ganz bestimmt gleich ein Licht aufgehen. Was ist hier los? Oh, ich sehe mir nur ein paar Familienfotos an. Ich denke, das hier wird Carrie besonders interessant finden. Kein Verband, keine Krücken. Na und? Das Bild kann doch auch ein Jahr alt sein. Sieh dir mal das Titelbild von dem Magazin an. Da ist eine eindeutig schwangere Katie Holmes drauf zu sehen. Verpackt. Und das nächste hier stammt auch von gestern, vor dem Nix-Spiel. Und mein persönliches Lieblingsfoto. Du hast gerade erfahren, dass das McRibs-Sandwich wieder eingeführt worden ist. Mach das aus. Mach das aus! Was willst du, alter Mann? Ich will das, was du hast. Wovon redest du, sag mal? Wovon? Ich rede über Macht. Von jetzt an bekomme ich alles von Carrie, was ich will. Durch dich. Oh nein, hörst du nicht, weißt du was? Das Ding verschwindet. Und weißt du was? Die Negative liegen auf Staten Island in einem Schießfach. Hey Schatz, weißt du schon, was du heute Abend essen möchtest? Leber mit Zwiebeln. Oh nein, nein. Leber und Zwiebeln, sag es. Leber und Zwiebeln! Wirklich? Okay. Hey, Slam Ball, na komm. Ich kann nicht. Was? Was ist mit deinem Drei-Tage-Plan? Es lief toll, bis Arthur dahinter kam. Jetzt erpresst er mich, also spiele ich wieder den Verletzten. Was ist das denn? Er zwingt mich, sein Frauenquartett zu sortieren. Nach Körbchengrößen. Dieses Superteil gehört auf einen Extra. Komm, Mann, wir bauen vier Leute. Douglas, hör auf zu schnattern. Ich hab ein Trambouill getrunken und ich will Solitaire spielen. Lasst uns gehen, ich bin dabei. Bist du sicher? Ja, ich lüge Carrie einfach an und sag, ich geh zur Physiotherapie. Was ist mit Arthur? Gebt mir zehn Minuten. Wie ist der Borscht? Wirklich gut. Schäm dich, dass Carrie ganz nach Yonkers rausfährt, um das zu besorgen für dich. Wirklich übel. Eigenartig. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ist ja komisch. Was haben wir denn hier? Oh, die Schlaftabletten, die Carrie geholt hat für mich. Ich muss sagen, du spielst die Rolle des tapsigen Blödmanns. Wirklich überzeugend. Danke sehr. Und wenn du anfängst zu zappern, zapper auf den Tellen. Und hier. Jetzt zu mir, zu mir. Hier, ich bin frei. Hi, ich bin Carrie Heffernan. Oh, Sie sind Ducks Frau. Ja, mein Vater hat mir das hier, bevor er eingeschlafen ist, aufgeschrieben. Hilf, Doug. Ich weiß, er hat heute einen Termin bei Ihnen. Ist alles in Ordnung? Er war seit zwei Wochen nicht mehr hier. Seinem Knie geht's doch viel besser. Besser? Moment, er hatte einen schlimmen Rückfall. Wirklich? Tja, dann soll er mich mal anrufen. Hey, Carrie. Ist eine verrückte Therapie hier, hä? Du hast mir die ganze Zeit also nur was vorgespielt? Nein, nicht die ganze Zeit. Ach, los, komm da runter. Nein. Doug, rüpf nicht einfach vor mir weg. Weißt du, was ich deinetwegen durchgemacht habe? Ich meine, all die Dinge, die ich für dich tun musste, einige davon mag ich nicht mal erwähnen. Ich meine, du hast mir ein solches Schuldgefühl eingeredet. Ich musste mir sogar Wuttherapie-Kassetten besorgen. Da solltest du jetzt schnell mal reinhören. Oh, findest du das witzig, Doug? Hör mal zu, ich sag dir jetzt. Doug, okay. Doug. Doug. Weißt du was, ich glaub's einfach nicht, dass du das getan hast. Tut mir leid, okay? Oh, es tut dir leid, das reicht mir aber nicht. Ja, das macht Spaß, oder? Ich bin immer noch sauer. Hey, versuch mal, dich zu setzen. Ich will nicht. Versuch's wenigstens. Komm schon. Ja, geht's ja. Toll, was? Ja. Hüpft dein Ärger, dich schon. Okay. Und höher, und höher. Nein, ich will nicht, ich hab Angst. Mach du's, Schatz, mach du's. Pass auf. Höher, Baby. Höher, Baby, komm schon. Höher, höher, höher. Ich nehm Danny. Ja. Ich nehm Carrie. Ich nehm Arthur. Ähm... Jetzt mach schon. Na. Hi, bist du fertig? Yep. Steckst du meinen Führerschein bitte ein? Wofür? Falls ich ein Bier will und ihn vorzeigen muss. Ist das Saufalter jetzt auf 36 raufgesetzt worden? Das ist einfach. Oh, den Lippenstift. Du hast doch aber selbst ne Tasche. Das ist ein Konzert im Park, da will ich nichts rumtragen. Und ich will keinen feuchten Hintern wegen einer Abercoverband. Wir haben alle Probleme. Mach schon, bitte. Danke. Oh, das Hasberry auch. Kaugummis? Warte. Ich brauch den zweiten Lippenstift höchstwahrscheinlich. Lüste und den Schirm, falls es regne. Das war's. Ich bin fertig. Ja, komm. Okay. Oh, Doug, ich will eben ein paar Mojitos machen und brauche ungefähr 30 Blätter frische Minze. Oh, du brauchst Minze? Draußen im Garten, neben meinen Artischocken. Du kannst doch nicht jemanden bitten, Barkeeper auf deiner Party zu sein und ihn dann nicht mit ordentlichem Zubehör versorgen, hä? Keiner hat dich zum Barkeeper erklärt. Gut, weißt du was? Das ist die pure Schikane. Alles Gute zum Hochzeitstag. Wir haben's beiden natürlich. Vielen Dank. Elf Jahre, das ist unglaublich. Ganz vorsichtig, ich bin nur eine Pizzatasche vom Platzen entfernt. Ich seh mal noch mein Mojito. Okay. Sag mal, wo ist Arthur? Oh, vor dem haben wir Ruhe. Einer seiner Armeejungs ist gestorben. Er ist ne Woche weg. Wieso, was ist? Weißt du, er hat sich von mir 70 Dollar geborgt und gesagt, er würde sie mir heute zurückgeben. Lu, 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 die 70 Dollar sind weg. Ich hab die Gemüseplatte im Kühlschrank vergessen. Oh, wie schrecklich. Jede Party braucht ihre Brokkoliröschen. Denkst du, unsere Gäste amüsieren sich? Ja. Schatz, komm mal her. Und sieh dir das an. Was? Als wir geheiratet haben, waren's 125 Gäste. Elf Jahre später haben wir sechs. Vielleicht müsstest du dich ein wenig zurückhalten. Hey, bei der Hochzeit wusstest du schon, wie ich bin. Und ich muss dir noch was sagen. Diese Carla Ferricnu nervt mich auch ganz gewaltig. Oh, würdet ihr ganz kurz zuhören? Wir alle freuen uns über diesen schönen Abend. Und ich kann euch im Namen von uns allen sagen, Doug, Carrie, wir lieben euch. Oh, danke schön. Und um dem Ausdruck zu verleihen, sind Deacon und ich auf eine Idee gekommen. Wir haben gesagt, dass wir nichts wollen. Hey, du willst nichts. Falls jemand sucht, mein Geschenktisch ist das Erdgeschäft. Zu unserem Hochzeitstag habt ihr uns diese hübschen Jazzfiguren geschenkt. Also... Hoffentlich gefällt's euch. Ah. Oh mein Gott. Siehst du, wir hätten doch was mitbringen sollen. Es stand keine Geschenke auf der Einladung. Ich weiß, was da stand. Gott, warum hör ich nur auf dich? Können wir darüber nicht nachher reden? Oh. Hey. Die kenn ich. Ja. Das ist bildschön. Wie findest du es? Wie ich es finde? Ich find's... Wow. Es gibt einen tollen Künstler in Soho. Der kriegt ein Foto und malt danach ein Ölgemälde. Ist ja fabelhaft. Wir waren erst für Oma, Herr Sticks. Aber die esst ihr und dann sind sie weg. Das Bild hier ist für immer. Also, wie ich hörte, bleibt rotes Fleisch jahrelang im Darm und... Nochmal die besten Wünsche. Nochmal. Das wäre nicht nötig gewesen. Jetzt hör schon auf. Wir waren bei William Sonoma. Ich hatte den Panini Grill in meiner Hand und du wolltest nicht, dass wir ihn für sie kaufen. Es war doch ausgemacht, dass nichts geschenkt wird. Und Deacon und Kelly waren auch die einzigen, die was mit hatten. Weil sie wissen, wie diese Spielchen laufen. Und deswegen sind sie auch deren erste Wahlpaar. Erste Wahlpaar? Ja. Das ist das Paar, das man zuerst anruft, wenn man in einen Film geht oder auf eine Kreuzfahrt. Es gibt keinen Grund, dass wir das nicht sind. Nur, dass wir kein Paar sind. Das ist dir klar, oder? Nee, doch nicht so ein Mist. Ich mein' ja nur, es gibt Wochenenden, an denen wir frei sind und die könnte man mit Doug und Carrie verbringen. Dann verbringen wir sie doch lieber damit, Freundinnen zu finden. Hörst du mir überhaupt zu, wenn ich etwas sage? Okay, jetzt wissen wir, dass Lou, wenn er Tequila-Intressat, gern Menschen in die Luft stemmt. Auch Muskelmänner müssen Dampf ablassen. Ob es Bands gut geht, der Deckenventilator war. Das war ne Überraschung, ne? Das geschenkt er. Ja, was für liebe Freunde wir haben. Ja. Wo willst du's hinhängen? Auf die Staten Island Müllhalde. Sie sind unsere Freunde, wir müssen es aufhängen. Das kannst du nicht ernst meinen. Mein Gott, sieh doch, ich hab nen winzigen Arm und nen Riesenarm. Na ja, weil du schräg sitzt. Aber allein meine Hände, das ist ein Hühnerfuß und das ein Baseballhandschuh, der spinnt doch. Aber ich erst, mein Kopf ist ne Frechheit. Da möchte man ein Graffiti draufsprühen. Und diese Biberzähne, das ist doch echt gemein. Was soll denn das? Aber das hat er sicher von der Vorlage abgenommen. Was meinst du damit? Nichts. Deine Zähne sind perfekt. Jedenfalls die Frage ist, was machen wir mit dem Ding? Was? Na was schon? Wir nehmen einen Nagel und hängen es irgendwo hin? Na schön, wie wär denn das? Wir hängen es auf, wenn wir wissen, dass sie herkommen. Aber Deacon kommt jeden Tag. Der Mann ist besessen von mir. Okay, wir stellen es in den Schrank und wenn er fragt, haben wir einfach noch nicht den richtigen Platz dafür gefunden. Von mir aus. Aber weißt du was? Als das mit dem Lautsprecherkabel war, kamen dir meine Zähne sehr gelegen. Was geht ab, Mann? Wollen wir los? Hey. Ja, bin gleich fertig. Und wo habt ihr das Bild aufgehängt? Sieh dir das an. Hier steht, eine Portion entspricht 100% des Tagesbedarfs an Riboflavin. Ich esse bereits die Dritte. Das rettet mein Wochenende. Das ist gut, sehr gut. Und wo habt ihr das Bild? Oh, das Bild, oh ja. Weißt du, es ist so. Naja, Carrie und ich, das Geschenk ist für uns so was Besonderes, dass wir noch nach dem perfekten Platz suchen, wo es hängen soll. Und Carrie will sie hin, ich will's da hin und wir sind... Also, wir befinden uns im Entscheidungsprozess sozusagen. Wahrscheinlich kennst du das auch. Wir wollen den perfekten Platz. Problem gelöst, ich kenn den perfekten Platz. Okay, noch etwas mehr nach rechts. Hey. Hey, Carrie. Wir haben es aufgehängt. Ja, toll, ich seh schon. Was geht hier vor? Er hat mich überrollt. Nach links, etwas mehr nach links rüber. Hey, Deacon, Babe, das ist aber nicht nötig. Wir werden jemanden holen, der... Hey, so läuft das bei Parmas nicht. Es läuft bei denen anders. Doug hatte die super Idee, da noch einen Punktstrahler anzubringen. Hatte er die? Eine feine Idee, Doug. Immer die selbe Stelle. Was ist los? Deacon war da und hat den Spot angebracht. Er sagte, so läuft das bei Ihnen. Du weinst? Nein. Was ist mit dir? Doug, ich kann damit nicht leben. Wir müssen es loswerden. Ich würde unsere Freundschaft dafür riskieren. Vergiss das blöde Gemälde doch endlich mal. Kann ich nicht. Ich seh es in meinen Träumen. Und wenn ich vorbeigehe, fühl ich mich von den Augen verfolgt. Dann piek sie doch mit deinen dicken Fingern aus. Komm schon. Mir ist überhaupt nicht nach Witzen zumute. Ich bitte dich, Carrie. Ich weiß, das Bild ist grauenvoll, aber... Na ja, du wirst dich dran gewöhnen. Nein, werde ich nicht. Das ist wie mit der furchtbaren Vase von meiner Mutter. Wie hast du sie gehasst? Und ich hasse sie noch. Ja, aber inzwischen kümmert dich das nicht mehr. Sie verschwindet unter all den anderen Klamotten. Oh mein Gott, der Arm ist viel größer. Ich bin ein Freak. Hör auf, deine Arme sind perfekt, okay? Ganz ehrlich? Ja. Komm schon. Hey, wir hatten Hochzeitstag. Und du hast noch nicht mal dein Geschenk von mir gekriegt. Oh, und wo ist es? Im ersten Stock. Im Schlafzimmer. Ja. Weißt du, ich hab oben auch ein Geschenk für dich. Ein spezielles. Komm mit, Baby. Ich geh kurz in der Garage was nachziehen. Ja, und nicht hetzen, Baby. Okay, was für ein Geheimnis konntet ihr am Telefon nicht verraten? Äh, darf ich oder willst du? Mir egal, wenn ich soll. Könnte auch, wenn du... Wenn du oder soll ich... Wurz aus, A-Hörnchen und B-Hörnchen. Ähm, wir wissen jetzt endlich, was wir euch zum Hochzeitstag schenken werden. Euer Chefkoch, Moir, wird für euch ein veritables Essen in eurem Haus zubereiten, während euer Mettrede... Denn hey, dafür eure Sorge treiben wird, dass es euch ja nichts mangelt. Wir passen. Aber danke dafür. Ja, gemeint. Ach, witzig. Ihr hattet kein Problem mit dem Geschenk von Deacon und Kelly. Ja, ja, ihr mögt sie viel lieber als uns. Sonst noch was? Siehst du, es war blöd. Das war nicht blöde. Ihr müsst irgendwas von uns annehmen. Etwas Tolles, etwas, das besser ist als dieses Gemälde. Oh, da weiß ich was. Schubst uns doch die Treppe runter. Was? Euch gefällt das Bild nicht? Wir hassen es. Das ist aber schade. Ihr wollt uns echt was schenken? Ich hab einen fabelhaften Vorschlag. Jetzt beeil dich. Wir hätten vor einer halben Stunde mit dem Raub fertig sein müssen. Ich konnte die Allergiespritze nicht finden. Wir klauen doch keine Katze. Na schön, wie gehen wir vor? Du stielst, ich durchwühl? Ich hab mich so auf das Durchwühlen gefreut. Gut, dann wühlst du und ich stehle. Okay. Oh, warte, warte. Carrie wollte, dass wir einiges von Doug mitgehen lassen. Graue Jogginghose am Hintern zerrissen. Eins aus seiner Wäscheschublade. Und seine Pommes frites Maschine. Gut, verstanden. Was soll das? Die wissen, wer wir sind. Ich will in Stimmung kommen. Und du denkst, dass eine Skimaske dabei... Ich will aber die Maske tragen. Ich trage die Maske. Okay. Hey, warte. Tut mir leid, ja? So bin ich nun mal. Ach, was soll's. Toll, da sind sie! Was? Schnell, nimm das Bild! Beeil dich! Es hängt fest. So werden wir nie das erste Wahlpaar. Warte, warte, warte. Die Pommes frites Maschinen. Und da war er still. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Was ist? Wir wurden ausgeraubt. Wie kommst du auf die Idee? Das Sofakissen. Es liegt auf der Erde. Die haben wahrscheinlich Kleingeld gesucht. Oh Gott, oh Gott! Nur die Ruhe. Offenbar haben sie nur gestöbert und nichts gestohlen. Doch da! Oh! Das Gemälde! Verfluchte Dreckschweine! Verdammt! Was sind das nur für Tiere, die sowas tun? Tiere, die wissen, was gut ist. Wollt ihr denn nicht lieber die Polizei anrufen? Oh, was soll das bringen? Bestimmt ist es schon in Mexico. Wir werden das noch machen. Wir müssen uns jetzt erst beruhigen. Allein. Oh ja, klar. Ich steh schon. Ja, ruft uns an. Wenn ihr was braucht. Machen wir, machen wir bestimmt. Ja, ja, ja. Wenn wir machen. Haltet die Ohren steig. Ja. Okay. Es ist weg. Was für eine Freude. Wunderbar. Das sollten wir feiern. Gute Idee. Du machst uns ein Fläschchen Wein auf und ich packe uns eine schöne Portion Pommes frites. Oh mein Gott! Du hast gesagt, dass es funktioniert. Dachte ich auch, aber wer kann ahnen, dass die für einen Einbruch sorgen. Aber wir kennen sie doch. Ich lebe in einem Albtraum, seit unser Hochzeitstag war. Alles Liebe zum Hochzeitstag! Wir wussten, dass ihr Jazzfans seid. Also, wie findet ihr sie? Hey, ich find sie... Wow! Wir haben sie aus Harlem. Wirklich? Wo wollt ihr sie hinstellen? Oh, weiß noch nicht. Wir werden sie erst aufstellen, wenn wir den richtigen Platz haben. Ja, das seh ich genau so. Ich hab genau den richtigen Platz. Wie wär's denn gleich hier? Peng! Du hast gesagt, schenken wir ihnen was Protestliches und wenn sie's schrecklich finden, kommen wir ihnen mit den Jazzfiguren. Alle würden lachen und wären zufrieden. Deine Worte diken! Ach, ich weiß, was ich gesagt hab. Ich hab's gesagt. Wird's nicht besser gewesen, zu sagen, wir hassen dieses Jazzding? Ach, sie sind unsere besten Freunde und haben sich viel Mühe gemacht, die zu finden. Also, ich find die rassistisch. Die sind nicht rassistisch. Die sind nur... beschissen. Und? Was jetzt, du Genie? Und das Mädchen kommt mit denselben Schuhen zur Arbeit, die ich einen Tag vorher gekauft habe. Da darf ich doch ihr Auto zerkratzen, oder? Schuhe? Nein. Dieselbe Frisur? Ja. Notiz für mich. Niemals dieselbe Frisur wie Kelly schneiden lassen. Und, äh, was Neues vom Einbruch? Was? Nein. 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 Komm, Schatz. Nicht traurig. Ich bin total fertig deswegen. Sie ist wirklich fertig. Ja, das haben wir uns bereits gedacht. Weswegen wir auch noch mal nach Soho gefahren sind. Sagt nicht, dass er ein Neues gemalt hat. Also, dass ihr und ich, ihr seid ja verrückt. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Wow. Seht euch das an. Wir müssen mal kurz nach den Jungs sehen. Oh, ja. Ihr vier könnt euch ja inzwischen unterhalten. Du Scherzkeks. Also, wirklich. Ich glaub das einfach nicht. So schlecht ist es nicht. Was redest du da? Mein dicker Arm ist noch dicker und meine Augen sehen aus wie Rosinen. Rosinen, magst du dich? Oh, weißt du was? Es gefällt dir nur, weil der Maler es diesmal irgendwie geschafft hat, dich gut aussehen zu machen. Was? Du meinst so? Dark, du wirst den beiden jetzt klipp und klar sagen, dass wir das Bild nicht ausstehen können oder ich schwör dir, ich werde morgen den Scheidungsanwalt anrufen. Mach doch, elf Jahre. Wir hatten eine gute Zeit, nicht wahr? So gut war es nicht. Ich wollte bloß höflich sein. Na siehst du, wir hätten sie gleich gegeneinander aufhitzen sollen. Das war der Fehler beim ersten Mal. Dieses Mal funktioniert's. Dann wollen wir mal zum Finale kommen. So, wie wär's mit Kuchen? Wisst ihr was? Wir würden jetzt gern nach Haus fahren. Ähm, aber zuerst hat Dark euch noch was Wichtiges zu sagen. Ja, danke für das Essen. Und das Bild ist echt ein Traum. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Dark, du, tu was! Wir hassen eure Jazzfiguren. Was? Das stimmt, ja. Ist das euer Ernst? Wir haben sie aus Harlem. Ich weiß. Das erzählst du jedes Mal, wenn ihr hier seid. Oh, Moment mal. Das Bild war sowas wie eine Rache für die Figuren? Nein, nein, nein. Wir haben nur einen netten Weg gesucht, um das Thema blöde Geschenke ins Gespräch zu bringen. Nett? Ich hatte Albträume wegen des Gemäldes. Ja, und die erschrecken unsere Kinder. Oh. Tun sie das? Wuhu, dann will ich euch was sagen, okay? Wenn ihr sie so sehr hasst, werden wir euch davon erlösen. Danke sehr. Und von uns auch. Damit ihr es wisst, wir haben haufenweise schwarze Freunde, die die lieben werden. Erzählen wir den Kindern die gute Neuigkeit. Okay, äh, was ist das? Wahrheit oder Tat? Wahrheit. Okay, fangen wir an. Welches war dein peinlichster Kuss? Oh, ähm, das bleibt unter uns, ja? Aha. Okay. Ähm, da war diese Lehrerin im Mathe-Camp und, äh, wir waren gerade jetzt... Noch einmal, na komm. Ich kann nicht mehr, bitte. Ich muss Essen kochen. Ich bin sicher, dass ich dich diesmal schlagen kann. Okay. Fertig? Ja. Los! So ein Mist und ich hab mir so viel Mühe gegeben. Was ist, Baby? Ich liebe gegrillte Shrimps, wieso essiggefüllte Pilze? Oh, ich wusste, dass dir das ganz schnell leidtun würde. Ich hab nur gefüllt gelesen. Und dann nicht weiter. Was ist? Da hinten, da... ...sitzt ein Typ, der immer hier rüber starrt. Du... du magst doch gern angeschaut werden. Ich von allen Kerlen, von Latino-Jungs. Du weißt schon, jung, sexy, umwerfendes Lächeln und fit, aber nicht allzu sehr... Also, vollkommen anders als ich. Er hört nicht auf, mich anzustarren. Würdest du wohl rübergehen und was sagen? Wahrscheinlich starrt er auf die Weinflaschen. Er sieht aus wie ein Alkin. Geh schon rüber und... und sag es ihm. Du musst mich beschützen. Du bist doch mein Mann. Das hab ich schon immer anders gesehen. Jetzt geh schon. Hi. Wenn Sie die Weinflaschen da drüben betrachten wollen, verstehe ich das ganz und gar. Nur, die steht neben meiner Frau und die ist sehr verwirrt. Sie denkt, dass Sie sie anstarren, also... Ehrlich gesagt, hab ich wirklich auf Ihre Frau geschaut. Oh. Hätten Sie vielleicht Interesse, mit ihr viel Geld zu machen? Ich höre. Mein Name ist Edward Brill. Ich bin in der Perückenbranche. Wir zahlen sehr ordentlich für so gutes Haar wie das von Ihrer Frau. Bin gleich fertig. Von wie viel reden Sie? Nun, das kommt auf die abgeschnittene Menge an. Zwei bis dreitausend Dollar. Wow. Denken Sie drüber nach. Mache ich unbedingt. Wie ich sehe, haben Sie gegrillte Shrimps. Bitte sehr. Nehmen Sie sich welche. Oh. Danke. Gleich. Hi, Baby. Hi, Schatz. Was hast du für wundervolles Haar? Ich weiß nicht, was Hot Shiny heißt, aber... ...du hast es. Oh, wie süß von dir, Baby. Danke. Was war das? War was? Du musst es öfter durchbürsten. 100 Striche täglich. Woher hast du das denn? Äh, von Miss Marsha Brady. Komm her. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das fühlt sich richtig gut an. Wusste ich doch. Und vier und fünf und sechs. Weißt du, was ich denke? Hm? Du würdest total gut aussehen. Mit kurzen Haaren. Gerade hast du gesagt, du liebst mein langes Haar. Ja, ich weiß, aber... ...was man liebt, so heißt es doch, soll man loslassen. Was? Lass mich mal kurz laut denken. Wenn wir es abschneiden würden, könnten wir es mitnehmen und verkaufen. Anziehen. Was? Ich hab keinen Schimmer, wovon du sprichst. Okay, also der Kerl im Restaurant war Perückenhersteller. Er sagte, mit deinem tollen Haar könnten wir eine Menge Geld verdienen. Du willst im Ernst, dass ich mein Haar verkaufe? Ich weiß, es klingt verrückt, aber er sagte was von 3000 Dollar. Wen interessiert denn das schon? Carrie, na komm, denk mal eine Minute nach, okay? Zum einen können wir das Geld gebrauchen und zum anderen würden wir Menschen damit helfen. Bedauernswerten Lebewesen ohne so traumhafte Haare. Es stimmt, es wär schön, mal was Gutes zu tun. Ja, genau. Und dafür gibt's auch noch 3000 Dollar. Ja, und das Beste dabei ist, wenn's in einem Jahr wieder gewachsen ist, bang, wieder 3000 Mäuse eingesackt. Damit können wir eine Menge machen. Wir können meinen tollen Pizzaofen kaufen. Oder? Oder wir machen die Karibik-Kreuzfahrt mit Deacon und Kelly. Besser, wenn sie wiederkommen, machen wir eine Pizza-Party. Na gut, bei der nächsten Runde dafür. Was sagst du, hä? Wow! Na, guck an! Sieht's schön aus? Klar, sieh dich nur an. Ja, ich weiß. Ich bin platt. Hey Mann, fertig für kleines Insel-Hoppy? Es war ein Fehler, ihn Cool Running sehen zu lassen. Wo ist Carrie? Nee, die ist oben und frisiert ihren Wischmoppel. Ist der Haarschnitt nicht gut? Kennt ihr Mo von den drei Stooges? Der sieht besser aus. Tada! Und? Wie findet ihr's? Das ist wirklich, wirklich, ähm... Pfiffig und frech? Ja. Ich weiß! Das hat mir der Stylist auch gesagt. Und es ist so einfach und schnell zu frisieren. Ich brauch jetzt weniger Zeit dafür, als er braucht. Ja, so bist du, ganz richtig, genau, viel weniger. Hört mal, ich muss mich noch von meinem Dad verabschieden. Packt ihr schon mal die Sachen ins Auto. Oh, Schatz, erzähl Ihnen, wie ich im Schnapsladen den Ausweis zeigen sollte. Oh, ja, ja. Tatsächlich, weil sie wie ein fünfjähriger Dorftrottel aussieht. Oh, hey, wir wollen jetzt fahren. Wer zur Hölle sind Sie? Ich habe kurze Haare, Dad. Jedenfalls sind wir am Sonntag zurück. Ich hab hier Lasagne. Die packe ich schon mal in den Ofen, dann hast du Abendessen. Weißt du, wem du mit den Haaren zum Verwechseln ähnlich siehst? Halle Berry? Frank Medford. Okay. Er war Untermieter bei deiner Mom und mir, als wir frisch verheiratet waren. Ah, ja? Er war furchtbar nett zu deiner Mutter. Er hat auf sie aufgepasst, wenn ich auf Reisen war. Aber als sie mit dir schwanger war, ist er ziemlich überstürzt ausgezogen. Okay, Daddy, ich liebe dich. Ich ruf dich vom Schiff aus an. Grundgühtiger. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel the glow, just thinking of you. Ist das nicht ein Leben? Ich meine, wir schippern nach Barbados mit unseren besten Freunden und Robert Goulet singt für uns. Mehr kann man sich doch wirklich nicht wünschen, oder? Nichts gar nichts. Mit jedem Wort. Your tenderness grows. Was, Deacon, du willst abklatschen, hä? Mit meiner Frau tanzen, aber klar, wieso denn nicht? Ist doch kein Thema, nimm sie! Lass den Mist! Hey! Hey, dann zeig mal, was du kannst, mein hübscher Großer. Aber gerne! Hi, Arthur. Du kommst zu spät. Wie bitte? Sie haben vor zehn Minuten gesagt, kommen zehn Minuten. Verschwende nicht meine kostbare Zeit mit deinen dummen Ausreden. Worum geht's denn? Siehst du den Mann da drin? Ja. Ich hab den Verdacht, dass der Mann in Wahrheit der Vater meiner Tochter ist. Oh, was reden Sie da von Blutzen? Das ist ne lange Geschichte. Und doch ziemlich kurz. Er hat es mit Carys Mutter getrieben. Wenn ich nur irgendwie die Wahrheit rausfinden könnte. Das geht durch einen DNA-Test. Dazu schicken Sie bloß Carys und seine Haare ein und wissen es in ein paar Tagen. Wie komm ich an seine Haare? Ach, das geht nicht nur mit Haaren, auch mit Speichel oder einigen Hautpartikeln. Hautpartikel? Hm, bin gleich wieder da. Hey, Frank. Wie wär's denn mit nem guten alten Kratzkampf, hm? Was? Naja, so wie wir's früher im Viertel gemacht haben. So zum Aufwärmen, hm? Was zur Hölle willst du von mir, Artie? Du rufst mich aus dem Nichts plötzlich an. Du fragst mich, ob ich nicht zum Hummer essen kommen kann. Und dann krieg ich von dir Leitungswasser. Du hast damit völlig recht, Frank. Darf ich mich dafür bei dir entschuldigen, indem ich deinen Mund von innen sauber wische? Okay, ich werd jetzt gehen. So schnell? Warte, du hast doch was im Haar hängen. Was? Au! Oh, tut mir leid, da war doch nichts drin. Wie wunderschön, dass hier draußen ist. Ja, wirklich wunderschön. Etwas kühl, nicht? Sekunde, komm her. Du sollst dich doch nicht erkennen, so. Frank, wie soll das denn Blödsinn? Es ist schön, den Wind mal richtig auf der Kopfhaut zu fühlen, weißt du? Okay. Ist was? Oh, nein, nein, ich hab nur zu viel vom Buffet gegessen. Ah, klar. Oh, sieh doch, da ist Robert Goulet. Wo, wo? Ich schlafe nämlich mit seiner Frau. Hören Sie, wir fanden Ihre Show toll. Ja, und ich hasse diesen Schrott normalerweise, also. Wie reizend von Ihnen. Haben Sie was dagegen, wenn wir ein Foto mit Ihnen machen? Nein, solange er meine Schrottmusik macht. So nicht? Ich muss nur den Fotoapparat holen, bin gleich wieder da. Mann, das ist ja ein wilder Haarschnitt. Ich dachte, sie würde damit süß aussehen wie Jamie Lee Curtis. Oh, die tolle Jamie Lee. Wir haben zusammen ein Muppet-Special gedreht. Sie hat ein ganz hinreißendes Duett gesungen mit Fossi. Ja, Mann, das ist doch sehr dabei. Hey! Was war das eben? Nichts, ich steh hier und rede mit Robert Goulet. Kaum zu glauben. Kneif mich, na los, kneif mich! Habt ihr über meine Haare geredet? Nein, nein. Macht der Witze über mein Haar? Hören Sie, ich muss los. Ich mach ein Bingo-Spiel in der Baratunde. Sie bleiben schön hier, Sie abgehalfterter Schnulzen, Heini. Waren das Witze über meine Haare oder nicht? Spucken Sie's aus! Er hat gesagt, Sie sehen wie ein Süppel aus. Wie sehe ich aus? Süppel und Kaspar sind echte Helden und... Tja, Kumpel, tut mir leid. Hier, halber Preis auf alle Drinks in meiner Late-Show. Alles klar. Carrie, was soll das werden? Ich verschwinde. Du weißt, dass wir auf einem Schiff sind. Dann schwimme ich eben. Ich hab die perfekte Frisur dazu. Ach, komm schon. Du hast gerade mit Robert Goulet hässliche Witze über meine Frisur gerissen. Sie haben keine Witze über deine Frisur gerissen. Wir haben Witze mit deiner Frisur gerissen. Nicht zu fassen, dass ich geglaubt habe, das hier sei stylisch und sexy. Ich sehe völlig bekloppt aus. Es wird schon... Wack es nicht, mich anzufassen. Kannst du dir vorstellen, wie sehr ich mich schäme? Und du hast mich dazu gedrängt. Konnte ich ahnen, wie schlimm das aussieht, aber tröste dich. Dein Haar wird wieder wachsen und wir werden's nie wieder tun. Einmal noch auf den Pizzaofen bestehe ich. Ah! Okay, wir haben einen Fehler gemacht. Was soll ich jetzt tun? Rasier deinen Kopf. Ich rasiere meinen Kopf nicht? Du rasierst dich irgendwo, Baby. Mach ich nicht. Oh doch, wie wär's mit der komischen Stelle auf deinem Rücken? Nein, die brauch ich noch. Wir können trotzdem Spaß haben, ja? Hier, wirf dir einfach das Tuch über und wir gehen zu Dicken und Kelly abends Mitternachtsbuffet. Ich werde nirgendwo hingehen, bis meine Haare nachgewachsen sind. Du willst, dass wir den Rest der Reise unsere Kabine nicht mehr verlassen? Nicht wir. Hättet ihr noch ein Kissen für mich? Entschuldigung. Hey. Was zur Hölle machst du hier? Tut mir leid, mir war kalt, ja? Wo ist Kelly? Weg. Sie ist ausgeflippt, als ich ins Bett gekommen bin. Mann! Ich hab mich so auf die Reise gefreut. Jetzt lieg ich mit dir im Bett, statt mit meiner Frau. Weiber! Egal, was man tut, immer passt Ihnen was nicht. Du verstehst, was ich meine. Vergleich uns nicht miteinander. Ich hab sechs Monate für den Trip gespart und du hast Teile von deiner Frau verkauft. Tut mir leid, aber was mach ich denn mit? Mir doch egal. Ich hab noch zwei Tage ohne meine Kinder. Da will ich, dass das Bett wackelt. Und zwar nicht mit dir. Allein für den Satz bliebe der Laden zu. Wehe, du ziehst mir die Decke weg. Es muss einen Weg geben, das wieder einzurenken. Vielleicht hilft ein Hut oder... ein Helm. Dann lieber eine Perücke. Und wo nehme ich auf einem Kreuzfahrtschiff eine Perücke her? Und woher ein Helm-Idiot? Jetzt weiß ich, wieso Kelly verschwunden ist, aber ich... ganz still sein und beeilen Sie sich. Okay. Hören Sie, das vergesse ich Ihnen nie, Mr. Gullet. Ja, ziehen Sie die Tür zu, wenn Sie gehen. Okay. Also dann, holen wir das Ding und raus. Wo sind die Perücken? Hallo Perücken! Sieh dir die Klamotten an! Hey Mann, wie würde ich damit aussehen? Als hättest du Elton John gegessen. Na komm. Oh Mann, da sind sie ja. Na schön. Welche nehmen wir denn? Die finde ich schön. Gut, setz sie mal auf. Was? Bestimmt nicht. Deswegen bist du hier. Ich will sie an jemandem sehen. Glaub mir, egal welche ich aufsetze, ich werde aussehen wie Rick James. Ich weiß was. Was wird das? Ich male ihr ein Gesicht. Wie sieht das aus? Naja, also ist nicht unbedingt Carrie. Oh. Und jetzt? Ja, genau, das ist sie. Ja. Also, was sagt das Gutachten? Ich weiß es nicht, Spence. Ich bin zu nervös, es zu öffnen. Geben Sie es mir. Nein, ich sollte es tun. Laut des Gutachtens ist der Vater des Kindes. Spence Olschen. Was? Du Mischterl. Da musste hinten ein Fehler unterlaufen sein. Ja, der Fehler war doch, du der Liebhaber meiner Frau warst. Ich habe ihre Frau nie getroffen. Ich bin zwei Jahre älter als Carrie. Erzähl doch nichts, du bist 50 an guten Tagen. Okay, Arthur. Da steht mein Name, weil ich die Person bin, die für den Test bezahlt hat. Was ich eigentlich selbst nicht verstehe. Da hast du dich gerade noch aus der Affäre gezogen. Sehen Sie, das Ergebnis steht hier. Frank Medford, keine Übereinstimmung. Sie sind Carys Vater. In jeder Soap wäre ich es nicht. Ich muss mich hinlegen. Auf unsere Freiheit. Hey, sieht wer hier mit einer Edelnutte antanzt. Hey, Süße, du siehst umwerfend aus. Das stimmt. Das meinst du hoffentlich so. Die kurzen Haare fandst du auch gut. Oh nein, die waren gruselig. Das sieht schön aus. Oh, ehrlich? Ich fühle mich wie einer von Charlies Engeln. Keine Bewegung. Ist das nicht Wahnsinn, Freunde? Was für eine Nacht. Wir sitzen hier herum mit tollen Haaren, um zu chillen. Also ich würde sagen, besser geht's nicht. Was ist? Gibt's ein Problem? Oh nein, nein. Ich wollte nur fragen, ob Sie mit mir tanzen. Oh. Hast du was dagegen? Ach, was? Von mir aus gern. Die Lederwäsche kneift beim Tanzen. Na dann, los. For once I can say, this is mine. You can't take it. Long as I know, I have love. I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Hey, da bist du. Wollen wir nicht tanzen? Oh, bist du fertig mit Taco? Ach, ich hab nur Augen für dich, Babe. Du riechst ja wie der Flasche Old Spice. Dagi ist eifersüchtig. Ist das nütlich. Ach, so ein Unsinn. Doch, Dagi. Lass das, hör auf damit. Dagi, was ist mit dir? Mit kurzen Haaren gefielst dir nicht. Jetzt seh ich fantastisch aus und du nörgelst. Fantastisch, würde ich nicht sagen. Ach, nein? Das finde ich sehr interessant, weil eine ganze Schiffsladung von Männern da anderer Meinung ist. Also dann, gute Nacht. Dann versuch's doch mal ohne deinen Freund, ja? Ja, die, Baby. Nein, nein, ich hab's den Schluss aus. Ja, nun geh auf die Tanzfläche, Billiardkugel. Dein Verhalten ist peinlich. Nein, warte, jetzt bin ich endlich auch mal dran. Vielleicht ist jetzt Dirty Dancing Time und gerade kommt Baby in den Tanzsaal gehopst. Ja, sexy nicht? Ich hätte es gleich wissen müssen, dass sie für sie waren. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Was machen wir hier eigentlich? Ich weiß auch nicht. Hör zu. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Mir tut's auch leid. Eine wundervolle Nacht. Ja. Mir. Komm, Schatz, ich warte. Kelly, ich mag das wirklich nicht tun. Du hast es mir versprochen. Dann lass hören. I'm a super freak. Super freak. Glückwunsch zum 40. Oh, wow, hey. Lass mal sehen. Willkommen im Stereoland. Das ist unglaublich. Auf dem einen Lautsprecher rollt die Bodingkugel und auf dem anderen fallen die Kegel um. Da hören wir endlich mal, wie's klingen muss. Okay, das ist von Danny. Ich wusste nicht, was ich dir schenken sollte und da hab ich das Ding da gesehen. Der Greifer? Ja, zum Aufheben von Sachen. Ein Ersatzteil für mein Körper zum 40. Ein Ersatzteil für mein Körper zum 40. Na toll. Noch etwas zu greifen war sein letztes Hobby. Oh, stell's einfach in die Spüle. Danke. Und, ist Doug ausgerastet, weil er 40 geworden ist? Nein, kein bisschen. Oh, mein Mann Matt ist total zusammengebrochen. Wirklich? Ja, ne Zeit lang war's echt hart, aber dieses Erlebnis war genau das, was er brauchte. Äh, er kam wieder in Form, gründete seine eigene Firma. Oh, und er fährt nächsten Monat mit mir nach Paris. Ha. Hey, habt ihr im Arsch mal los? Doug will sehen, ob er sie mit dem Greifer grapschen kann. Oben rechts im Schrank. Okay. Aber nimm nicht alle, ich geb ihm damit seine Tabletten. Oh, Deacon. Doug steckt den 40. einfach so weg. Oh, ja. Manche Männer rasten an so einem Tag völlig aus und fragen sich, bin ich zufrieden mit dem Leben? War das schon alles? Wieso rastet er nicht aus? Keine Ahnung. Naja, ich meine, sollte er aber, oder nicht? Er kann auch unmöglich zufrieden sein mit seinem Leben. In kurzen Hosen zur Arbeit gehen und Pakete für fremde Leute schleppen. Du, du weißt, dass ich das auch mache. Ja. Aber du bist nicht 40. Ich werde 39 nächsten Monat. Wirklich? Ja. Du siehst super aus. Danke. Weißt du, vielleicht geht doch irgendwas in ihm vor und er verbirgt es nur in seinem Inneren. Tief im Inneren. Ja. Verstehe ich. Ganz herzlichen Glückwunsch, Baby. Danke. Danke. Oh, du ahnst ja nicht, was hier gleich abgeht. Ich habe gerade eine Handvoll Sexpillen geschluckt, die Spence mir geschenkt hat und, äh, ups, sie wirken schon. Das ist klasse, Baby, echt klasse. Also, es ist alles gut? Ja, wieso? Heute ist doch der große 4.0 Tag und ich weiß, dass ihr Männer, wenn ihr dieses Alter erreicht, anfangt drüber nachzudenken. Worüber? Ach, über, weißt du, das Leben, deinen Job, Dinge, die du gern getan hättest. Jetzt, wo du sagst? Ich hätte heute krank feiern sollen. Ich bitte dich. Das ist eine ernste Unterhaltung. Du scheinst wirklich besorgt, um mich zu sein. Ja. Habe ich recht? Und wenn es irgendwas gibt, worüber du sprechen oder dran arbeiten möchtest, dann bin ich für dich da. Carrie, mir geht's prima. Ich mache mir über nichts Gedanken. Ich meine, ich habe mehr erreicht in meinem Leben, als ich es je geglaubt habe. Tja, gut. Morgen. Hey, ich habe drüber nachgedacht, was du gestern gesagt hast, ob es was gibt, was ich gern getan hätte und da fiel mir was ein. Wirklich? Was denn? Eine Fahrt mit Goliath. Was ist das? Eine riesige Achterbahn auf dem Thrill Mountain. Ich war mit meinem Dad bei der Eröffnung. Wir haben zweieinhalb Stunden in der Schlange gewartet, aber als wir fast dran waren, ich weiß nicht, wieso, kriegte ich Angst und lief weg. Ich kann das nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Dieser Zehnjährige fährt jetzt schon das dritte Mal. Ich bin in Captain Jacks Fischkombüse. Jeden Tag bis heute wünsche ich mir, dass ich nicht weggerannt wäre. Das ist sicher schwer zu verkraften. Ja, am Samstag wäre schön. Gut, Samstag. Ich muss jetzt zur Arbeit. Warte, Sekunde. Du hast einen kleinen, kleinen Fussel. Hey, Schluss damit, okay? Jetzt ist es meiner. Hast du kapiert? Alles gut, okay. Aber... Ja, alles klar. Ruhig dich bis heute Abend wieder. Hör mal. Den brauch ich für den McDrive, klar? Hör zu, ich wollte dir sagen, am besten lässt du, Carrie, in den nächsten Tagen ein bisschen in Ruhe. Was soll das? Sag mal. Naja, wir unterhielten uns auf deiner Party gestern und... Ich denke, sie wünscht sich, dass du mehr aus deinem Leben machst, weil du bis jetzt nicht furchtbar viel erreicht hast. Sie will, dass ich eine Midlife-Krise kriege? So in etwa. Können wir gehen? Alles klar. Sie will nur, dass ich mich verbessere, damit sie ein besseres Leben hat. Unglaublich, muss ich sagen. Also nachdenklich macht mich das schon. Ich bewerbe mich für dieses IPS-Management-Programm. Willst du nicht auch mitmachen? Hör auf, hier den Streber zu spielen, du Weichein. Ich sag doch nur, das wird sich nicht von selbst erledigen. Oh, ich kümmere mich schon darum. Wenn sie eine Krise haben will, soll sie sie haben. Mach die Tür zu. Sag, was tust du denn da? Nichts. Schlaf einfach weiter. Okay. Ich hasse mich und weh! Ist alles okay? Ja, klar. Ich bin 40 Jahre alt und was habe ich im Leben geschafft? Wohin steuert mein Leben? Was tue ich? Was soll denn das? Du hast doch gesagt, es wäre nicht schlimm, 40 zu sein. Ja, Verdrängung kommt bei den besten Männern vor, Carrie. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, über das, was du neulich gesagt hast und ich weiß auch nicht. Was ist das? Ich habe eine Liste mit meinen Leistungen zusammengestellt. Ja, da steht so einiges. Lass mal sehen, was. Holte Butterkekse. Die waren, waren für mich. Oh Baby, komm mal her. Du, du bist ja klitschnass. Toll, ich bin ein Versager ohne Kontrolle über meine Schweißdrüsen. Du bist doch kein Versager. Okay, du bist ein sehr cleverer, talentierter Kerl, der alles erreicht, was er sich in den Kopf setzt. Das glaubst du, Witt? Ja. Alles, was ich schaffen will, ist ein besseres Leben für dich. Und ich will ein besseres Leben. Ja. Du bekommst ein größeres Haus, ich will um die ganze Welt mit dir fahren und all sowas. Ja, Schatz, okay. Weißt du was, es geht gleich los. Moment, was willst du denn tun? Ich kündige meinen Job. Was? Du kündigst deinen Job? Hör zu, ich will ganz nach oben. Da darf ich nicht wie ein Esel denken. Um meinen Weg zu planen, brauche ich Zeit. Okay, weißt du schon, wie viel? Sechs Monate, ein Jahr. Wahre Größe kann man nicht zeitlich eingrenzen. Was denkst du, was man als Augenchirurg verdient? Okay, weißt du was? Jetzt, jetzt erstmal ganz ruhig. Du glaubst also nicht an mich. Ich wusste es doch. Nein, warte, ich meine was anderes. Okay, ich habe nur gerade laut nachgedacht. Und da dachte ich, dachte ich, willst du wissen was? Unser Leben ist toll. Und zwar so, wie es ist. Du willst nicht, dass ich meinen Job hinschmeiße und alles so, wie es hier ist, bleibt? Sich nichts ändert und ich soll auch die Eckpfeiler meines Lebens nicht ändern? Nein, nicht jetzt sofort. Gut, wie immer mein Pipi sie... 42 Dollar Eintritt. Ich weiß noch, als man für 10 Cent Achterbahn fahren konnte und die brachten einen an jeden Ort der Stadt. Arthur, das war die U-Bahn, glaube ich. Was ist denn mit Carrie? Oh, die kriegt gerade da vorne ein Cobra-Tattoo. Soll heiß aussehen. Wie hast du sie dazu gekriegt? Hab gedroht zu heulen und Zimmermann zu werden. Du nützt dieses Mitlaufkrise-Ding echt aus, ne? Mhm, mhm. Jetzt, wo ich glücklich bin, ist es ebenso. Ach, ganz nebenbei, falls es zur Sprache kommt. Ich hab Carrie weisgemacht, dass O'Boyl mich für diese tolle Boss-Schule vorschlägt. Das Management-Trainings-Programm. Von mir aus der Punkt ist, Dienstagabend von 7 bis 9 bin ich in der Boss-Schule. Hey, das Ding geht doch wieder ab, oder? Das hoffe ich nicht. Ich hab dich noch nie so begehrt. Ah, schön. Wie geht's jetzt weiter? Also, Danny und ich gehen ins Schloss des Grauns. Ja, ängstliche Mädchen kriegt man leichter. Ich gehe mit Major zu den Karussells. Oh, okay. Dann treffen wir uns um 2 Uhr hier wieder. In Ordnung? Ja, alles klar. Alles klar. Wartet mal, Moment. Wer kümmert sich um Dad? Ich kann doch allein losziehen. Zeig mir einfach den Weg zur bärtigen Lady und weg bin ich. Ed, ich will aber nicht, dass du allein losziehst. Was meinst du? Er könnte doch mit uns mitgehen. Er kann nicht in die Achterbahn. Er hat Blasenprobleme und öffnet immer den Sicherheitsbügel. Wie? Oh, wir gehen ins Märchenkarussell. Ich bin sicher, Art Favorit. Ich liebe Märchenkarussells. Na toll. Viel Spaß, Ed. Auch auf keinen Fall Schokolade, okay? Bis dann. Komm, Major. Ja, wusstest du, dass ich als junger Mann als Schausteller gearbeitet habe? Und eines Tages hat sich leider ein Mann sein Bein zertrümmert und ich musste es 5 Stunden lang halten. Komm schon, Kumpel. Bleib ganz ruhig. Wieso ist die Schlange denn so lang? Gewöhn dich dran. Das Leben ist eine einzige lange Schlange, nur dass es am Ende leider keine Karussells gibt. Lassen Sie das so erfahren. Herr Zuckkopf, wieso gehen wir nicht wohin, wo die Schlange nicht so lang ist wie bei der gesunden Ernährung? Nein, ich will auf den Pferden reiten. Was würdest du sagen, wenn ich uns in dieser Schlange ganz nach vorne bringe und zwar sofort und auch in jeder anderen Schlange dieses Parks? Was platzt ihr denn so? Noch nie einen Mann im Rollstuhl gesehen? Für euch war ich in Korea. Danke, dass ich für euch kämpfen durfte. Kommen Sie, Sir. Tolle Idee mit der Vogelschau. Es hieß doch, dass es hier Hühner gibt. Ja, echte Hühner im Nest. Okay, jetzt wissen wir es, Martin. Hi, ich hätte gern ein Kirscheis. Hallo, hallo, Miss. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ah, da sieht alles so gut aus. Wissen Sie was? Überraschen Sie mich. Aber, ähm, nichts mit Erdnüssen, bitte, sonst schwillt mein Kopf mehr an als Ihrer. Ich schätze, diese Eiscreme-Waffe steht auf mich. Was? Ja, hast du nicht gesehen, wie sie meinen Arm berührt hat? Es knistert gewaltig zwischen uns. Du spürst ein Knistern zwischen dir und diesem Eismoppen? Psst, da kommt sie. Oh, Schoko-Crunch. Woher kennen Sie mein Lieblings-Eis? Oh, ich danke Ihnen vielmals. Willkommen im Goliath. Erleben Sie 145 Sekunden einmaligen Nervenkitzel. Bitte achten Sie auf Ihre Sonnenbrillen, Ihre Handys und Kameras. Viel Spaß bei der Fahrt. Weißt du, ich dachte, ich werde nervös, wenn ich das wiedersehe, aber ich schätze, die Welt sieht wohl größer aus, wenn man 25 ist. Ganz recht, Baby. Hey, wenn das nicht die Heffernens sind. Hey, Mr. Boy. Was tun Sie denn hier? Nun, ich hörte, wie Sie mit Palmer drüber sprachen und da dachte ich, komm mal mit den Jungs her. Die beiden kennen Sie ja, Sanjay und Patrick Junior. Ja, das sind zwar echte Ladykiller, was? Sie sind in Ordnung. Ich bin froh, dass wir uns begegnen, denn ich wollte mich bedanken, dass Sie Dark empfohlen haben. Er wird Sie nicht enttäuschen. Ihn empfohlen? Wofür? Oh, komm, die Schlange, bewirkt sich. Los geht's. Weiter gehen, weiter gehen, Leute. Wir sehen uns. Ich bitte Sie, warum können Sie nicht aufstehen und allein laufen? Wenn mich irgendjemand hier laufen sieht, werden wir an den Ohren hier rausgezerrt. Also gut, dann los jetzt, damit wir zur Wasserbahn können. Der Speck war auf der Pfanne. Wie geht's Ihnen, Sir? Gut, abgesehen davon, dass meine Beine völlig nutzlos sind. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ein Veteran sind. Danke. Nun, das von einem Mann in Uniform zu hören, bedeutet mir sehr viel. Okay, du wirst mich reintragen müssen. Was? Das mache ich nicht. Warten wir, bis er weg ist. Aber ich kann nicht mehr warten. Major, sieh mal weg. Gut, ab geht's zu den Kinderkarussells. Vielleicht können wir das Singelmütter aufreißen. Hast du mir zugehört? Tut mir, tut mir leid. Ich kann immer nur an Sie denken. An wen? Die Eiswaffel? Oh Mann, vergiss sie schnellstens. Was ist mit dir los? Ich weiß, es klingt verrückt, aber sie könnte diejenige welche sein. Sie könnte noch etwas sein. Ein Kerl. Hör mal, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ein Mann einen anpasst. Und das war ganz sicher keine. Okay. Selbst wenn es eine Sie ist, wäre sie attraktiv, würde man sie nicht in so ein Kostüm stellen. Das ist doch jetzt vollkommen gleich. Zwischen uns hat's gefunkt. Und das lasse ich mir nicht kaputt machen. Kapiert? Hören Sie, ich weiß, es klingt verrückt, aber von dem Moment an, als ich sie sah, spürte ich so ein... Moment. Sie sind nicht Sie, Sie sind Schokolade. Wo ist die Erdbeereiswaffel? Wo ist sie? Willkommen im Goliath. Erleben Sie 145 Sekunden einmaligen Nervenkitzel. Bitte achten Sie auf Ihre Sonnenbrillen, Ihre Handys und Kameras. Viel Spaß bei der Fahrt. Ich stecke meine Kamera gleich in seinen Hals. Weißt du was? Warum machen wir nicht einfach was anderes? Wir stehen seit zwei Stunden hier in der Schlange. Komm, Baby, stell dich dieser Angst, okay? Einfach hier zu sein ist schon ein großer Schritt für mich. Hey, wie fett ich wohl aussehe im Haus der Spiegel? Hallo. Sie zwei schon wieder, ha? Wofür wollten Sie sich eigentlich vorhin bei mir bedanken? Oh, ähm, dafür, dass Sie Dark in das Managementprogramm gebracht haben. Was? So, die Schlange bewegt sich wieder. Wow, wow, machen Sie schon. Na los, Lady, Bewegung. Was, was soll denn das? Ein Mann. Ich hab mich nie für das Managementprogramm beworben. Weißt du wieso? Weil mein Leben mir gefällt. Und was ist mit deiner Krise? Ich hatte keine Krise, okay? Nachdem Dickin mir alles erzählt hat, hab ich nur so getan. Du hast mich reingelegt? Das glaub ich ja wohl nicht. Wieso kannst du denn nicht einfach glücklich darüber sein, dass ich glücklich bin? Wieso kannst du nicht mehr für dich selbst wollen? Was soll ich denn noch mehr wollen? Ich, äh, ich hab einen Job, den ich mag und ich liebe die Frau, mit der ich verheiratet bin. Oh, halt die Klappe. Ich lass mir diese dusselige Schlange auf meinen Arm machen. Entschuldigen Sie bitte, da ist eine Lücke vor Ihnen. Ja, Entschuldigung bitte. Ich hab nur die Lücke in meinem Leben gesehen. Weitergehen, bitte. Gut, fahren wir in diesem dummen Ding und dann gehen wir nach Haus. Na los, steig ein. Ich kann nicht. Oh, du kannst nicht. Erfindest du wieder eine Krise? Nein, das ist keine erfundene Krise. Ich, äh, ich kann's nicht. Okay, Doug, jetzt hör mir mal zu und hör mir gut zu. Ich hab meine Träume von einem besseren Leben aufgegeben, denn wie sich rausstellt, war dein einziger Traum mit dieser dämlichen Achterbahn zu fahren. Du musst rein mit deinem Hintern in den Wagen, das ist das Mindeste, sonst geh ich hier nicht weg. Na komm, steck ein. Du fährst allein, Babe. Viel Glück. Hallo? Schatz, für den Fall, dass ich es nicht schaffe, wollte ich dir nur sagen, ich hasse dich. Warte mal, stopp. Da drüben gibt es Schokolade. Arthur, davon haben Sie doch schon einen Pfund gegessen und ich sollte Ihnen überhaupt keine geben. Wenn ihr nicht gleich 45 Minuten am Autoscooter warten möchtet, schlag ich vor, du gibst mir, was ich will. Nein, Arthur, ich hab schon 100 Dollar für Sie ausgegeben. Die kosten einen behinderten Kriegsfederan glücklich zu machen, 100 Dollar. Die kosten deinen Sohnen, jeder Schlange, ganz nach vorn zu bringen, unbezahlbar. Ich bin satt, Miss Daisy, rumzufahren. Ach, wirklich? Vielleicht soll ich dem Parkangestellten da hinten ein Wunderzeil... Sie blöffen doch nur, alter Mann. Ich werd's tun. Sie ziehen hier doch ein tolles Ding ab. Ich fahre Sie rum und alle kriechen vor Ihnen auf den Boden. Und das alles wollen Sie aufgeben für ein lausiges Stück Schokolade? Schämen Sie sich! Der nächste Vergnügungspark, wo ist der? Geben Sie mir den Sombrero. Ach so, es ist so. Ich arbeite in der U-Bahn zurzeit, aber ich wär sehr gern Schriftsteller. Ja, ich denk, ich könnte einen Roman schreiben. Ich... Oh Mann, Entschuldigung, ich quatsch zu viel. Sie sind so wunderschön. Wär's okay, wenn ich... Ich sie küsse? Nein, nicht! Sagen Sie, wann machen Sie denn hier Feierabend? Ich dachte, wir zwei könnten dann rübergehen in den Biergarten beim Fantasy-Wald. Klingt echt toll! Tag, ich verpasse noch meinen Zug. Wie spät ist es? Ganz ruhig. Du hast noch eine Menge Zeit. Okay, die Uhr da hat nur einen Zeiger. Oh ja. Also gut. Was sagt die Uhr in der Kaffeemaschine? Äh, weißt du, die Uhr in der Kaffeemaschine ist nicht auf unsere Zeit eingestellt. Außerdem geht sie fünf Minuten vor. Das bedeutet, äh... Ich kann's nicht ausrichten. Immer schön, die in der Mikrowelle sagt, dass es zehn nach sieben ist. Neun nach sieben, acht nach sieben. Oh, das ist mein Omelette. Ich darf nicht zu spät zur Arbeit kommen. Was sagt deine Uhr? Das ist keine Uhr, das Ding zählt meine Schritte. Oh nein, ich bin schon bei 32. Ich muss langsamer machen. Gut. Danke sehr. Und Julie kommt jeden Morgen um zehn und geht um vier und lässt mich ihre verdammte Arbeit machen. Das sollte ich doch melden, oder? Darf ich dir mal einen kleinen Tipp geben? Ich meine, ich will kein Schwein sein, aber sie ist nervig. Und dazu kommt, dass sie eine schreckliche Frisur hat. Hör mal, darf ich? Dad, Dad, bitte, okay? Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber mir fällt schon was ein. Okay, bye bye. Hör zu, ich denke, ich kann dir helfen bei der Sache mit Julie. Dad, wenn du mir helfen willst, ist dein Teller leer. Ich bin mit Doug im Kino verabredet. Mit solchen Typen hatte ich öfter zu tun, als ich Produktionsassistent bei so einer kleinen Sendung war. Die hieß Sesamstraße. Du warst bei der Sesamstraße? Ja, von März 76 bis Mitte März 76. Na egal, ich kann keinen Namen nennen, aber ich hatte eine ziemlich ähnliche Situation mit einem großen gelben Vogel mit doppelt so großem Ego. Mit Bibo? Das hast du gesagt, nicht ich. Hast du noch eine Puente auf Lager? Ich hatte ungefähr 200 Jobs in meinem Leben. Daher weiß ich so ein, zwei Dinge über Arbeitsgebaren. Also, kannst du an Schusswaffen rankommen? Okay, ich werde nicht auf sie schießen. Schaust du an, ich zeige ihr nur, dass du es ernst meinst. Schluss, jetzt isst deine roten Worte. Die werde ich ganz bestimmt nicht essen. Wie kommt es, dass ich dir jeden Tag Tipps gebe, wie du dein jämmerliches Leben in den Griff kriegen kannst und du sie jedes Mal ablädst? Ich hab genug von dir! Ich bin nur rausgerannt wegen des dramatischen Effekts. Ich hab immer noch Hunger. Super, Blutdiebe 2 fängt in 10 Minuten an. Doug, ich will keinen Film sehen, wo ein paar armen Teufeln Blut gestohlen wird. Okay, aber wenn's dir passiert, weißt du nicht, was du tun sollst. Es soll doch ein romantischer Abend werden. Sehen wir uns Bon Vivant an. Das ist Französisch und heißt Blut stehlen. Hey, Leute! Oh gut, bringt Doug mal zur Vernunft, denn er will unbedingt Blutdiebe 2 sehen. Oh, den ersten fand ich toll. Ja, und in diesem wird noch weniger gequasselt. Ich bin dabei. Ich wäre eher für Bon Vivant. Danke, sehr schön. Endlich mal jemand mit Geschmack. Du meinst jemand mit Geschmack von Schwul. Na schön, was machen wir jetzt? Ich hab eine Idee. Warum sehen Deacon und ich uns nicht Bon Vivant an und ihr den anderen? Klingt gut. Los geht's. Alles klar. Ich hole uns was zu klappern. Wie viele Hotdogs willst du? Ich habe leider nicht furchtbar viel Zeit, aber ganz offenbar steckst du in einer Krise. Wie kann ich dir helfen? Du hast mich angerufen. Um mein nicht unerhebliches Wissen und meine Lebenserfahrung weiter zu tun. Ich bin älter als du. Das heißt, du bist weise genug, meine Ratschläge zu befreuen. Ich bin nur gekommen, weil du mir gesagt hast, du kaufst mir ein Brötchen. Das werde ich, wenn wir Licht in dein gestörtes Leben gebracht haben. Also was denkst du, wo siehst du dich in zehn Jahren? Im Sack. Könnte stimmen. Und in fünf Jahren? Ich kann dir sagen, wo ich mich in fünf Minuten sehe. Wieder im Bus. Also, ich habe mich neulich Abend wirklich gut amüsiert mit Steve. Aha. Naja, soll ich bei ihm anrufen oder warten, bis er mich anruft? Ähm, ich habe gerade drei Beruhigungstabletten geschluckt. Ich packe mich mal in der Toilette ein paar Minuten hin. Rufen Sie den Kerl nicht an. Wie bitte? Ich konnte nicht umhin, Ihr Gespräch mit anzuhören. Ich habe gelauscht, muss ich zugeben. Nichts für ungut. Aber ich brauche keine Tipps von einem Mann, der einen Scheck über 1,42 Dollar platzen lässt. Ich habe Konten in Übersee und musste Geld befehlen. Von mir aus. Also, unter keinen Umständen sollten Sie diesen nichtsnutzigen Kerl, diesen Steve, anrufen. Ist sicherartig. Ich habe einen Dank. Der Punkt ist, wenn Sie ihn anrufen, sind Sie in der schlechteren Position. Warten Sie, bis er es tut. Ist gut, ich denke drüber nach. Also, was hätten Sie denn gedacht? Einen Cappuccino-Muffin und einen Mocker-Latte. Das macht 5,85. Auf wen soll ich den Scheck ausstehen? Hey, wie war euer Film denn? Oh, echt gruselig. Ja, und stellt euch vor, ohne Blut läuft gar nichts. Gut zu wissen. Und wie war euer Superbon-Vivant? Toll. Worum ging's denn? Kann ich dir nicht genau sagen, aber er war sehr gut gemacht. Oh, am Samstag fängt die Reihe mit internationalen Spielfilmen an und die Regisseure sind da und beantworten Fragen. Oh, das würde mich echt interessieren. Oh, ja, mich auch. Nein, warte, ich habe vergessen, dass ich mich an dem Abend volllaufen lassen will. Wir können auch nicht. Ich habe den Kindern versprochen, mit ihnen Go-Karts zu machen. Sorry, meine Beine sind zu lang für diese Dinger. Ich habe kurze Beine. Einen Preischelbeermuffin. Benutzen Sie dazu bitte die Zange. Was bekommen Sie dafür? Oh, der geht aufs Haus. Wirklich? Ja, jeder geplatzte Scheck kostet uns nämlich 20 Dollar Bankgebühr. Danke, Sir. Ach, übrigens, danke für Ihren Rat. Ich gehe wieder mit Steve aus. Tatsächlich. War mir ein Vergnügen zu helfen. Ich hätte eigentlich gern noch einen Tipp, wenn es geht. Ja, selbstverständlich, aber gern. Allerdings fällt mir das Denken wesentlich leichter mit einer Gratistüte Bagelschitz. Also, wissen Sie, ich habe eine sehr billige Wohnung gemietet, aber es gibt dauernd Einbrüche. Und da dachte ich, es wäre besser, eine Wohnung zu kaufen. Nein, nein, nein. Bleiben Sie da wohnen. Denn der Immobilienmarkt ist zurzeit total überteuert. Aber in meinem Viertel ist das wirklich gefährlich. Und ein überteuerter Kauf ebenso. Mein Rat, Schluss mit pürsigfarbener Kleidung. Hey. Hi, Schatz. Kelly hat angerufen. Du hast deine Jacke im Auto vergessen. Oh, das ist Zeit bis morgen. Und, wie war es beim Minigolf? Gut, aber Major brauchte mal wieder seine Auszeit. Und, äh, Kirby hat dauernd Fragen über Frauen gestellt. Ich denke, es wird Zeit für ein ernstes Gespräch mit ihm. Oh, Mann. Ja, wäre schön, wenn du ein paar Dinge mit mir durchgehen könntest, denn, äh, ich war mir nie so sicher, wie das funktioniert bei euch da unten. Ich weiß, Baby. Und beim Yoga? Wie lief's da? Oh, es war toll. Deacon ist so biegsam, fast wie eine Gummipuppe. Er hat mir geholfen, meine Hüften zu spüren, weißt du? Morgen hab ich Muskelkater, ganz sicher. Aber das ist doch ein guter Kater, richtig? Ja. Ich mach auf Juli zum Essen. Oh, ähm, Kohlehydrate hab ich heute schon gehabt. Ich esse nur einen Salat. Wirklich? Ja, Kelly findet, dass ich abspecken sollte. Und sie hat recht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Schatz, ich denke, Kelly hat dir wirklich sehr gut getan. Danke. Und ich muss sagen, seit du mit Deacon rumhängst, scheinst du, ähm, überglücklich zu sein. Ja, stimmt. Allerdings machen wir zwei, du und ich, gar nichts mehr zusammen. Vielleicht sollten wir das mal planen. Du hast völlig recht. Wie wär's mit Freitag? Oh, Freitag kann ich nicht. Da wollen Deacon und ich in eine Galerie gehen. Aber ich sag dir was, hör zu, am besten treffen wir Fuh uns vorher auf einen Drink. Hä? Ich frage den Boss, das klingt gut. Gut, wir essen in einer halben Stunde. In Ordnung, ich mach vorher noch ein paar Übungen. Okay. Der Kerl wollte uns das große Stofftier nicht geben, sondern nur so eine kleine Trollpuppe. Und, was tut sie darauf hin? Sie nimmt den Basketball und wirft fünf Körbe hintereinander. Bumm! Und wer zieht dann ab mit einem riesigen Panda? Wir zwei! Gut gemacht, gut gemacht. Hey, erzähl mal, was du den türkischen Regisseur gefragt hast. Oh nein, nein, das würden sie nicht verstehen, weißt du. Ja, du hast recht. Das war stark. Ja. Ihr habt ja noch nicht mal einen Drink. Raus damit, was wollt ihr? Ich hab ein Bier. Alles klar, eine Flasche Bier für den Gummipuppenmann, Merlot und, oh man, das sollte ich eigentlich wissen. Sebrise. Jack und Cola. Jack und Cola. Du warst beim Friseur, Deacon? Ja. Der Bart ist als nächstes dran. Im Kühlschrank ist kein Bier. Ich hab doch gesagt, besorg was. Die Zeit hatte ich aber nicht. Ich war mit den Kindern im Park und danach bei Arby's. Jack, ich sagte doch, die Kinder sollen vor dem Abendbrot nichts essen. Was soll ich denn tun? Sie zusehen lassen, wie ich esse? Sie müssen nach der Schule nach Hause kommen und ihre Hausaufgaben machen. Sie sind den ganzen Tag in der Schule, da verdienen sie doch an Roastbeef. Jack, Sie sollten wirklich nichts essen, Frau. Moment, Deacon, Sekunde. Du bist unglaublich. Ich meine, mal verbringe ich zu wenig Zeit mit Ihnen und jetzt auf einmal zu viel. Dir kann man nichts recht machen. Wo willst du denn hin? Ich geh und hol ein paar Bier, okay? Jetzt? Aber wir haben Besuch. Alles klar. Wisst ihr was? Wir müssen jetzt sowieso los. Ja, wir kommen sonst zu spät in die Galerie. Ja. Wisst ihr was? Es war schön bei euch. Vielen Dank. Wir sehen uns. Ich seh mal, was die Jungs machen. Sir? Wenn Sie wegen der Zeitung kommen, ich wollte Sie bezahlen, sobald die Schlange ein bisschen kürzer ist. Oh, darum geht's nicht. Ich hab mit meiner Kollegin geredet und wollte fragen, ob Sie mir einen Rat geben könnten. Oh, noch eine verlorene Seele, die meine Führung braucht. Bitte setzen Sie sich. Danke. Wo liegen Ihre Probleme? Karriere, Familie, sexuelle Verwirrungen? Ich will nur wissen, auf wen ich setzen soll beim morgigen Basketballspiel. Oh, ein Spieler. Ja, auf wen würden Sie setzen? Die Nets oder die Spurs? Benutzen die immer noch einen rot-weiß-blauen Ball? Nein. Dann setzen Sie auf die Nets. Oh, danke, Mann. Hey, das ist mein Job. Setzt alles auf die Spurs. Was raten Sie? Ich sagte die Nets. Ich weiß, aber Gloria hat mir geraten, tu das Gegenteil von dem, was er sagt. Was? Sie sagt, jeder Rat von Ihnen wäre falsch. Aber wenn ich das Gegenteil mache, gewinne ich und kann mein Van vom Pfandleiher holen. Hey, ich brauche noch einen Rat. Tatsächlich, ja. Hey, Schatz. Hey. Was guckst du da? Die wahre Hollywood-Geschichte mit Mr. Spock. Hey, solltest du dich nicht fertig machen für dein Date mit Kelly? Mit der Frau gehe ich nirgendwo mehr hin. Oh, streitet ihr euch immer noch? Tut mir leid, wirklich. Lass das vergessen. Hör mal, bleiben wir doch heute einfach hier und bestellen uns eine Pizza oder sowas. Ähm, leider kann ich nicht. Ich habe was mit Deacon vor. Was? Ja, diese Filmwoche schon vergessen? Aber wenn ich mich nicht mit Kelly treffe, dann du auch nicht mit Deacon. Aber das ist unfair. Ich meine, wieso soll ich darunter leiden, nur weil Kelly und du dauernd streitet? Weil du meine Frau bist. Wie wäre es, wenn ich Kelly für dich anrufe? Nein, ich kriege bestimmt nicht zu ihr zurück. Aber, aber Baby, vor zwei Tagen hast du noch gesagt, sie wäre das Beste, was dir je passiert ist. Und jetzt willst du das alles einfach so wegwerfen? Ja! Nein, ich weiß es nicht. Ich bin vollkommen durcheinander. Okay. Lass sie mich doch jetzt einfach anrufen. Ich bringe das für dich in Ordnung. Ja, mach das, aber sag ihr nicht, dass ich hier bin. Ich bin nicht hier. Und sei bitte vorsichtig. Und du bitte still, ja? Ich weiß, was ich tue. Hey, Kelly, ich bin's. Also, ich weiß, Dark und du, ihr habt eine schwierige Phase zurzeit. Ähm, und ich wollte, dass du weißt, manchmal sagt Dark Dinge, die er, ähm, absolut nicht so meint. Die Sache ist die, der hellste ist er nicht unbedingt. Weißt du, was ich mit ihm mache? Ich geb ihm ne Brezel. Oder ein Schokoladenpudding. Das bringt ihn schnell runter. Wirklich. Aha. Okay. Aber Kelly, wenn du... Okay. Bye. Und? Du bist für sie erledigt. Ich bin gefeuert. Was, äh, was ist passiert? Aber sagte, ich soll Mr. Berman nicht nach einer Gehaltserhöhung fragen, also hab ich eine verlangt und das Gegenteil von dem getan, was er sagte. Wieso hat's nicht funktioniert? Weil ich wusste, was sie tun würden. Und da hab ich ihnen das Gegenteil vom Gegenteil untergejubelt. Oh, was? Ja, diese Plaudertasche hier, die hat mir alles erzählt. Durch sie verliere ich jetzt meinen Job und ich kann die Miete nicht mehr zahlen. Das bedeutet, ich sitze auf der Straße. Und sie haben meine Gefühle verletzt. Jetzt sind wir also quitt. Beinahe wie bei den Neorealisten der 70er scheint ihr Einsatz von Früchten und oftmals auch Brot sehr bedeutungsvoll zu sein. Ah, le frü, ja, ja. Ich habe einen faulen Apfel auf dem Fenster sims platziert, um die Zerstörung von Pashas Seele zu symbolisieren. Was symbolisiert, dass mein Hintern eingeschlafen ist? Psh, schicken Sie doch. War der Regen in der letzten Szene geplant oder einfach nur ein... Psh, jetzt sei doch leise. Oh, das ist brutal. Wie lange dauert das noch? Keine Ahnung, vielleicht eine Stunde. Eine Stunde? Würdest du ihn bitte zurückkeifen? Hab ich ja versucht, ein bisschen Hilfe wäre gut. Er ist dein Ehemann. Das weiß ich, dass du mir das dauernd unter die Nase reiben musst. Ich stelle ihm jetzt mal eine Frage über Puh den Bären. Ach, du bist ruhig, ich werde es am besten abhauen. Nein, Deacon, geh nicht. Ich packe ihn ins Auto. Diese ganze Sache ist sowieso ein bisschen schräg, weißt du? Ich sehe aber anders. Sie ist toll. Nein, nein, tut mir leid, Carrie. Deacon, bitte geh nicht, bitte. Wird das jetzt eine Szene? Das ist mir so egal. Carrie, es ist vorbei. Du hast doch nicht noch. Halt die Klappe. Hör mal, froh bin ich darüber auch nicht, aber wir haben es so gewollt. Und was machen wir jetzt? Wir machen das Beste draus. Weißt du, ich könnte mich schon ein bisschen mehr anstrengen, an Dinge zu tun, die du gern tun willst. Na, es geht doch. Das ist mein Baby. Weißt du, und ich streng mich mehr an Dinge zu tun, die du tun willst. Beginnen wir mit mir. Siehst du, dieser Film ist ein schöner Kompromiss. Er ist französisch, aber es geht um einen Kerl, der anderen mit einer Kettensäge die Füße abschneidet. Aber Sie zeigen es nicht, sondern quassel nur drüber im Café. Na ja, das überlassen Sie deiner Fantasie. Okay, ich zahl doch nicht 10 Dollar, um mir vorzustellen. Psch, ey, hör mit dem Stauf, er hat doch recht. Der Film ist Mist. Ich hab doch gesagt, lass uns den Engel des Todes gehen. Der fängt gerade erst an. Wollen wir vielleicht? Natürlich hätte ich. Okay. Hey, Babe. Hey. Ist dir denn was? Nein. Gott, hab ich einen Durst. Schon den ganzen Tag. Dann trink was. Eine gute Idee. Ich werde jetzt duschen gehen. Hey, willkommen in deinem Wochenende. Die erste von fünf. In Worten fünf, Planete-Affen-DVDs liegt parat und wir haben tonnenweise Twizzlers. Die Süßigkeit für Liebespaare. Das ist süß von dir, aber hast du meine Nachricht nicht gekriegt? Das Telefon war in meiner Hose und auf Vibration gestellt. Hast du eine Zigarette? Jedenfalls, ich fahr nach Hartford dieses Wochenende. Was? Ja, mein Boss sponsert dieses Häuser-für-Amerika-Ding. Ich hab morgen eine Einführung und Sonntag bauen wir für eine arme Familie ein Haus. Okay. Was kriegst du, eine 24-Stunden-Grippe oder was aus dem Mumps-Bereich? Dark, hör auf damit. Das ist was Wohltätiges. Aber ich... Ich... Ich hab das Wochenende für uns verplant. Was mach ich mit den Filmen? Entschuldige mal, ich hab grad eine 60-Stunden-Arbeitswoche hinter mir und muss um 5 Uhr aufstehen und 120 Meilen fahren, um irgendwo Nägel einzuschlagen. Tut mir also echt leid, dass ich hier nicht mit dir sitzen und Affenfilme gucken kann. Das sind Menschenaffen, keine Tieraffen. Das ist was anderes. Von mir aus. Und genau diese Arroganz ist der Grund, dass sie die Herrschaft über die Welt übernehmen können. Okay, ich mach einen Vorschlag. Wie wär's, wenn du nur einmal an jemand anderen denkst, als an dich selbst? Oh, ich kann nicht mit meinem Mann Filme gucken, weil ich für arme Häuser baue. Wer von uns ist hier wohl egoistisch? Oh, sehr gut, du bist da. Hi, Alter. Was hast du vor? Ach, Carrie ist beruflich in Hartford und sie hat eine kleine Differenz. Ich will sie da überraschen. Dann hast du ja wenigstens was vor. Nun lass das doch endlich mal. Wir wollten heute in das Huey-Louis-Konzert, aber der Penner hat so lange gewartet, bis es ausverkauft war. Dann sag mir sowas nicht, wenn ich betrunken bin. Wann bist du das nicht? Wenn du mich mal ein bisschen aufbauen würdest, müsste ich vielleicht nicht trinken. Jetzt gib mir nicht wieder an allem die Schuld. Okay, Jungs, anscheinend habt ihr noch eine Menge zwischen euch zu klären. Wieso geht ihr nicht wieder und... Hey Mann, was ist das? Was? Oh, die Jacke hatte ich damals an. Da war ich Security im Nessan-Kolliseum. Siehst du das? Da ist noch ein kleiner Dressrotal-Kotzfleck drauf. Mann, wenn wir noch eine davon hätten, könnten wir doch in das Konzert rein. Was meinst du? Verstehst du nicht? Wir tun einfach, als würden wir zur Crew gehören. Wir wären nicht nur drin, sondern Backstage, ja? Du warst in Magnolien aus Stahl? Okay, jetzt habe ich drei Stunden gelernt, einen Nagel einzuschlagen mit einem... Wie heißt das Ding? Hammer. Frag mich nicht, ich habe die meiste Zeit geschlafen. Hey, wieso ist Mr. Dugan denn nicht da gewesen? Hast du es nicht gehört? Der Herr kommt morgen erst hierher zum Dank-Essen. Was? Ja, er und die anderen Vorstände mussten zu einem Wohltätigkeitstermin nach Miami fliegen. Der Eröffnung des Hutters-Hotels. Moment. Die Bosse sind in Miami und die Sekretärinnen sind hier und bauen Häuser? Nein, sie haben Desirée mitgenommen. Oh, Entschuldigung, die Sekretärinnen, die nicht mit Mr. Dugan schlafen, sind hier. Da kann man nichts machen. Warte doch mal. Sie sind nicht hier, also wissen Sie auch nicht, was wir machen. Wieso amüsieren wir uns dann nicht auch? Aber wir sind hier, um Menschen zu helfen. Ach, und wer hilft dir, Dawn? Baut man dir ein Haus, weil du ein Apartment hast, in dem es wie in einer Zoohandlung müffelt? Was? Bei mir müffelt es? Ein bisschen, mein Schatz. Ich meine, wir verdienen auch etwas Spaß, ha? Wir werden aber auf der Baustelle erwartet. Ja, und wir werden auch hingehen. Wir heben ein paar Steine und lassen uns fotografieren. Versteht ihr, was ich meine? Nun, ich habe gehört, hier gibt es ein tolles Spa. Na seht ihr, also kommt schon, machen wir ein Mädelwochenende. Abends ist Club angesagt und morgen lassen wir uns auf Firmenkosten verwöhnen. Was sagt ihr? Halt, warte. Was ist, wenn die Buchhaltung das rauskriegt? Hm, mein Schatz, in welcher Abteilung arbeitest du? Buchhaltung. Und was tust du mit unseren Belegen? Weg, schmeiß ich! Also, wir haben ein kleines Schläfchen und um sieben treffen wir uns wieder hier. Und dann stellen wir die Stadt auf den Kopf. Oh, hallo! Überrascht? Ja! Zeit für Menschenaffen! Alles klar, der Außenbereich ist zwar positiv überprüft, aber halt die Kanäle doch lieber offen. Was geht ab? Nein, oder nicht? Ja, ja. Mann, also ich sag dir, ich war nicht mehr so heiß, als ich bei der Polizei war, wegen der Gegenüberstellung. Fast wäre die Lesbe durchgekommen mit dem Mord. W-I-P. Das heißt, da gehört Danny rein. Und du auch. Komm. Hey, ihr zwei. Eine Sekunde. Hier spricht Keith. Sie haben was auf der Toilette? Ähm, ist ja ganz was Neues. Okay, ich komm sofort. Jungs, ihr müsst ein paar Einschlächer raussetzen und immer schön dran denken, es ist dem Personal strikt verboten, übertriebene Gewalt anzuwenden. Ha? Hier spricht Keith. Okay, holen wir uns ein Bierchen. Moment, warte, wir müssen erst mal die Einschleicher suchen. Wir sind die Einschleicher. Außerdem will ich mich gratis besaufen, also los. Wir müssen so tun, als würden wir hier arbeiten und ich will Schuhe-Louis sehen. Dann mach, was du willst. Ich kümmere mich um die Groupies. Okay, also dann. Ho, ho. Eine Mutter-Tochter-Kombo. Sie hatten versprochen, mein Anliegen an den Doktor weiterzugeben. Mit so einem Abend hast du wohl nicht gerechnet, hm? Nein, eigentlich nicht. Sie haben es doch auch geschafft. Was meinen Sie mit ich hätte... Hallo? Ich bin Tierpsychologin, das ist alles... Oh, hi Lisa. Soll ich den Film stoppen? Nein, musst du nicht. Guck nur weiter. Wo ich bin? Ich bin in der Hölle. Doug ist gekommen. Zum ersten Mal in 13 Jahren will er plötzlich romantisch sein. Nein, 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 nein. Ihr macht nichts ohne den Anführer, Schatz. Ich hab mir den Plan ausgedacht und ich werd ihn auch durchziehen. Ja, ihr wartet, mir fällt schon was ein. Okay. Alles okay? Ehrlich gesagt, nein. Ich bin stinksauer. Ich muss gleich noch in ein anderes Seminar gehen. Jetzt? Es ist bald 8 Uhr. Ich weiß, anscheinend will man, dass wir es auch richtig machen. Wenn das so weitergeht, schaffen wir doch niemals die fünf Filme. Charlton Heston hat sein Hemd noch gar nicht ausgezogen. So ein Pech aber auch. Naja, wenn du wiederkommst, wird all das hier auf dich wachen. Also, Schatz, weißt du was? Ich werde wahrscheinlich bis spät in die Nacht weg sein und morgen früh muss ich gleich auf die Baustelle. Das finde ich nicht fair dir gegenüber. Was soll das heißen? Willst du mich loswerden? Was? Wer redet denn hier von wollen? Nein, nein. Nein, aber denkst du, ich möchte, dass du hier die ganze Zeit rumliegst, während ich meiner Arbeit nachgehe? Also, ich weiß nicht. Anscheinend war meine ganze Fahrerei für nichts. Stimmt nicht. Nein, Baby, nein. Ich bitte dich, dich nur für ein paar Minuten zu sehen. War schon traumhaft. So eine kleine Dosis Stark macht mich glücklich. Ja? Mhm. Willst du nicht lieber eine Doppeldosis Stark? Wenn ich wieder zurück bin, Schatz, jetzt komm, fahr lieber, bevor der Verkehr zu dicht wird. Aber ich... Ich hab nicht mal... Wo soll ich denn... Hier ist dein Koffer, das war so lieb von dir, Baby. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich hab nicht mal meine Schuhe an. Oh, ich... Hol sie dir. Okay, Schatz, das war süß und so romantisch. Okay, bis morgen Abend. Kann ich Ihnen helfen? Äh, ja, meine Frau wohnt hier und ich möchte Sie morgen mit einer Massage überraschen. Sehr gerne, Sir. Und, äh, der Junge darf nicht besser aussehen als der. Der Name Ihrer Frau? Oh, sie heißt Carrie Hefferman. Hm, sie ist schon für eine Massage angemeldet. Wirklich? Sogar für zwei. Eine Avocado-Zitronenpackung um 10.30 Uhr und eine Hotstone-Behandlung um drei. Sie müssen sich mit jemandem verwechseln. Ich weiß, dass Sie morgen um drei arbeiten. Nein, ich habe die Termine selbst gebucht. Ich bin mir deshalb so sicher, weil sie sagte, ein Brandfleck von den Steinen und sie würde mir einen reinhauen. Danke schön. Also, hört zu Mädels, in den Clubs bezahlt keiner für die eigenen Drinks oder tanzt mit jemandem über 25, ist das klar? Okay, ja. Gut, hey Dawn, mach ein paar Knöpfe von der Bluse auf, wir sind nicht in der Kirche. Carrie, du bist toll, wenn du unanständig bist. Ja, ich fang gerade erst an, Schätzchen. Komm bald wieder. Hey Mann, was ist mit deinem Auge passiert? Ich sollte dem Affen vom Drummer Antibiotika verabreichen. Hey, das haben Sie ganz toll gemacht mit Mr. Jenkins. Inzwischen gibt's aber Stress mit dem Bassspieler. Er will erst aus seiner Garderobe kommen, wenn wir ihm sieben Boysenberry-Kerzen hineinstellen. Hier, nehmen Sie US-Kreditkarte. Das erhöht seine Meilen. Für wen soll das denn sein? Oh, äh, für den Keyboarder. Der Typ kommt erst aus der Garderobe, wenn er Schrimps bekommen hat. Er hat sie gern halb gegessen. Hier spricht Keith. Etwas reinstopfen, bin gleich unten. Okay, jetzt kannst du mal was tun. Hol die Kerzen. Komm schon, Mann. Bei der Tochter habe ich keine Chance. Aber ich bin kurz vorm Zieh bei der Mutter. Das ist nicht fair. Ich habe eine Idee. Morgen läuft die zweite Show, okay? Und dann mache ich den Affendoktor und alles und du kannst deinen Spaß haben. Mit wegen. Was war denn nur in den kurzen von den Feuerwehrmännern drin? Keine Ahnung. Ich frage sie. Aber ich hätte ihnen vielleicht nicht meinen Zimmerschlüssel geben sollen. Jetzt ist es zu spät. Also um elf im Spa, ja? Bessere Idee, Bloody Mary's um zehn. Oh, ja. Oh, ja. Hallöchen, Randall. Schaffen Sie in fünf Stockwerken ein Strip für uns? Überraschung. Oh, mein Gott. Hey, Baby. Was tust du wieder hier? Ich war schon fast auf dem Highway. Da habe ich gedacht, ich lasse mein Baby hier nicht so einfach an. Aber ich habe gesagt, du kannst gehen. Ich bin schon eine ganze Weile verheiratet. Geh bedeutet geh nicht. Tja, diesmal bedeutet es einfach nur geh. Was auch immer. Ich werde wie Kleister an dir kleben bleiben. Oh, okay. Aber Baby, du weißt doch genau, dass ich morgen auf der Baustelle sein muss. Darum bin ich hier. Noch eine Überraschung. Ich gehe da auch mit hin. Was? Ja, wir bauen das Haus und als Belohnung dürft ihr Mädels mir auf den Po klopfen. Hey, Schlafmütze. Der heiße Teer mischt sich nicht von alleine. Gut, ich komme gleich. Ja. Wie wäre es mit einer Teerpackung für die Haare? Hey, haben Sie eine Aspirin? Drei Dollar. Sie, Sie wissen, dass das hier wohltätig ist. Ich mache das, weil wir was Gutes tun wollen. Drei Dollar. Stecken Sie dran. Da ist ja mein Frauchen. Übrigens kriegst du die Spachtelmasse in deinen Haaren leicht mit Herpentin wieder raus. Ich habe gefragt. Danke, Liebling. Ach ja, wir wollen die Trockenwand aufstellen. Du hältst fest, während ich schraube. Loch sie ein. Ja, loch sie ein. Soll ich mal deine Zähne prüfen, wo ich das Ding gerade... Oh, 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 da empfehle ich Zahn. Was ist das? Ich habe Kopfschmerzen, klar? Du armes Ding, ich hatte ja keine Ahnung. Bestimmt fühlst du dich besser nach deiner Hotstone-Massage umdreifen. Was? Ja. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Oh, bitte, ich weiß Bescheid. Die Clubnacht, das Trinken, das heimliche Rauchen im Nichtraucherzimmer, ja. Dankeschön. Ich bin entsetzt. Na schön, Dark, ich habe so hart gearbeitet. Ich wollte mich einfach mal erholen. Und da lügst du deinen Mann an für eine wilde Nacht in Hartford? Okay, ja, es war gelogen und es tut mir leid, aber das war einmal, während du dauernd drum lügst. Ja, stimmt, nur im Gegensatz zu dir bin ich gut darin. Meine Lügen sind dünn wie Papier. Meine sind wie dies Haus, gebaut auf solidem Fundament. Das hier ist allerdings nicht meine Bestlasse. Hey, Carrie, wir warten auf den heißen Teer. Ja, ich komme. Ja, ich komme. Ja. Also ich, äh, mache nicht nur Security. Mein Job ist eigentlich das Anheuern von Mädels für die Videos. Hey Kumpel, wo warst du denn? Wo ich war? Ich war bis zum Ellbogen in Huey Lewis' Toilette. Wow, ein echter Fan. Hört zu, ich verpasse auf keinen Fall die Show. Du bist jetzt dran. Hey Jungs, ein super Job mit der Toilette. Huey nannte es tatsächlich makellos. Danke Keith, ich mache das nicht für Komplimente, aber ist es schön, das zu... Moment, nein, 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 nein. Ich habe das Klo gereinigt und dem Bassisten die Kerzen besorgt. Er hat gar nichts getan, er arbeitet hier gar nicht. Was? Er ist ein Schwindler, die Jacke hatte von seinem Cousin. Barry, der Kerl muss raus. Und wie immer, keine übertriebene Gewalt. Hey, wir treffen uns Sonnabend, ja? Entschuldigen Sie bitte. Oh mein Gott, Huey Lewis, was machen Sie denn hier? Das ist mein Konzert. Oh, ich, ich, also ich bin Ihr größter Fan. Ich habe alle Ihre Alben, ich würde Ihnen jeden von Ihren Songs vorsingen können. Nein, bitte nicht. Und Sie, ich habe das da eben gesehen. Nicht zu fassen, dieser Kerl, nicht? Sie haben Ihren Freund verraten. Und wo ich herkomme? Auf der Bay Area. Da macht einen so ein Verhalten zu einer Ratte. Und Ratten mögen wir nicht. Hauen Sie ab, bevor die News und ich Ihnen den Asch versohlen. Nein, Huey, hören Sie, ich bin Ihr größter Fan. Ich habe noch das Klo für Sie gereinigt. Huey Lewis will mir den Arsch versohlen. Stark! Okay, wir begrüßen Mr. Duden und verziehen uns dann schnell. Ist gut, würdest du trotzdem ein bisschen so tun, als wären wir ein glücklich verheiratetes Paar? Na klar, etwa so. Hör auf, ja. Komm, reiß dich zusammen. Hey, Leute, ich danke euch vielmals für eure harte Arbeit. Die Larkin-Familie weiß das zu schätzen und ich auch. Oh, Duk und ich möchten Ihnen beantworten für die Möglichkeit. Hey, Leute, ich danke euch vielmals für eure harte Arbeit. Die Larkin-Familie weiß das zu schätzen und ich auch. Oh, in einer Minute. Ich bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Ich stelle Ihnen den Mann vor, der für das Ganze verantwortlich ist. Unseren wundervollen Boss, Mr. Andrew Dugan. Dankeschön, diese Idee. Dieses Haus zu bauen war eine große Leistung von uns, aber das war erst der Anfang. Und jetzt kommt der Geschenkebaum ins Spiel. Wenn Sie weiterhelfen wollen, pflücken Sie dort ein Blatt. Auf jedem Blatt steht etwas, das Sie für den Haushalt der Familie kaufen können. Alles, was die Larkins uns dafür geben, ist ihre Liebe. Oh, ja, ja. Ach, wie rührend. Wieso gibt's für dich kein Egoismusbaum? Statt zu helfen, spielst du Coyote Ugly mit deinen Freundinnen. Bitte, als wärst du so nett, dass du das mitgemacht hast, war reine Bosheit mir gegenüber. Ja, aber meine Bosheit schafft was, während deine nur zerstört. Du schwindest, ich bin zehnmal großzügiger als du's bist. Also, das glaubst du doch selbst nicht. Doch, das ist mein voller Ernst. Ich bitte dich wirklich so ein Blödsinn. Na, das werden wir ja sehen, oder? Was? Oh, bitte, siehst du das? Ich werde den Larkins etwas schenken. Und jetzt erst steckt dran. Was soll's? Ich werde gleich zwei Blätter nehmen. Dann nehme ich eben den ganzen Zweig. Ich lasse mich doch von dir nicht übertrumpfen. Oh, mein Gott. Ich darf Ihnen einen Waschtrockner schenken. Waschtrockner? Ich dachte, das wäre sowas wie ein Eiscreme-Löffel. Was haben wir uns da wieder aufgeheizt? Komm mit, komm mit. Was steht auf deinen Zetteln? Sieh nach. Okay, hier steht... ...ein Toaster. Oh, das ist nicht so schlimm. Oh, ein Rasenmäher. Was? Mit eingebautem GPS, das ist wahnsinnig gut. Ich hab ein Laptop und... ...ein Schlafsofa. Was machen wir denn nun? Hier werden sie unauffällig wieder dran. Das kannst du aber nicht machen. Wir werden doch beobachtet. Du musst sie ablenken. Und wie? Zieh dich einfach raus. Was redest du für ein Mist? Oh, gut, da kommt der Mann, der vom Dach gefallen ist. Das ist günstig. Los, hängen Sie auf. Hey. Hi. Schön, Sie zu sehen. Die Gartenlaube haben Sie toll gemacht. Wundervolle Arbeit. Danke. Oh mein Gott, Liebling. Was ist denn hier los? Mein Schatz wollte nach einem besonders schönen Blatt greifen und ist gefallen. Ist alles in Ordnung? Nehmen Sie sich doch einfach eins. Es gibt noch viele. Wo ist der Toaster? Wo ist der Toaster? Gut, zeigen Sie mal her. Ho, 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 ho. Ist ja ein Ding. Den Nachmittagscafé werden die Larkins in Zukunft vor einem brandneuen Flachbildfernseher verbringen. Hey, Kumpel. Hören Sie, es tut mir leid. Ich habe da vorhin überreagiert. Oh, ist schon okay. Sie hätten sagen sollen, dass Sie aus Ottawa kommen. Ich liebe Kanadier. Das weiß ich von Ihrer Homepage. Jedenfalls willkommen im Team. Wir reden nachher noch, wenn Sie die Bühne gewischt haben. Super. Ich muss wieder arbeiten. Okay. Hey, ich habe das Essen für Sie. Darf ich reinkommen? Nimm deine stinkenden Pfoten von mir, du verdammter Dreckhaffe! Na, was gibt es zu essen? Suppe. Das ist alles? Nur Suppe? Ja. Tja, eigentlich heißt es Suppe und? Ach, du willst wirklich einen Salat? Ich meine ja nur, irgendwas sollte mich hier reinlocken. Was? Wäre das, äh, warmes Wasser und matschiges Gemüse? Dark, bitte. Ich habe mich echt angestrengt. Habe geschält, gehackt und eine Schürze umgebunden. Versuch's wenigstens. Einverstanden. Und? Mhm. Ziemlich gut. Etwas fehlt. Was? Geschmorte Rüppchen. Ich rufe was Monkey Joes ab. Schatz, hast du mein blaues Leibchen gesehen? Ich könnte dir vielleicht helfen, wenn ich wüsste, was ein Leibchen ist. Es ist so ähnlich wie ein Tanktop, nur netter. Ich habe es rausgelegt, jetzt ist es weg. Es ist sicher nicht von allein weggegangen. Glaubst du, ich würde es heimlich unten drunter tragen? Komm schon, ich will nett aussehen. Ich treffe doch das Mädchen, das ich betreuen soll. Welches Mädchen? Diese Sache, die meine Firma sponsert. Man hilft freiwillig gefährdeten Jugendlichen. Du hast gesagt, du machst das nicht. Ach, Unsinn. Du hast gesagt, warum soll ich mich mit pickligen Verlierern rumquellen, die sowieso irgendwann Schnapsleben überfallen? Dark, der Punkt ist, dass ich inzwischen nachgedacht habe und irgendwie kann ich mich mit der Kleinen identifizieren. Während meiner Teenie-Zeit habe ich auch ganz schön viel Mist gebaut. Meine Mom war tot und ich klaute und habe die Schule geschwänzt. Das war lose Rumgemacher, nicht zu vergessen. Wo willst du hin? Oben ist für dich verboten. Ich will ja nur Carys Leibchen wieder weglegen. Was? Der Briefkasten musste poliert werden. Wie oft habe ich gebeten, mir ein Ledertuch zu kaufen? So Männer, ich hatte nichts zum Frühstück, bin am Verhungern und ihr kennt die Regeln. Ja, alles worauf ihr nicht rumkauen gehört, ihr. Das glaube ich einfach nicht. Was ist? Da drüben. Die vier Typen von Priority Plus. Mann, ich hasse die Kerle. Wir bieten Superservice zu vernünftigen Preisen. Klingt das schwul oder nicht? Ja, und dann noch an unserem Tisch rumsitzen. Kommt. Lass mich das mal regeln, okay? Gentlemen, Sie sind anscheinend nicht von hier und können es nicht wissen, aber das hier ist ein IPS-Stammplatz und zwar schon seit 2002. Das wissen wir. Was meint ihr, wieso wir hier sitzen? Hey, wie läuft denn jetzt dein 428er-Truck? Oder verrostet er immer noch am Flughafen? Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist nicht wert. Wisst ihr was, Jungs? Hier stinkt's irgendwie. Lasst uns abhauen. Ja, wir mögen euch nicht. Und, äh, versuch den Eis dir doch mal ohne Süßstoff zu trinken. Ohne Süßstoff. Ihre Bestellung bitte? Ja, äh, ich hätte gern die Nummer 3. Einen Bacon-Cheeseburger und ne große Tüte Fritten. Einmal die 3, Bacon-Cheeseburger und große Pommes Fritten. Ja? Bitte fangen Sie vor. Äh, Sekunde. Gut, okay. Und ein Chicken-Sandwich und ein Schoko-Shake. Für meinen Freund. Bitte fangen Sie vor. Ja. Ja. Krieg ich noch ein bisschen Ketchup? Jedenfalls weiß ich, wie total hart es ist, 16 zu sein. Wirklich unheimlich hart. Ich meine, ich war 16, als meine Mom starb. Meine ist nicht tot. Sie schläft nur mit jedem Typ, der eine Gitarre hat. Das finde ich auch schlimm. Du isst gern Fritten, hm? Na und? Cool, cool. Ich auch. Ich bin verrückt danach. Scheiß auf Kalorien. Also ist da irgendwas, worüber du reden möchtest? Stress mit Mädchen, Stress mit Jungs? Worüber du auch quatschen willst. Schieß los. Wie lange dauert das hier noch mit der Betreuerei? Ich will mir noch ein Tattoo stechen lassen. Das ist wichtig, wir bezahlen schnell. Entschuldigen Sie mich. Oh, ich komme in der Sekunde. Wenn du mich fragst, servieren ab. Okidoki. Ich würde verschwinden. Gina, Kleines, wir können nicht so gehen. Das wäre Diebstahl und das ist verboten, wie du wohl weißt. Die Bedienung ist eine Kuh und der Fraß war ätzend. Also gehe ich jetzt. Miss, würden Sie... Gehen gleich da. Ich meine, das ist einfach lächerlich. Wir haben das eine Million Mal durchgekaut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast es echt getan? Ehrlich gesagt war es falsch. Na komm, wir gehen jetzt zurück und... Weg hinter die Mütchen. Sie ist drin. Oh, Scheiße. Hallo? Oh, hi, Mr. Dugan. Mein Boss. Die Betreuung läuft fantastisch. Ich wünschte nur, ich würde mehr Zeit haben. Sie ist wirklich ziemlich gestört. Meinen Sie? Ok, gut. Tja, dann sehen wir uns morgen. Vielen Dank. Bye-bye. Mein heutiger Arbeitstag ist beendet. Was hast du vor? Ich müsste wieder in die Schule zurück. Oh, wirklich? Schule? Ich lerne so gern. Komm, wir gucken uns zu viel, Mann. Aber ich hab keine Kohle. Wozu brauchst du Kohle? Du flirtest mit dem Einlasser, ich schleiche um ihn rum und mach den Notausgang auf. Ach, Schätzchen, ich hab dir noch so viel beizubringen. Ich kann's noch nicht ändern, mein Gott! Ich kann's noch nicht ändern, mein Gott! Oh, verdreht. Es gibt sehr leckere Fertigsalate. Tu mir einen Gefallen und verpiss dich, ja. Also, ich denke, mit meiner Winde und Pommesfett würde ich dich da rausbuxieren können. Weißt du was? Ich brauch dich nicht. Ehrlich, lass mich dein Wagen rausziehen. Lieber stecke ich hier bis zum Lebensende fest, als mich von dem Priority-Plus-Clown abschleppen zu lassen. Jetzt die Leine! Meinetwegen. Ja. Lass ich dich mal machen. Okay. Oh Gott! Hey! Komm zurück! Danke dafür, dass du mein Wagen in die Werkstatt geschleppt hast. Wenn mein Supervisor das hört, oh Mann. Nicht meinen. Du weißt schon. Ja. Ja. Ich wette, wette, ihr Jungs werdet euch darüber schlapplachen, hm? Hey, der fette IPSler hat in seiner Tür festgesteckt. Ich verrate es keinem anderen. Ich bin der Letzte, der jemanden fett nennt. Was meinst du damit? Damals, als Junge, war ich ganz furchtbar fett. Wirklich? Ja, man nannte mich in der Junior-High nur Monsterschlund. Wenn ich nur so einen Namen gekriegt hätte. Mich nannte man der fette Kleine. Du warst auf keiner kreativen Schule, hm? Nein. Ich, Brillenschlange und Bettnässe hatten viele einsame Stunden zusammen. Das kann ich toppen. Stell dir mich in der siebten Klasse vor. 250 Pfund, Ballonsaldenklamotten und eine XXXL-Neil-Diamond-Jacke. Du, du magst Neil Diamond? Ja. Und? Ich find ihn super. Ich hab wie blöde Versuch, Karten für sein Konzert zu finden. Ich hab zufälligerweise zwei Karten und gerade erfahren, dass meine Freundin arbeiten muss. Oh ja? Ich mein ja nur... Ja, aber, ähm, das geht nicht, oder? Denn ich, ähm, während du, ähm, du weißt schon. Ja, du hast recht, ja. Welche Reihe? Dritte Reihe. Ich komm mit. Gut. Hey, da kommt einer von euren Leuten. Oh mein Gott, das ist niekend. Was machst du denn? Er darf uns nicht zusammen sehen. Das sieht nicht gut aus. Aber das sieht auch nicht gut aus. Hey. Hey. Ganz schön spät. Ja? Wenn ich spät komme, ist das ein Verbrechen. Nein. Ich sag dir, es war toll, das Mädchen heute zu betreuen. Ich meine, wenn man jemanden trifft und es macht Klick, kennst du das? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Egal, diekin hat angerufen. Diekin? Was wollte er? Er muss dir irgendwas sagen. Warte, hat er gesagt, er muss oder er will mir was sagen? Keine Ahnung, wieso ist das wichtig? Das ist furchtbar wichtig, okay? War er wütend? War er traurig? Klang er wie ein Mann, den man betrogen hat? Okay, was ist los? Carrie. Es gibt da jemanden. Sollte ich darüber nicht mehr aufgebracht sein als Deacon? Er ist ein Priority-Plus-Fahrer. Er hat mich nach Hause gefahren und eins hat zum anderen geführt. Vielleicht gehe ich nächste Woche mit ihm zu Neil Diamond. Na dann geh, wo gibt's denn da Probleme, sag mal. Die Probleme? Wir sind zwei Fahrer von konkurrierenden Lieferfirmen und du siehst kein Problem, in welcher Zuckergusswelt lebst du eigentlich? Stark, ihr könnt doch trotzdem Freunde sein. Du magst ihn sehr und ihr macht die gleiche Arbeit. Oh, und wieso verbringst du keine Zeit mit Leuten aus rivalisierenden Firmen, Läden, Büros, hä? Du weißt gar nicht, wie ich mein Geld verdiene, oder? Es geht aber nicht um dich. Oh Gott, du siehst so süß aus in dem Top, das wir gekauft haben. Ich weiß. Und dann war es noch 50 Prozent billiger. Das eigentlich nicht, bis Mama das Preisschild umgetauscht hat. Gute Arbeit, nicht? Jedenfalls trägst du es, wenn wir morgen Abend klappen gehen. Aber ich darf nicht in Clubs mit 16. Du hast recht, Gina. Ja, kann auch nicht klappen, aber Beth Wieckowski schon. Ist das ein falscher Ausweis? Ja, das gehört zum Betreuerjob. Oh, danke. Okay, wir sehen uns. Also dann. Was war das mit dem falschen Ausweis? Nichts. Klang für mich aber anders. Das ist meine Sache, ja? Dein Verhalten ist ungezogen, kleine Lady. Und wen interessiert das? Wie ich sehe, rauchen wir auch. Wie erwachsen das aussieht. Ich bewahr sie bloß für eine Freundin auf und jetzt lass mich zufrieden. Das werde ich nicht. Du bist angemalt wie eine Hure und qualmst wie ein Schornstein. Die Hure-Nummer kennen wir, aber das Rauchen bringt dich um. Hör mal, ich amüsiere mich nur ein bisschen. Betreuen bedeutet aber nicht amüsieren. Man soll sich bemühen, ein Vorbild zu sein. Ja, dein Spezialgebiet. Geh in dein Zimmer. Nein. Dann wurde dir soeben dein Taschengeld gestrichen. Du kriegst von mir Taschengeld. Und ich brauche ehrlich gesagt einen Vorschuss. Ja, okay. Um sieben im Coopers. Und von da fahren wir dann zum Konzert. Okay, da fällt mir ein. In meinem Wagen liegt ein Shirt. Nein, das mit den Streifen. Da kommen die Jungs, ich lege auf. Na ja. Hey. Wie sieht's denn aus in Deaconville? Ich muss heute eine halbe Extraschicht fahren, Danny auch. Ja, warum? Ach, Oboide will unbedingt mithalten mit Priority Plus. Die Jungs haben einiges drauf. Vielleicht könnte man von denen was lernen. Lernen von denen? Das ist ein Haufen arroganter Trottel. Trottel? Finde ich sehr gemein. Okay, würde dir Arschlöcher besser gefallen? Anscheinend bin ich der Einzige, der Hass nicht witzig findet. Was ist mit dir los? Gar nichts. Ich mag einen Priority Plus-Kerl. Ihr habt's gehört, okay? Ich treff ihn, er ist nett und ich werde dazu stehen. Ich hab mich wohl verhört. Hört zu, ich wollte nicht, dass das passiert, aber der Junge hat mich aus dem Drive-In gezogen, was von euch niemand machen würde. Schon vergessen, wer dich vor vier Wochen aus dem Wendy's geschoben hat? Ja, und aus dem Kletterrohr im McDonald's Playland, ne? Mag sein, aber der Punkt ist, ich liebe IPS. Ich blute grün. Dieser Verräter. Du, Danny, du verstehst mich doch. Du brichst mir das Herz. Wisst ihr, tut mir leid, aber ich mag Jack. Und er, Neil Diamond. Und heute Abend werden wir drei vereint sein. Hey, alles klar? Nehmen wir mein Auto? Nein, wir nehmen meins. Wo steht es? Ein paar Meter noch, komm. Ich seh's. Gar nicht. Männer? Wenn die mitgehen, hab ich zu wenig Popcorn-Chi. Du verarschst mich die ganze Zeit bloß? Ja. Glaubst du wirklich, ich befreunde mich mit einem IPS-Fahrer? Aber wir waren Essen und im Kino. Und Rollerbladen im Park. Und woher wusstest du von Neil Diamond? Alle fetten Jungs mögen ihn. Das kann doch nicht wahr sein, ich kann's nicht glauben. Überstunden. Was zur Hölle? Hä? Ich war im Neil Diamond Konzert. Der Junge macht eine Wahnsinns-Show. Du, der hat mich verarscht, übel verarscht. Mann, ich hab's dir doch gesagt. Vertrau diesem Kerl nicht. Na, großartig. Meine Luftpolster-Mumie liegt hier. Mann, wie sollen wir uns im Coopersee wieder sehen lassen? Ganz simpel. Wir gehen da morgen wieder hin, kämpfen um unseren Tisch und ich um meine Ehre. Tja. Oh, oh. Hey. Vorsicht in die zarten Bereichen. Hey. Hey. Was hast du denn für Klamotten an? Wir wollen doch zu Australiens Super-Duper-Männer-Strip-Show. Willst du, dass die geilen Kracher dich in solchen Sachen sehen? Also, meine Mom und ich haben uns toll unterhalten. Sie will jetzt ihre guten Seiten zeigen. Ach ja? Weißt du, wer noch seine guten Seiten zeigt? Die Nackedeis von Down Under. Los, wir ziehen. Nein, warte doch. Ich hab nachgedacht und ich muss an mir auch was ändern. Also, ich denke, ich fahr nach Haus und werde für meinen Chemietest lernen. Oh, bitte. Du wirst nie Chemikerin. Oh, mein Gott. Bitte, bitte entschuldige. Ich bin eine miese Betreuerin. Nein, nein, nein. Du warst riesig. Ich meine, du hast mir gezeigt, wie ich einen Moped kurz schließen kann. Ja, das ist richtig. Es wäre besser, wenn du doch gehst. Ja, ich denke auch. Aber hör mal, wenn du mal einen Rat oder so brauchst, bitte ruf mich an. Ich glaub wohl eher nicht. Ja, lieber nicht. Also dann viel Glück, Schätzchen. Hey, da hat jemand mein Paket zurückgebracht. Ich denke, man nennt das Massenwurfsendung. Wie witzig, Jack. Aber ihr werdet uns das Coopers nicht wegnehmen. Wollen wir auch nicht. Da ist ein netter kleiner Tisch drüben neben den Toiletten. An dem Mäuse-Tisch sitzt gleich jemand. Aber das werdet ihr sein, Mädels. Und wie stellt ihr euch das denn so vor? Männer? Okay. In Momenten wie diesen müssen wir echte Männer sein. Hm? Hey. Hey. Oh! Das war ein Fehler. Hast du mir zugehört? Ich sagte, wie stellt ihr euch das vor? Ist auch ganz gemütlich. Ist cool, ist cool. Halt die Klappe! Du kannst es doch zugeben. Ich habe nicht geheult, okay? Komm schon, bei so einem traurigen Film kannst du weinen. Wie oft soll ich es noch wiederholen? Ich hatte Nachosauce im Auge. Ja, da waren Tränen, aber die hatten mit Essen zu tun. Okay, ich dachte nur, ich hätte eine neue Seite an dir entdeckt und die turnt mich an. Oh, mich heulen zu sehen, turnt dich an. Ja, so ist es. Wirklich? Ehrlich gesagt habe ich danach ernsthaft erwogen, die Sache von deinem Geburtstag zu tun. Oh ja, die Geburtstagssache. Na schön. Ja, ganz recht, aber darauf kommt es ja nicht mehr an. Du sagst ja, dass du nicht geweint hast. Warte, Carrie, warte! Schatz, ich habe geweint. Ach, halt die Klappe! Nein, wirklich, ich meine, wie der Babypinguin dann gestorben ist. Trotz aller Bemühungen seiner Eltern, ihn durch den langen Winter zu kriegen. Das ist mir schon nahe gegangen. Siehst du, ich wusste, dass du geweint hast. Und die Geburtstagssache? Kannst du abhaken. Jungs, danke für die Einladung zum Essen, das war nett. Ja, ihr zwei Freaks kocht gut. Ich habe gedacht, es wird Zeit für eine Revanche, weil ihr uns schon so oft eingeladen habt. Wobei eingeladen nicht ganz stimmt. Ihr seid gekommen. Sogar manchmal, wenn wir nicht da sind. Wir haben Sachen gefunden. Aber, aber das Heute ist auch ein besonderer Anlass. Ach ja? Ja, weil heute der 15. Mai ist der zweite Jahrestag unseres gemeinsamen Wohnens. Oh, irgendwer wird heute Nacht sehr glücklich sein. Ja, du hast recht, stimmt. Das war ein Scherz. Nein, nein, nein. Wir haben einen Deal gemacht, dass ich jetzt das große Zimmer bekomme. Vor zwei Jahren. Wenn wir nach zwei Jahren zu arm zum Umziehen und noch ohne Freundin sind, bekommt Spence das große Zimmer. Ja, und wir sind immer noch arm und immer noch Singles. Ja, aber ich werde nicht in diese Besenkammer ziehen. Oh doch, ich habe es schriftlich. Ach ja? Oh, okay. Tja, wattest du... Danny, die Serviette ist verbindlich. Na, dann verklag mich doch. Hey, du räumst deine Sachen jetzt aus meinem Zimmer. Das mache ich nicht. Das ist doch wieder typisch. Du gibst mir nie mein geliehenes Geld zurück. Räumst niemals deinen Dreck weg. Und jetzt das. Mein Gott, ich habe satt. Und weißt du, was ich satt habe? Deine dicke kleine Ferkelvisage. Ich habe... Deine Visage auch satt? Ja. Einen fröhlichen Jahrestag. Einen fröhlichen Jahrestag. Den Kuchen, den wir mitgebracht haben, sollten wir noch essen. Mein Gott. Dad, bist du okay? Was ist passiert? Keine Sorge. Er hat nur etwas Rauch eingeatmet. Was für ein Rauch? Von dem kleinen Feuer im Keller. Aber Gott sei Dank war es nur ein kleines. Es war keine so gute Idee, ihn neben einem offenen Benzinkanister Speck braten zu lassen. Ich hatte dir verboten, da unten zu kochen. Ich darf ja nicht mehr in die Küche. Ich töte ihn. Hey, alle mal weggucken, denn ich bringe diesen alten Mann jetzt um. Schatz! Nein, ich habe jetzt wirklich genug von ihm. Ist ja gut, er ist noch ganz erledigt. Nicht, Lou. Bitte halt dich da raus, sonst wirst du gleich erleben, wie ich zum Tier werde. Also mein Dad schläft im Büro, weil noch Wasser im Keller ist. Ja, lassen wir ihn volllaufen und machen einen Pool draus. Du bist etwas aufgeregt, Doug. Ich bin etwas aufgeregt, Carrie. Wir hätten das Haus verlieren können. Einfach alles. Hör doch erst mal. Okay, meine Baseballkartenkollektion, meine CDs, meinen Bauchtrainer. Doug, jetzt halt den Mund und hör mir mal eine Sekunde zu, ja? Wozu? Also, ich habe viel darüber nachgedacht und ich denke, wir müssen das mit meinem Dad ändern. Du meinst mit einem Kissen wie in Law & Order neulich? Nein. Ich meinte, wir müssen vielleicht einen anderen Platz finden, wo er leben kann. Ist das dein Ernst? Wenn er in den letzten Jahren etwas Dummes gemacht hat, dir Geld aus dem Portemonnaie geklaut hat oder die Fernbedienung zerstört hat, weil er meinte, Bruce Willis hätte ihm die Frisur nachgemacht, habe ich ihn immer verteidigt. Aber das ist nicht fair dir gegenüber, gegenüber uns. Es ist wirklich nicht fair, aber was willst du tun? Mich gründlich umsehen, um für ihn einen schönen Platz in einem Altersheim zu bekommen. Gut, wie wäre es denn jetzt gleich? Hier haben wir auch schon eins in Red Meadows. Nicht unbedingt luxuriös, aber es erfüllt seine Aufgabe. Komm, setz dich, setz dich. Hier, das hier ist klar mein Favorit. Nicht so weit weg, eben noch unser Preisniveau und es wird ihm sicher gefallen. Oh Gott, meine Hände zittern. Dark, ich weiß nicht, die Räume sehen so klein und deprimiert aus. Du machst es nicht gut, du wirst es nie wieder sehen. Weißt du, ich wollte es preisgünstig halten, aber wenn es sein muss, muss es eben sein. Hier, pass auf, kein Problem. Sieh dir an, wie hübsch das ist, wie sie am Pool liegen, da ist ein Pool. Das, was sie da machen, heißt Aquadancing. Hey, Kumpel. Sehr witzig, wo hast du meine Sachen hingeschafft? Äh, die befinden sich in deinem Zimmer. Das ist mein Zimmer. Kann ich nicht so sehen, es sei denn, das hier ist dein Krieger von Grünposter. In der Hauptrolle Tony Danza. Du willst mich wofür einen Idioten? Ich räume alles wieder zurück. Gut, viel Vergnügen. Die Möbel sind angeschraubt. Ja, ich hab eins von den Teilen auch noch an die Steckdose angeschlossen. Du wirst schon rausfinden, welches. Der Flatscreen kommt dahin, ja? Der Air-Hockey-Tisch kommt hierhin neben dem Hotdog-Maker. Und weißt du, woran ich denke? Einen von diesen Stühlen, der mich rauf und runter fährt. Vielleicht jetzt lustig, in einigen Jahren nötig. Weiß Arthur schon, dass er rausfliegt? Ja, wir haben es ihm gestern bei Sizzlers gesagt. Wie ist es gelaufen? Schlimmer als wir dachten, er hat die Luft angehalten und den Kellner gebissen. Naja, jedenfalls. Ist da was Wertvolles drin? Was meinst du, Doug? Ich hab keine Ahnung, mach's auf. Ach man. Was ist das alles? Theaterprogramme. Anna Tefka? Der Eismann kommt? Mein Gott. Ist das Arthur? Sieht so aus. Er war Schauspieler? Keine Ahnung. Wir bekamen eine Bombendrohung in der Bronze, Sir. Aber es war nur eine Wassermelone. Ich bin beschäftigt, Sir. Ich bitte Sie um Genehmigung für ein Glas Wasser. Arthur, du musst nicht für alles um Erlaubnis bitten. Natürlich muss ich. Ich bin Gast eures Hauses. Wenigstens so lange, bis ihr mich auf die Straße setzt. Arthur, was sind das für Videos? Woher hast du das? Aus dem Keller? Ja. In meinem Koffer eingeschlossen. Was fällt dir ein, meine Sachen zu durchwühlen? Hey, du durchwühlst doch auch meinen... Das ist eine Lüge! Arthur, gestern hast du meinen Deo-Stift angeknabbert. Also, was ist das hier? Du in Fernsehshows und Broadway-Aufführungen, Gagenbelege über viele tausend Dollar? Was hat das zu bedeuten? Es war immer mein Traum, Schauspieler zu sein. Ich war ein Naturtalent. Man sagte sogar, ich wäre ein jüngerer und kleinerer Fred McMurray. Was ist passiert? Wieso wohnt Mini McMurray in meinem Keller? Die Sechziger kamen und es kam die freie Liebe. Eines Abends traf ich eine wunderschöne junge Tänzerin. Wir hatten wilde Nächte, Douglas. Im Bett, unter der Dusche. Einmal platzte sogar der Sitz zurück zu... Schauspielerei. Jedenfalls, wir haben geheiratet. Carrie wurde geboren. Und ich bin nie wieder aufgetreten. Wieso nicht? Weil du in dem Beruf nie weißt, wann du arbeitest, wo du arbeitest. Das ist für ein Kind keine Basis. Du hast aufgehört und deinen Traum aufgegeben nur für Carrie? Ja. Und ich habe mir eine normale Arbeit gesucht. Ich wollte, dass sie das Leben führen kann, das sie verdiente. Du warst nirgendwo länger als einen Monat. Ich sagte nicht, dass es funktioniert hat. Ich bin zu Hause. Weiß ich von der Sache? Nein. Und versprich mir, dass sie es nie erfährt. Hey, Kumpel. Tja, das ist wirklich erwachsen. Ja, aber ich würde nicht meine Töpferscheibe auf dem Boden festnageln. Ich sage dir, ich werde hier nicht wieder rausgehen. Ich bleibe für immer hier drin. Aber nicht ohne mich. Falls es dich interessiert, ich habe noch neun Urlaubstage und habe keine Skrupel, sie auch zu nehmen. Ich kündige meinen Job, weil ich sowieso bald von einem Fahrkartenautomaten ersetzt werde. Hey. Da ist ja der Mann, den ich liebe. Wow, da hatte wohl jemand auf dem Weg einen Feierabend, Margarita. Nein, aber fast. Genau gesagt war ich zur Happy Hour in der North Shore Seniorenresidenz. Oh, klingt ja rockig. Wie war's? Ich bin sicher, er wird's lieben. Da gibt's Ping-Pong, Handwerkskurse und freitags ist Mixty & Drink und guck Filme nach. Hey, wieso ziehen wir nicht hin und er nimmt das aus? Genau, gute Idee. Jedenfalls sind die Papiere unterzeichnet. Sonnabend ist Einführung, Sonntag zieht er ein und dann hast du deinen Lieblingsraum wieder. Ja, ich hatte aber den Gedanken, dir eine klitzekleine Nebentür zu öffnen. Was meinst du damit? Ich sehe das Lächeln auf deinem Gesicht, aber du hast gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber das musst du nicht, Carrie. Du bist meine Frau und er ist dein Dad und wenn er hier bleiben soll, ist das okay. Na komm, in den Aachen. Na komm. No! Was tust du mir bloß an? Ich weiß nicht, was du meinst. Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens, Stark. Da quäle ich mich ewig, bis ich merke, dass ein Umzug meines Vaters ins Heim für alle das Beste ist und jetzt redest du von bösem Spiel. Ich habe nur gesagt, dass mir klar geworden ist, dass ich damit leben könnte, wenn er weiter hier wohnt. Oh, sei nicht so verlogen. Du bist neulich mit einer Hake auf ihn losgegangen. So kommunizieren wir immer. Ich bitte dich. Carrie, ich sage nur, dass er kein übler Kerl ist. Ich habe sogar das Gefühl, dass er einige ziemlich nette Sachen für dich gemacht hat. Wirklich? Nenn mir nur eine. Ich wusste es doch. Arthur, wieso bist du darauf? Ich konnte nicht schlafen. Hier, ich spendiere dir was von deinem Scotch. Ich möchte Carrie diese Schauspielsache erzählen. Das erlaube ich dir nicht. Hör doch, ich denke, wenn sie es weiß, naja, wird sie ihre Meinung ändern und dich hier lassen. Also, heißt das, du willst mich hier behalten? Nein, 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 wollen tue ich das nicht, nein. Es ist nur, ich bin an den Lärm gewöhnt, verstehst du? Also, kann ich es ihr sagen? Douglas, ich habe einiges gemacht, für das ich mich schämen muss. Für die tausende von falschen Schecks, für die entfachten Waldbrände, den Angriff von hinten auf die Polizistinnen. Aber eine Entscheidung von mir war richtig. Das ist dir nichts davon zu sagen. Wenn ich vor der Himmelstür stehe, ist das mein Joker. Ich warne dich, ich nehme einen Kredit auf. Und mach aus dem Keller meinen Medienraum. Damit will ich sagen, dies ist deine letzte Chance. Douglas, mach dein Ding mit deinem Medienraum. Das willst du wirklich? Was ich will ist, dass du und Carrie ein wunderschönes Leben lebt, weil ihr es verdient. Danke, Arthur. Weißt du was? Du bekommst keinen Stress vom Himmelstor. Danke, Douglas. Willst du meine Shampoo-Werbung sehen? Und das hier ist der Freizeitraum, wo die Bewohner viele Aktivitäten ausüben können. Da sind Karten und Brettspiele, Penny-Bingo. Oh, das klingt aufregend, was, Dad? So, dann zeige ich Ihnen jetzt die verfügbaren Zimmer. Oh, ja. Ja. Komm schon! Sag mal, was soll denn das? Äh, ich höre Musik. Hörtest du sie leiser machen? Ich will schlafen. Tja, das Ganze wäre längst vorbei, wenn du deinen Mist wieder da einräumen würdest, wo er hingehört. Niemals! Komm jetzt, ich muss morgen früh raus, wenn ich denn zur Arbeit gehe. Von mir aus, du Riesenbaby. Was ist das denn für'n Scheiß? Ach, das ist das Weltall, du Genie. Die Folie fängt im Dunkeln an zu leuchten. Ja, ich weiß, ich weiß. Und das ist der, ähm, große Wagen, richtig? Nein, das ist der Orion-Gürtel. Warst du jemals in einem Planetarium? Der große Wagen befindet sich weiter da. Was? Das Ding? Nein, das ist Cassiopeiamann. Da drüben ist der große Wagen. Siehst du's nicht? Ah, ja. Wow, du weißt ja viel über den Himmel. Hey, wer in der zehnten Klasse 1,50 groß und noch ohne Haar ist, der hat... Freitagabend, nichts anderes vor. Also den Projektionsfernseher mit 2-Meter-Bildschirm und dem, äh, Deluxe-Around-Sound. Und die Lautsprecher wie groß? Äh, wollen wir's mal so sagen. Ich will den Sound nicht um mich, ich will ihn in mir. Dann nehmen wir das Bronco-Paket. Okidoki. Bronco. Hey, Artista! Douglas, wir müssen mal kurz reden. Ja. Du wolltest Carrie doch sagen, dass ich für sie auf meinen Traum verzichtet hab. Ja. Wenn du willst, kannst du das jetzt tun. Was? In diese Rentnerverfahren-Anstalt kriegt mich keiner rein. Arthur, es ist zu spät. Ich baue mir schon meinen Medienraum. Ich hab's mir überlegt. Aber mir hast du gesagt, das wäre das einzig Gute, was du getan hast. Das wär dein Himmels-Joker. Machen wir uns doch nichts vor. Ich komm in die Hölle, das weißt du. Jetzt sprich mit ihr. Arthur, du treibst mich in den Wahnsinn, ewig dieses Hin und Her. Ich sag dir was, Carrie kommt damit klar, ich komm damit klar, also komm du auch damit klar, dass du gehst. Dann sprichst du mit ihr. Okay, Doug, wir fahren. Alles klar. Ich fahr dann mal den Wagen vor. Ihr könnt euch in Ruhe verabschieden. Tja dann. Alles Gute, Arthur. Danke. Was ich dir noch sagen wollte, alles böse, du fettes Schwein. Mein Dad hat es mir nie verziehen, dass ich mit Saxophonspielen aufhörte. Ich meine, er hat nicht kapiert, dass ich Asthma hatte und dass mich jeder Song mein Leben kosten konnte. Wenigstens war dein Dad da. Ich meine, ich frag mich oft, ob er geblieben wäre, wenn ich vielleicht etwas größer und sportlicher gewesen wäre. Hey, du hast am wenigsten Schuld. Wer hat denn die Verantwortung? Ja, du hast recht. Die Sonne ist schon aufgegangen, sieh mal. Wir haben die ganze Nacht geredet. Weißt du was? Du kannst das Zimmer haben. Wirklich? Ich hab dir ein schriftliches Versprechen gegeben, das werd ich halten. Ich bin nämlich nicht dein Vater. Ja. Hey, warte, warte, warte. Warum bleibst du nicht einfach? Was meinst du? Mit nur einem Toilettentisch würden wir beide hier gut schlafen können. Meinst du? Ja, und wir könnten aus dem anderen Raum ein Gästezimmer machen. Tolle Idee. Ja, und weißt du was? Da würden wir eine Ausziehcouch reinstellen und hätten ein Notbett, wenn einer von uns mal eine Frau da hat. Ja, von einem Fußballtisch hätten wir wohl mehr, aber... Ja, du hast recht. Hey Schatz, ich bin hier unten. Hey. Ich hab einen tollen Abend für uns geplant. Ich hab deinen Lieblingsfilm Schweinchen dick und Schweine krusten, ha? Nur wir beide in unserer Hütte und ich sag dir, der Raum haut mich um. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass das passt. Dieser Teppich, der Schwarzburgunder Ton, das Regal, aber es hat einfach was. Und der Jetshelm da... Ich kann es nicht, Dark. Ich hab's versucht, aber... Ich möchte ihn wiederholen. Bitte. Ich verspreche, ich werd ihn waschen, werd ihn füttern. Du wirst nicht mal merken, dass er hier ist. Ich versprechs dir. Dad. Ah, da ist sie. Willkommen zu Hause. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Danke, ich bin überwältigt. Obwohl die Farbe mir nicht unbedingt gefällt. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich bin froh.